Ja, ihr hört was Sache ist, es ist an der Zeit für den Metroid Marathon, Metroid Prime 2, Echoes, der beste Metroid Prime Teil, was? Ne, komm wir löschen Samus A, Samus A, weg mit dir, weg Glaubst du, ne, alles Spielstelle von Randomizer, warum ist das Spiel so leise? Ist wohl eher der Randalizer Rip Samus A, manchmal muss Samus A gehen, um Platz für Samus B zu machen Vertragliche Vereinbarung Der föderierte Trupp ist ausführlich zu machen und Unterstützung ist zu leisten Bestätigung der Daten Letzte Übertragung wurde aus der Dasha Region von einem verlassenen Planeten namens Eta empfangen Übertragung der letztbekannten Koordinaten Oh, das sieht komisch aus, hm, naja Oh, das sieht sehr komisch aus, das hasse ich Wenn es nicht in 30 FPS sieht man nicht mal, dass hier irgendwas komisch vor sich hin flackert Außer von, äh, Muyo Buyo Äh, frischer Sub, baby, lieben Dank Schöne ich den Planeten an, der ist zur Hälfte dunkel und zur Hälfte nicht Hä, was ist da los? Ich glaube, das Video ist gerade ein bisschen buggy Er hat das Gefühl, dieses Video ist nicht darauf aussieht, dass man das Spiel auf 84p hochskaliert Das, äh, da sollte eigentlich ein anderer Hintergrund sein, aber der ist uns gerade nicht vergönnt Dementsprechend, ähm, ja Ja Äh, ist auf jeden Fall das Raumschiff abgestürzt Das ist das Wichtige, was ihr darüber, was für euch darüber zu wissen gibt Und Metroid Prime ist zurück Für ein bisschen mehr Metroid Prime Action Mein Name ist Metroid Prime 2 Ich bin hier, um die Galaktische Föderation auswendig zu machen Ja, wie gesagt, nicht lang schnacken Gehen wir direkt los Und die Position von dem Blaster ist so ein bisschen anders als in Prime 1 sehe ich gerade Das ist ein bisschen komisch Bin wieder da, das habe ich verpasst Ich schätze das Ende von Prime 1 So, hier sind ein paar Leichen und sowas Aber ich würde sagen, wir, wir bringen das Tutorial einfach mal hinter uns Ohne uns zu viele Gedanken zu machen Ich meine, ich, ich habe mal ausführlich ein Playthrough gemacht von dem Spiel Auf Mythos of Streaming Auch bekannt als Wahrscheinlich die am wenigstens geschaute Videoreihe Die ich jemals gemacht habe Das heißt, ihr wisst Bescheid Ihr habt das gesehen Ich erzähle euch nichts Neues Ihr wollt das nicht einfach so ignorieren Oh, ne Karte Nehmen wir mit Was ist dein Ranking aktuell der Metroid-Spiele? Oh, ich habe keine Ahnung Das ist eine große Frage Um spontan irgendwie aus dem Stehgreif Jetzt, ne, ich habe keine Ahnung Damit müsste ich mir jetzt kurz eine Liste machen Wo ich alle vor mir sehe Und dann könnte ich ungefähr Wir können ein Ranking am Ende von dem Marathon machen Wir sollten am Ende von dem Marathon eins machen Ne, wenn wir mit dem Marathon durch sind, machen wir ein Ranking Ich denke, das ist nur angebracht Metroid Prime Pinball ist natürlich ein starker Kandidat Stell dir mal vor, wer wäre der Typ Oh, fliegen Weiß ich zusammen Wir sind nicht auf der Gamescore Muss ja nicht alles voll stinken Ich erinnere mich doch an deine Metroid Prime 2 Randomizer Meinst du die? Nein Ich meine schon die Videoreihe, von der ich geredet habe Ich meine, Federation Force und Blastball zählt natürlich nicht als richtiger Metroid-Teil Machen wir uns da nichts vor Metroid Prime Federation Force kann bestimmt ein nettes Spiel sein Aber sie hätten es nicht Metroid Prime nennen sollen Das war, das ist kein Metroid Das war dumm Oh, oh Die Inge haben die Kontrolle übernommen Unglaublich Missiles kann man nicht mehr so leicht abusen wie in Teil 1 Aber dafür halten die Soldaten generell nicht allzu viel aus Und man hat super viele Fähigkeiten gerade Ich habe sogar den Boostball noch Ist das das Spiel mit Emperor Inc? Das ist das Spiel mit den Ings generell Ja Einfach immer schön wegblastern Denn wir sind Metroid Prime 2 und es ist Blasting-Zeit Ich habe Federation Force nie gespielt Ich war auch nicht zu wütend auf das Spiel Ich weiß, dass viele Leute sehr sauer damals waren Metroid Prime 2 hat leider keine Beam-Handgesten enttäuscht Ja, aber dafür sind die Beams tatsächlich hilfreich Man nutzt sie Man hat tatsächlich einen Grund, sie zu verwenden Das war bei Teil 1 nur bedingt der Fall Oh, jetzt kommt der Raum Der problematische Raum Und was hier passiert ist eine Sache, die ich lore-technisch erst so viel später verstanden habe Ich meine, das ist Dark Samus Das ist mein Felsensuit, der mir entrissen wurde Er sieht jetzt anders aus und er ist böse Okay, kommst du bitte wieder zurück Felsensuit, komm bitte zurück Na ja, gut, dann gehe ich mal hinterher Jetzt geht es in die Schattenwelt, meine Freunde Und die heißt nicht so, weil da alle Weil da eitel Sonnenschein herrscht Ja, Samus ist ein bisschen am, äh Dark Samus ist ein bisschen am Felsen ernten Bitte nicht den Kristall kaputten Miese Sache Ich bin gerade dabei, ein Schattenduell gegen Dark Samus zu verlieren So was Samus jetzt macht, ist eine Sache, die nicht wirklich Sinn ergibt Aber Sie schießt jetzt ihre Ausrüstungen nach oben Meine Ausrüstungen fliegt In den Schatten Und dann Ich glaube, der Gedankengang war, dass die Ausrüstung so nicht in die Hände des Feindes fallen sollte Was ironischerweise zur Folge haben wird Dass die Ausrüstung in die Hände der Feinde fällt Aber ja, wir haben einiges verloren Immerhin haben wir aber den Warrior Suit behalten Schoso Kampfanzug, äh, Ausrüstung von fremden Wesen entwendet Space Jump fehlt Grapple Beam fehlt Morph Ball, Boost Boost Ball fehlt Powerbomben fehlen Hatte ich, ich hatte vorhin auch keine Powerbombe, oder? Missiles fehlen Es fehlt alles Bombenmodul für Morph Ball Ist okay, wir haben einfach nichts mehr Ich verstehe schon Ist alles weg Alles weg Aber man hat natürlich ein bisschen mehr behalten als noch in Teil 1 Nämlich haben wir zum Beispiel noch den Morph Ball und den Charge Beam Und natürlich den Warrior Suit an sich Ja, der Warrior Suit bringt nichts in Battlecrime 2 Aber Mehr Ausrüstung als in Teil 1 Deswegen hatte sie also in die Luft geschossen Ja Ich hab's auch für lange Zeit nicht ganz verstanden, was das soll Ich weiß, ich weiß nicht, ob der Warrior Suit zwangsweise zählt, weil man kann ihn nicht verlieren in dem Spiel, also Es gibt den Power Suit gar nicht Dementsprechend, äh, weiß ich, ob man den als Mann hat ihn behalten gelten lassen will Schau ich die öde Landschaft hier an Wir werden noch sehr viel mehr öde Gegenden sehen Powerbomb benutzen? Nein Wegwerfen? Oh yeah Äh, Verzeihung, aber Ich hätte die Powerbomb mir verwenden können, aber Die Kommandozentrale hat mir leider noch nicht die Erlaubnis dazugegeben Oh nein Könnt ihr aus der Kommandozentrale mir bitte die Erlaubnis geben, meine Powerbombe einzusetzen? Ah, da freue ich mich schon Äh, Anzeige Ich möchte gerne Anzeige erstatten Äh Shit Äh, Excalios, wie mache ich Ihnen die Tipps aus? Hinweissystem, okay, ich hab's Denn das geht mir nur auf die Nerven Das gibt ne Anzeige Die Anzeige ist raus Die Tippsanzeige ist wirklich raus Wieso aktiviert man Sachen, wenn man scannt? Ich find das ziemlich seltsam Hast du schon mal von der Bist du mit dem Konzept von der Fernbedienung zum Beispiel vertraut? Oder vielleicht kann dein Smartphone sich auch per Bluetooth mit verschiedenen anderen Geräten verbinden? Wenn ja Möchte ich direkt sagen Vielleicht ist das Konzept, äh, Sachen mit dem Scan zu aktivieren Vielleicht doch nicht so ungeheuerlich Ich werde keine der komischen, äh, Metroid-Spinoffs machen Der Container ist da Jetzt wird Containert, meine Freunde Die Schlemmen wie die Könige Oh, oh Die Splinter Wie heißt die? Ich glaub, die heißt sogar auf Deutsch Splinter, oder? Splinter, ja Das sind gemeine kleine Kriecher Man verwechselt sie ganz gerne mit den Ingen Aber tatsächlich haben sie nichts mit ihnen zu tun Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort Gehört Metal Prime Hunters in die Reihe? An sich ja Aber wir werden es trotzdem nicht spielen Am Ende von Prime 3 kriegt man eine Cutscene In welcher, äh, einer von den Huntern aus, ähm, Hunters zu sehen ist Aber, wie gesagt, wir werden trotzdem nicht Es ist halt, ich mein, story-technisch so halbwegs Ich glaub, story-technisch müsste es mehr oder weniger zählen Aber gameplay-technisch ist es halt Kannst du ja nicht vergleichen mit den anderen Teilen In der Stelle kann man übrigens mal mit dem Space Jump hat einfach drüber springen Kleiner, äh, kleiner Randomizer-Fun-Fact Hier gibt es übrigens auch einen Weg, der mir für lange Zeit nicht bewusst war Da braucht man mal einen Doppelsprung Nein, okay, ist egal Ist egal, ignoriert den Weg Ich glaub, das Teil zu aktivieren bringt nichts Wir machen es trotzdem Ist das für irgendwas gut? Bringt das irgendwas? Nein Wollte sagen, das bringt doch gar nichts Das ist eine komische Sache Aber man muss natürlich, man muss das natürlich mitnehmen Ah, ADM machen wir nach Prime 3 Denn ADM, also, zum einen will ich ADM mal durchgespielt haben Und zum anderen, bei ADM kannst du jetzt nicht eine Ausrede finden, dass es nicht zählt ADM zählt definitiv Ob es einem gefällt oder nicht Ich bin auch sehr gespannt auf ADM Ich hab's mal für 2-3 Stunden gespielt, also Ja, ich kenn's ein bisschen Gehst du bitte rein? Dankeschön Ich mag die Optik von ADM Ich find's ein bisschen Bisschen eintönig optisch Weil man die ganze Zeit nur in der Raumstation unterwegs ist Man kann es gleich wahrscheinlich für Fusion sagen, aber Oh, und hier, bei der Stelle Lasst mich euch eine Geschichte erzählen Was war das? Da war ich damals 13 oder 14 Ne, warte, da war ich älter Da war ich 16 oder 17 Und da wollte ich Metro Prime 2 wieder spielen Meine alte Kopie von damals Das Problem war aber, dass ich natürlich, als ich jünger war, nicht gut auf die Spiele aufgepasst hab Dementsprechend hatte das Spiel Es war ziemlich zerkratzt Und an dieser Stelle hier Wird gleich ein Video starten Und immer wenn dieses Video losging Man kann's auch nicht sofort skippen irgendwie Wenn dieses Video losging, ist das Spiel immer gecrashed Das heißt, ich konnte das Spiel nie weiter als bis hierhin spielen Und ich hab's vier, fünfmal versucht Ob's vielleicht doch funktioniert Aber das ging nicht Und das war die finsterste Zeit meines Lebens Stell euch mal vor Ihr wollt Metro Prime 2 spielen, aber ihr könnt nicht Während einer Patrouille im Daeshaw-System fingen wir eine unbekannte Piratenfregatte ab Die feindliche Fregatte stützte stark angeschlagen über den Planeten Eta ab Wir folgten den Piraten Doch unser Schiff wurde beim Eintritt in die Atmosphäre des Ethers durch einen Sturm beschädigt Ja, das kenn ich Dieses Video sieht ein bisschen grauenhaft aus Aber Gamecube Disc hat nur eineinhalb Gigabyte Speicher, okay Starke Induktionsfelder hatten die Kommunikation lahmgelegt Ein Team errichtete eine Basis Ein anderer sollte das Schiff reparieren Beide Einheiten kamen gut voran Soweit lief's noch Bis sie kamen Aber im Laufe von dieser Schlacht Jetzt ist es dann von dem Video, das jetzt kommt Da ist es dann immer gecrashed Das Video läuft ironischerweise besser als das Erste Ja, ich weiß auch nicht ganz, was das Erste war Ich glaube, das Erste, das Problem vom ersten Video war Dass es nur Interlaced war und das Probleme gemacht hat Weil ich das Spiel in 480p erzwungen hab Er braucht ein Backup Die Cutscene kannst du theoretisch skippen, ist aber nicht einfach Ja, das hab ich nicht hinbekommen Schau ich die an Wie diese Jungs sind das Oh, mit so einer Waffe würde ich ja auch gern schießen Vielleicht Irgendwann sollte ich Federation Forceball spielen Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das Wunder bewerkstelligen soll Das dann im Koop tatsächlich spielen zu können Piep, piep Und der Soldat, der das eingetippt hat War dieser Soldat Ich muss übrigens sagen Am Ende, als die Cutscene zu Ende ging gerade Und das Bild so ein bisschen grauscht hat Da musste Da muss der GameCube jetzt gerade ein bisschen lesen Wahrscheinlich ist es da gecrashed Ohne Online-Server schwer Ich meine, man kann theoretisch, wenn man Eine Offline-Möglichkeit hat Aber ich glaube, ich hab niemanden, der Offline mit mir Metroid Prime Federation Force spielen würde Ob ihr es denn glaubt oder nicht Kannst Solo spielen, kannst Roboter mitnehmen, die dir die Arbeit erleichtern Und der einsame Wolf-Mod erhöht den eigenen Schaden Irgendwann schaue ich in Federation Force rein Ich fahre mal nach Bayern dafür Hier eine gute Federation Force Party Oh man, ich hab was vergessen Upsi Der alte Raketenwerfer FF, genau FF ist die Abkürzung für Federation Force Das ist aktuell auch sehr verwirrend, weil Armored Core 6 rauskommt Die Abkürzung dafür ist AC Und AC ist natürlich auch eine Sache, die man eher mit einer anderen Videospielreihe verbindet Das ist immer das Schlimmste, wenn auf einmal Dinge gleiche Abkürzungen haben Ich dachte mir, warum, warum reden plötzlich alle über Assassin's Creed? Zum Fick ist überhaupt der sechste Teil Warum, warum sind auf einmal alle heiß auf Assassin's Creed 6? Was hat es damit auf sich? Wen juckt die Spielreihe an dem Punkt noch? Animal Crossing Weiß ich nicht, ob das überhaupt sechs Teile hat Und über Ace Combat redet sowieso niemand Da mach ich mir keine Sorgen Oh oh Ein paar fiese Flatterer Keine Sorge, die mögen es nicht, wenn sie von einer Kanone erwischt werden Die Kanone weckt natürlich viele Erinnerungen an den Multiplayer-Modus aus Prime 2 Den ich relativ viel gespielt habe tatsächlich Ich meine, er war nicht wirklich übermäßig gut, aber Könnte man mal ein bisschen spielen Multiplayer war fantastisch Er war okay Das Gefühl hauptsächlich haben sie ein bisschen Zeug getestet Und danach kamen ja dann auch Hunters Ah, ich hab mir heute Armored Core 6 geholt Ich werde heute nach dem Stream wahrscheinlich mal reinschauen Ich sollte für eine Bubenaufnahme Sollte ich sagen Hey, lass mal eine Runde Metro Prime 2 Multiplayer spielen Ja, sie sind nämlich schon ein Teil heiß drauf Ich meine, Maeve hat ein bisschen Metro Prime gespielt Wo die, glaube ich, auch damals Teil 1 irgendwann mal Keiner von beiden Wobei, ich weiß nicht, obwohl die Metro Prime 1 durchgespielt hat Maeve hat auf jeden Fall aufgegeben Bei den Phasen-Minen Nee, 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 nee Einfach bei den Phasen-Minen aufgegeben Beim großen Sprint Er hat aber auch die erste Speichestation in den Phasen-Minen übersehen Das heißt, er muss dann auch die gesamte Fregatte nochmal machen Und das hat Maeve dann gebrochen Er hat sich das Remaster gekauft Aber, ich glaube, er hat es nie gestartet Maeve, kannst du das verneinen oder bejahen? Oh, oh Die Splinter Ich hasse es, wenn ich mir einen Splinter einziehe Aber ich hasse es, wenn das passiert Oh, oh Ich wünsche, ich wäre nicht nur mit drei Misser Ist ja reingegangen Ist ein bisschen nervig Aber gut, was soll man machen? Der alte Charge spielt natürlich hilfreich wie eh und je Oder sind welche? Die Bosskämpfe in dem Spiel sind nervig Was? Die Bosskämpfe aus Prime 2 sind nervig? Was soll das denn jetzt? Die Bosskämpfe aus Prime 2 sind super Bis auf Chica-Larfe Chica-Larfe ist scheiße Chica-Larfe war ein Fehler Dagegen werde ich nie was sagen Aber ich mag prinzipiell die Bosse aus dem Spiel Grapple-Wächter mag ich auch nicht so sehr Aber die meisten schon, würde ich sagen So, dunkler Alpha-Splinter Ich werde jetzt noch ein bisschen mit dem Charge-Boom auf dich gehen Der Kampf kann übrigens für Anfänger ein bisschen fies sein Denn man hat absolut keine Energy-Tank Und auch nur fünf Missiles Und ich glaube, wenn der einen anspringt Macht der gar nicht mal so wenig Schaden Das heißt, ich kann mir vorstellen Dass man da durchaus ein, zwei Mal stirbt Als Anfänger Äh, nein Der Spider-Wächter war aus der anderen Seite Einen Spider-Wächter Den kann ich inzwischen Der ist kein Problem mehr für mich Hey, da ist mein Lieblings-Item Aus dem Randomizer Das macht nämlich nichts Ich bin jetzt Kind gegen den Äh, oft gestorben Aber gegen die erste Phase Ja, bei der ersten Phase ist die Sache Du musst ein bisschen im Kreis laufen Aber dann, wenn er auf dich zuspringt Musst du stehen bleiben Oder dich nach links bewegen Du darfst nicht weiter In die gleiche Richtung laufen Systemwarnung Unidentifiziertes Objekt erhalten Ja, so läuft es manchmal Wenn man von GitHub was runterlädt Fremdtechnologie hat sich Mit Rüstungssystemen verbunden Risikoeinschätzung abgeschlossen Keine negativen Auswirkungen Auf das Anzugssystem Aber auch keine positiven Dread hat auf jeden Fall Ziemlich spaßige Bosskämpfe Bei Metal-Dread habe ich auch Teilweise das Gefühl Dass es einfach nur so ein Fast schon Boss-Rush ist Ich wünsche sie hätten Die Sneakstellen Stealth-Segmente Aus Spread nicht Die fand ich richtig scheiße Hey, ist das etwa Ein Luminot? Ihr kennt ja die Chozo Die Chozo sind aber von gestern Was wir davon halten Wenn wir einen Chozo hätten Der Flügel hat Das ist kein Chozo Das ist ein Luminot Das ist was komplett anderes Fürchte dich nicht Ich bin Umos Hüter der Luminot Bitte erhöre mich Und vernimm die Kunde Vom Niedergang unserer Welt Vor langer Zeit Ging ein kosmisches Objekt Von gigantischer Explosionsmucht Auf den Äther her nieder Ein Spalt wurde in Zeit Und Raum gerissen Und sonderbare Kräfte Strömten in das Innere In dieser unserer Welt Ein Meteorit ist auf dem Planeten Eingeschlagen Und dann wurde alles komisch Wo einst ein Äther war Gab es fortan zwei Einer füllt von Licht Der andere versunken im Schatten Jeder in seiner Ihm eigenen Dimension Es war das Ende von Frieden Und Einklang Ob einer neuen Rasse Die an diesem Tage Die Finsternis der dunklen Welt Erblickte Erfüllt von Hass Und unbändiger Zerstörungskraft Mit dem Namen In Wären die nicht Luminoth gesprochen Wie Morph Das könnte sein Ich hab sie immer Luminoth ausgesprochen Ich bleib dabei Die Ings sind Geschöpfe Des Schattens Und des Unlichts Bar eines friedlichen Gedankens Und jeglicher Gnade Über Dekaden Hielten wir im Ansturm stand Doch nun Stehen wir am Rande Unserer endgültigen Niederlage Als der Äther der Finsternis erschien Zerrten fortan zwei Welten Von der Kraft unseres Planeten Zu gleichen Teilen Ihre wie die unsere Doch sobald eine neue Welt Die Gewalt über diese Kraft erlangt So ist die andere dem Untergang geweiht Die Schattenwelt muss untergehen Denn unsere Welt ist überlegen Vor deiner Ankunft Beraubt uns die Inge Einer Vorrichtung Einer die der Bündelung Von der planetaren Energie dient Mit ihr zerren sie Von der Kraft unserer Welt So stehen wir nun Vor unserer Auslöschung Doch das Glück Ist uns an diesem Tage gewogen Da das Energietransfermodul Nun im festen Bunde mit dir ist Mit ihm kannst du uns helfen Helfen unsere Welt Wieder zu dem zu machen Was sie einst gewesen In deiner Person Liegt unsere einzige Hoffnung Samus Aber ich heiße Metroprime 2 Echos Sollten wir fallen So werden die Inge Zu den Sternen blicken Nach neuen Planeten ausschauend Die sie zu Brandschätzen Und bei Obern suchen Und schon könnte Deine eigene Art Ihnen zum nächsten Opfer gereichen Die Inge sammeln Unsere Energie In ihren drei Tempeln Ja bla 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 Standort ja Ist ja gut jetzt Wir können jetzt Violettes Zeug öffnen Möge das Licht des Ethers auf dich scheinen Das Fiese an dem ist Ist dass er viel stärker ist Als man meint Der hat nämlich Ein super Ultraschutzschild Der hat einfach Samus Schutzschild aus Smash Bros genommen Was soll das denn Ich will Samus Schutzschild aus Smash Bros haben Die Stealth Passagen In Dread werden weniger Nervig wenn man weiß Was zu tun ist Aber ja sind keine Bereicherung für das Spiel Ja ja absolut Das Problem ist aber Wenn ich das Spiel Jetzt dann spielen werde Ich erinnere mich nicht mehr Ich weiß nicht mehr Was man in den Passagen Willen machen muss Das heißt das wird super nervig Motten passen Voll bei Licht Ja es ergibt Sinn Dass er Die Luminote Motten sind Aber Trotzdem Ich meine Sie sehen auch Ein bisschen aus Wie Motten Sind auch Motten In dem Raum unterwegs Was sind die Irgendwie komische Lichtfreunde Wir sind auf einem hellen Aether Also keine Ahnung Was könnten hier Gegner sein Die es gibt Keine Ahnung Licht Licht ist ein Gegner Staffsegmente aus Metroid Red Wären wahrscheinlich Netter Wenn man nicht immer Das Ziel hätte Dass man einen Von diesen komischen Wächtern ausschalten Muss Es läuft dann auch Immer aufs gleiche Hinaus Ja die Lichtgegner Sind Peak Design Jetzt können wir hier Eine gewisse Sache Mit dem Inweil ich Einen Raketenwerfer Hab Auch von denen Wenn ich jetzt schnell bin Kann ich noch ein paar Killen Bevor sie sich Verwandeln Mit etwas Glück Naja Naja Kein Glück Für mich Wie es aussieht Naja Ich mein ich hab Einen Oh da ist noch Einer Ein bisschen Glück Ich hab viel Schaden Genommen Wissen wir was ich Jetzt langsam mal Gut gebrauchen Könnte Ein Energy Tank Wie wärs denn Damit Hey Das ist ja ein Ding Das ist ja ein Ding Das hab ich nicht Kommen sehen Gerade Rechtzeitig Würde ich meinen Was für Ein Zufall Aber auch Just in dem Moment Als ich einen Gebraucht hab Ich mag es Dass bei den Gegnern Schallbein rauskommen Wenn man sie killt Hütet euch Vor dem Schall Das ist wirklich Der Angriff Schall Nur Schall Und Rauch Bei denen Dann würde ich sagen Wir begeben uns Direkt mal In die erste Richtige Welt Ich hoffe Ihr seid bereit Für Ich mein Von welcher Farbe Haben wir bisher Im Spiel Noch nicht Genug gesehen Ich würde sagen Grau und Braun Dementsprechend Bin ich sehr froh Dass die Welt Die wir aufsuchen Werden Sehr viel Grau und Braun Hat Habe ich da gehört Wir haben hier ein paar Fans vom Ödland von Argon Ich mag übrigens Diese kleinen Shots hier Wo man Den Rest des Planeten Sehen kann Das ist eine Sache Die ich sehr mag Kommt man In Metroid Prime 1 Nicht wirklich zu sehen Aber Schau euch das an Da bekommen wir Der ist ein richtiger Wald Ich vermute Das ist Der Sohn von Torvos Das ist da drüben Das Ödland von Argon Ehrlich gesagt Wenn ich so drüber Nachdenke Aber Wahrscheinlich soll es Auf hinaus Ich habe keine Ahnung Ob das Sinn ergibt Es können auf jeden Fall Ein paar coole Skyboxen Zusehen Vor allem Wenn wir im letzten Gebiet sind Da sieht man die Skybox Und denkt darüber nach Wie groß überhaupt Die Welt hier ist Die wir beschützen Das letzte Gebiet Ist generell Ziemlich wild Hier sind schon wieder Motten Gegner Es gibt viele Motten In diesem Spiel Das wäre Aber immer noch Lieber als wenn Auf einmal So ein fetter Riesiger Widerlicher Wurm Wäre Von dem ich Den Kopf Abschießen muss Und dann seinen Körper Ganz komisch Herumzappelt Das Ödland von Argon Was ist so üde hier Gar keine Lust Glaubt ihr ich muss Da hoch gehen Ihhh da ist ein riesiger Fetter Wurm Nämlich den Kopf Abschießen muss Zwei Köpfe Um genau zu sein Und dann Ihhh Ihhh Ich glaube da ist ein Kartenmodul drin Kommen wir nehmen es mit Ah ne hier war das Da kann ich aber oben Nicht weiter Ne ne Wir gehen weiter Hallo Wurmi Ich werde dich ab jetzt Ignorieren Weil es keinen Grund gibt Dich zu bekämpfen Da du mich nicht Verfolgen kannst Schöne ich die Geschmeidigen Pilze Hier an Da werden Items aufbewahrt Hier haben sie die Items noch mit Stil aufbewahrt Heutzutage kennt man Sowas ja gar nicht mehr Der alte Earthworm Jim War so euer Lieblings Erdenwurm Bisschen komisch Dass die von Earthworm Jim Nie ein richtiges Comeback gemacht haben So ein komisches Remaster von Teil 1 Das irgendwie komisch ist Oder von Teil 2 Auch keine Ahnung Aber Wahrscheinlich kommt Der nicht mehr zurück Oh Amorvis Amorvis ist eine starke Wahl für den Lieblingswurm Glaubt ihr hier wird Irgendwas cooles sein Wenn wir noch herausfinden Früh genug Hoffentlich werde ich nicht Von Ich hör auf Ich würde ganz sagen Hoffentlich werde ich nicht Von Weltraumpiraten Angegriffen Oh oh Weltraumpiraten Sind so viel cooler Aus als in Teil 1 Sind es richtige Krebsmenschen geworden Teil 1 Waren sie einfach nur Waren einfach nur Komisch All die aus Teil 2 Die sehen cool aus Coole Weltraumpiraten Sehen auch ein bisschen Mehr aus Wie die aus Super Metroid Waren auch mehr Krebsmenschen als Ich weiß nicht mal Was die in Metroid Prime Darstellen sollen Mein Lieblingswürmer Sind aus der Filmreihe Im Land der Raketen Würmer Ne 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 Da sehe ich mich nicht Da sehe ich mich nicht Im Land der Raketenwürmer So ich hätte in einen Weg Da unten gerade schon Ein Stück weit entlang gehen können Aber Natürlich wollen wir das nicht Denn das ist noch nicht Der richtige Weg Wir müssen erstmal Hier entlang Hier sind ein paar Phasenpflanzen Die meine Sicht Ruinieren Das heißt Shoutout an die Phasenpflanzen Die meine Sicht Ruinieren an der Stelle Weitere Piraten In Prime 1 Und 3 Sehen etwas Reptil ähnlich aus Sehen die in 3 Auch wieder mehr Wie in Teil 1 aus Ihhh Der ist ja noch größer Als der Wurm von davor Ich bekomme bei dem Übrigens Einen Fastkill hin Ich glaube man kann Den in 2 Zyklen Irgendwie machen Aber deshalb bekomme ich Nie hin Irgendwas mache ich Da immer falsch Ich glaube die Reihenfolge war Eine Missile Und dann Charge Beam Wir müssen Er ist ja Bombenwächter Er hat die Morphballbomben Das Konzept im Spiel Das ist die Boss Die die man bekämpft Sie immer eine Auslustung Von Samus haben Und dann Im Kampf Die auch immer so einsetzen Wir machen das Und das Normalschuss Missile Charge Shot Oh Ich glaube den normalen Schuss Habe ich nicht gemacht Immer Na Jetzt war ich auch bei der Hälfte Direkt schon Okay Ist ein sehr anspruchsvoller Bosskampf Wie ihr seht Oh das ist knapp Das ist knapp Vom Timing her Die Jäger werden Corrupted Das ist doch der Echoes Teil Wo ist das Echo Echo Und so haben wir Den Kampf gewonnen Ich liebe das Konzept Dass sie das Das ist eine Sache Die sie eingeführt hat Im Spiel Das Bosse Die Fähigkeit Die man von ihnen bekommt Dass sie die im Kampf Auch einsetzen Ich denke das ist So eine gute Idee Ich bin so froh Sie das gemacht haben Ich glaube in Fusion Haben sie das auch schon gemacht Oder So ein Stück weit Und die andere Frage Ist haben sie das in Zukunft Da noch beibehalten Ich glaube aber Ja oder Ich meine bei den Remakes Natürlich nur bedingt Ich glaube das ist eine Sache Die sie prinzipiell auch Beibehalten haben Teil kann übrigens auch Mit Powerbomben Wegsprengen Ja in Fusion werden die Fähigkeiten Von X absorbiert Die X palsiert bekommt Samus auch Fähigkeiten Ja genau Ist bei Prime 3 auch so Ich glaube aber auch Ich wünsche ich hätte Aus Prime 3 jetzt Irgendeinen Boss im Kopf Aber Habe ich so gar nicht Wenn dann nur die Phasenbosse Und die geben nicht Wirklich irgendeine Fähigkeit Glaube ich Hey Haben wir hier etwa Einen Mottenkerl Motti Karotti Das Spiel mit der Karotti Ist ja bereit für einen kleinen Lore-Dump Danach haben wir erstmal Für die nächste Ich würde sagen Stunde Ruhe Von Dialogen Seid willkommen Ich bin Isha Hüter des Tempels von Argon Diese Botschaft Überdauert man den Tod Und soll denjenigen führen Der sich den Ingen Entgegenstellt Unweit von hier Liegt ein Portal Zum Äther der Finsternis Durch dieses Tor Händurch kannst du In den Schatten Dieses unseres Landes Treten Du sollst einen dunklen Tempel aufsuchen Eine abscheuliche Verspottung Dieses geheiligten Ortes Und den Energieregulator finden Den du suchst Das Tor des Tempels Steht im festen Schutze Dreier Schlösser Die Schlüssel zu den Schlössern Liegen in dieser Region Der Finsternis verborgen Äh im dunklen Äther Deine Suche wird Keine leichte sein Schon die Lüfte Des Äthers der Finsternis Sind todbringender Und stürzen Sind todbringend Und stürzen Selbst den stärksten Waffenbruder Aber nicht mich Ich bin stärker Waffenbruder In den zurückliegenden Schlachten Gegen die Eing Brachten wir Brachten wir Garnitur Leuchtender Kristall In ihrer Welt an Sie überdauern Bis zum heutigen Tage Woher weißt du das Diese Kristalle Spenden sichere Sphären Die dich vor der Unheilschwangeren Atmosphäre Der finsteren Welt Bewahren Dein Übersetzungsmodul Ich kann Spernsteinfarben Der Portale öffnen Hey Ich hab der Theorie gehört Dass Samus eine Frau ist Samus ist ein Waffenbruder Nennst du die Energie Dieses dunklen Tempels Dein eigen So kehre hierher zurück Möge das Licht Des Äthers Ein treuer Diener sein Tschüss Dann gehen wir doch mal In den Unheilschwangeren Äther Aber ja Obwohl es Sinn ergibt Ich lese mir das Zeug Üblicherweise nicht durch Obwohl es viel Sinn ergibt Hatte ich komplett Nicht auf dem Schirm Dass diese Kristalle Die man im dunklen Äther findet Dass die wahrscheinlich Von jemandem aufgestellt Werden mussten Aber die Die Luminoth haben sie aufgestellt Ergibt Sinn Außerdem Captain BlackEye 64 Monate Resub Vielen lieben Dank Prime 3 hat ja ziemlich Felsenlastige Fähigkeiten Man kriegt die Fähigkeiten Von den Leviathan Bossen Ja So dann erkunden wir doch mal Eine Runde Rechts und links An den Ausgängen Brauche ich jeweils Den anderen Beam Um da durchzugehen Dementsprechend Sparen wir uns das einfach Shoutout an die Beam Streamer da draußen Beam war die Plattform Die sich später In Mixer umbenannt hat Aber meine Mama Sagt dazu Throop Ich weiß auch Warum hat die nicht So ein Kristall In der Tasche Keine Ahnung Wahrscheinlich Weil sie keine Kleidung tragen Ich glaube die haben Einfach keine Tasche Vielleicht sind sie Auch einfach dumm Ich glaube hier war Einfach nur die Map Das ist die Karte Nein Das ist der M Israel Container Nehmen wir doch mit Einfach dumm Beste Erklärung Das ist oftmals Eine gute Erklärung Manchmal Manchmal ist das auch einfach Es ist einfach alles Was soll es Erklärung geben Du kannst einfach sagen Keine Ahnung Vielleicht bin ich einfach dumm Was willst du von mir Willst du mir sagen Dass ich weniger dumm sein soll Erbärmlich Die Luminots sind nicht ausgelöscht Zum einen haben wir einen gesehen Der im Tempel noch Der ist ausgelöscht Der im Tempel noch gelebt hat Und zum anderen sind noch welche In so einem Hyperschlaf Die Luminots sind also Im Gegensatz zu den Choso Noch am Leben Ah shit Wir gehen schon direkt In den dunklen Äther Oh 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 Das wird gefährlich Die Weltraumpiraten Machen übrigens auch Richtig viel Oh nein Oh nein Die halten so viel aus Ich mag es Dass sie aber Die dunklen Ink Dass sie sie bekämpft haben Sie wollten auch nicht Davon besessen werden Aber so ist es nun mal Hier muss ich echt Vorsichtig sein Ich habe nicht noch kaum HP Und die halten echt viel aus Und sie machen viel Schaden Schau dir das an Ich habe fast die ersten Au Ich habe fast 100 Schaden genommen Okay Also der Kampf Gegen die ersten paar Ich habe das Gefühl Dass auch wieder so eine Stelle Anfänger Könnten ja Probleme haben Metro Prime 2 Ist generell vom Schwierigkeitsgrad her Ein gutes Stück höher Angesiedelt als Teil 1 Ich vermute das ist auch Ein Grund warum viele Leute Das Spiel nicht gespielt haben Aber lasst mich euch Versichern Ich habe das Spiel Mit 14 Jahren Durchgespielt bekommen Ihr schafft das also Chosos gibt es auch noch In Dread Hier Aber ich glaube Ich glaube die Pachosos Dies gibt es in der Erden Nomaden Es gibt keine mehr Auf ihrem Heimatplaneten Hier dagegen Das ist der Heimatplanet Der Luminoth Und sie sind immer noch hier No Deathrun bis Boost Guardian Ja Boost Guardian Kann Der kann kritisch sein Ich glaube was mir geholfen hat Metro Prime 2 Durchzuspielen Das war Ein der Endzone War eine Komplettlösung Zu der Zeit Spätestens nach Dread Gibt es keine mehr Quiet Robe und Ravenbeak Sind hier drauf gegangen Das Konzept Davon ist doch Dass es noch Ein paar Chosos gibt Die sich auf andere Planeten Niedergelassen haben Ich glaube auf dem Eta Waren auch Ein, zwei Chosos Im Laufe der Jahre Mal unterwegs Ich wollte ja gerade Mit einem Boost Vault durch Aber ich habe keinen Aber von denen ist natürlich Auch nichts mehr übrig Außer Zu Staub zerfen Ich erinnere mich Dass mein Bruder Vom dunklen Eta Und Munition Abgeschreckt war Ja Das mit der Munition Ist ähm Das ist immer so eine Sache Vor allem Das Spiel leistet Keine gute Arbeit Darin zu erklären Was die Beams bringen Und gegen wen sie gut sind Und wie gut sie sind Ich glaube es erklärt Auch nicht zu 100% Wie man äh An Munition kommt Ist an sich relativ simpel Aber ich habe von vielen Leuten Ja mitbekommen Dass sie durchaus Probleme Mit dem Konzept hatten Ich denke das Film Konzept Ist ziemlich gut Aus der Prime 2 Aber es gibt auch Viele Gegner Bei denen weiß man Nicht von welchem Typ Sie sein sollen Mein Favorit Ist Dark Samus Die Schwäche von Dark Samus Ist nämlich nicht Light Beam Sondern Dark Beam Denn sie ist kein Ing Ja 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 Das sind Ja Das sind so kleine Details Wo man sich denkt Äh Äh Wer soll das wissen Sie ist halt ein Wesen Aus der Lichtwelt Ja Auch wenn sie Buchstäblich Dark Samus Heißt Heißt es nicht Dass sie ein Wesen Aus der dunklen Welt ist Oh Das ist die gefährliche Stelle Jetzt gibt es aber Rambazamba Ich habe das Gefühl Wenn man Gegner scannt Sollte es irgendwie Vielleicht eine kleine Kategorie geben Von wegen Hey Der Beam ist effektiv Gegen diesen Gegner So wir haben Morphal Bomben So ich kann das Hier mal eben machen Das Ganze hat sich Sogar im hellen Äther Geöffnet Was für eine Welt Jetzt kennen wir Der dunkle Äther Schon etwas creepy Weil man Bevor man den Dark Suit hat Ist der dunkle Äther Generell super creepy Schaut euch Wie viel Schaden man nimmt Wenn man regeneriert Bisschen Leben Wenn man in diesen Blasen Stehen bleibt Aber oh mein fucking Gott Dieses Spiel Das Spiel macht ernst Es sind keine Gefangenen Kannst ja versuchen Auf dem dunklen Äther Zu überleben Aber Ohne den Dark Suit Ist das wirklich Eine Qual Ich denke es würde Auch ein, zwei Mal Passieren Dass ich einfach An einer Stelle Ein bisschen In der Blase stehe Und Leben regeneriere Ich habe so gehasst Dass man im dunklen Äther So schnell Leben verliert Bevor End of Dark Light Äh Dark und Light Suit Bekommst Ja Metro Prime 2 Fängt deswegen auch Unverhältnismäßig schwer An mit dem dunklen Äther Vor allem das ist eine Sache Die im Laufe des Spiels Immer leichter wird Ich meine Da fühlt man sich Auf jeden Fall stärker Nicht so einfach Hey da Da ist ein großer Die sind nervig Und der hat super viel HP Die Gegner können sich Auch immer zu diesen Pfützen machen Und damit dann noch Woanders hingehen Kann sie auch Angreifen Während sie in den Pfützen sind Ziemlich genau so Die nehmen keinen Extraschaden Und so in der Pfütze Es war nur gerade Zufall Dass er gestorben ist Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh Gott Ich habe so viel Schaden genommen Und ich habe noch So weit einen Weg vor mir Ja der Kampf gegen den War super gut gerade Ingenschoten Das sind übrigens auch Ingen diese Teile Die wurden gezüchtet Damit darin Heilung aufbewahrt wird Das finde ich immer Ein bisschen lustig Seht ihr Obwohl ich Heilung Mitgenommen habe Und sowas Habe ich trotzdem Habe ich trotzdem Schon wieder bei 50 unten Oh Gott Ne ist noch nicht Die nervige Stelle Alles gut Kommt glaube ich Erst später Oh Zeit für ein Bosskampf Der viel zu viel HP hat Jahu Ich verstehe aber noch nicht Wie man gut gegen diese Jäger Im Sumpf kämpft Aufgeladener Darkbeam Und eine Missile Und dann sind die Jäger Tot Also diese Weltraumpiraten Diese Elitepiraten Der Darkbeam Ist das Geheimnis Der Aufgeladene Der ja effektiv Der Eisbeam ist So der Jumpwächter Kann ein bisschen springen Wenn er anfängt Zu springen Ist er erstmal Unverwundbar Was bisschen nervig ist Aber Ja prinzipiell Ist er so Ingen den wir vorhin Schon bekämpft haben Nur hat er noch Die Space Jump Boots Die ich übrigens Gerne wieder hätte So dann wird das Jetzt noch ein bisschen Dauern Ist ein sehr einfacher Kampf Der alte Jumpwächter Er ist ein richtiger Hüpfer Richtiger Spring ins Feld Ich hab wirklich das Gefühl Dass er ein bisschen mehr eachpiert Als er haben sollte Wollen wir es mal Nicht mal wirklich In Gefahr Wenn man in der Blase Da steht Und jetzt sollte er Anfangen nur noch Zu springen Natürlich Unsere aller Lieblingsphase In dem Kampf Auch das hätte schlechter Laufen können Unglaublich Mit einem Schlag Besieg Naja Nicht ganz Ich würde sagen Das sind ein paar Enorme Leistungen Hier aktuell Ich glaub Viel schneller Hätte man den Kampf An dem Punkt Nicht machen können Ich hab gestern Mehr aus Grashüpfern Gesehen beim Spaziergang Aber das ist ein bisschen Beängstigend Weiß ich Ich vertraue Grashüpfern Die sind immer ein bisschen Zu groß Space Jump Boots Jetzt wird gespace jumped Und gebootet Ach hier wären auch Irgendschoten gewesen Hätte ich vielleicht Noch ein paar Missiles Herholen können Naja was soll's Oh das ist der Rückweg Ne wir wollen direkt Den Rückweg gehen Die stelle ich erst Auch ein bisschen shit Die Lichtgegner werden Übrigens auch zu einer Lichtblase Hier muss man Super weit laufen Ohne dass man Eine Blase hat Die einen schützt Davon bin ich Auch nie der Größte Fan Man nimmt einfach So viel Schaden Schau euch das an Ist immer wirklich Was passiert Oder so Ich hab schon So viel Schaden Genommen wieder Oh Gott Ich werde nicht Zertreten Das muss ja seltsam Auszusehen haben Wie ich da lang Gelaufen bin Ich hoffe Dass du die Grashüpfer Nicht zertreten Wolltest Ist bisschen Ein bisschen komisch Das mit Absicht Zu machen Uh Grashüpfer Ups 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 Tja Da könnt ihr wohl Nicht mehr so gut Hüpfen Jetzt Oh was ich gerade sehe Der Boostwächter Ist auch anstrengend Weil du Trotzdem Darksuit Leben verlierst Ja der Boostwächter Ist auch ziemlich Shit Er geht Wenn man ein bisschen Den Lightbeam Einsetzt Aber Ich bin ein bisschen Erstaunt Wie oft sie das Mit dem Zu einer Tür Zeigt Zu der man Hin muss Machen In dem Spiel Ist eine Sache Die sie in Darksiders 1 Auch sehr oft Gemacht haben Wenn man irgendein Rätsel Gelöst hat Danach Dann kommt die Kamerafahrt Zur Tür hin Denkst du dir so Ja ich weiß Ich habe gerade Das Rätsel gelöst Um die Tür zu öffnen Du musst mir nicht zeigen Dass die Tür Sich jetzt in der Tat Geöffnet hat Das Kind habe ich immer Ameisen mit Kreide Angemalt Angemalt Weil ich zu dumm War die zu verstehen Was ich eigentlich mache Bist du Ameisen mit Kreide Angemalt Hä das geht doch Gar nicht Du zerquetschst Die doch dann Einfach nur Aber ja Ich habe auch Viel Ameisen geärgert Ich meine Ich habe auf dem Dorf Gelebt Die ersten Neun Jahre Meines Lebens Man hat ja nichts Zu tun Da denkt man sich Oh Da ist ein Ameisenhaufen Grabe ich ein bisschen Was weg Und kippe ein bisschen Wasser rein Mal schauen wie sie Darauf reagieren Warum gehe ich diesen Weg hier entlang Ja ich bin komplett Falsch gerade Naja Das Kind hatte ich Spaß mit einer Lupe Und Ameisen Ich habe auch mal Das mit der Lupe Versucht Weil man davon gehört hat Zum einen Natürlich Man bekommt kein Papier Damit angezündet Denn das Papier Reflektiert das Licht Logischerweise Viel zu sehr Aber Weil man kann Mit dem Mit dem gebündelten Sonnenlicht Auch auf seine Haut Leuchten Und das brennt Da aber ganz schön Das brennt da aber Licht hallo Du hast nicht gecheckt Dass du die Ameisen Zerquetscht hast Das ist eine Leistung Ameisen sind für den Krieg geschaffen Wenn sie nicht gerade Von Menschen Massakiert werden Dann bekriegen sie Sich gegenseitig Das sind einfach nur Geborene Soldaten Buchstäblich Und dann gab es Im Sommer hin und wieder Den einen komischen Tag An dem die Ameisen Flüge bekamen Dann auf einmal Sind da super viele Ameisen mit Flügen Unterwegs denkst du Was Was ist diese Welt In der ich lebe Was ist hier los Ich glaube Irgendwann hätte ich Mein Leben ganz gerne In den Garten wieder Damit ich Ameisen Mit Kreide anmachen kann Das ist übrigens Auch ein Weg Ich habe das Gefühl Diese Stelle Sehr viele Leute Das Spiel spielen Brauchen lange Um das zu finden Ich habe zumindest Lange gebraucht Außer Maxcalius Hat Infinite Der Sub Gegiftet Vielen, vielen Lieben Dank Vielen, vielen Lieben Dank Und ja Aber da habe ich Aber da habe ich natürlich Gleich mal Spezialkandidaten Hey Die Magnetschienen Hier sind übrigens Die funktionieren Die funktionieren noch gar Die funktionieren noch gar nicht Das gehört zu den Absolut Grundlegenden Randomizer Basics Würde ich sagen Dann schnieken wir mal kurz hin Und das portal Zündung Zündung ist generell keine gute Idee Das ist ein kleiner Hinweis Schönes Glas Es wäre schade Wenn damit was passiert Och Die herrlichen Scheiben Einfach zerdeppert Das ist für jedes Kind Hat der Oh, oh Darksamos Jedes Kind Hat der Irgendwann Eine Zündelfase Das Tor Wurde geöffnet Ich nicht Ich meine Vielleicht Vielleicht ist es besser so Wenn manche Leute Keine hatten Schere, Messer Feuer, Licht Sind für kleine Kinder Nicht Yeah Auch wenn ich Auch wenn der Lichtteil Mich dabei immer Irritiert hat Ich schätze Es gab Kinder Die das Bedürfnis Hatten Glühbänden anzufassen Weil mir fällt gerade auf Ich kenne das Sprichwort Anders So wie ich es kenne War Messergabel Schere, Licht Und nicht Schere Messer, Feuer, Licht Warte, da sind Metroids Shit Ich habe als Kind In Tischkanten Gebissen Das ist eine dämliche Idee Das sind aber nicht einfach Irgendwelche Metroids Das sind spezielle Metroids Die sind rot Was bist denn du? Metroid Objekt leidet An Nahrungsmittel Vergiftung Ich wurde Zahlreiche Leckereien Für Haustiere So wie Warte So wie Für Haustiere So wie Rationen Der Weltrundpiraten Verabreicht Diese Nahrung Entspricht nicht seinem Verdauungssystem Das ist so ein Fick-Weltrundpiraten Die Metroids Haben Die Metroids Haben eine Lebensmittelvergiftung Könnt ihm nicht Einfach Hundefutter geben Sorry Du bist mir geworden Ich bin Tischler Und bin der Freiwilligen Feuerwehr Das mit der Tischkante War dann wohl Das war auf jeden Fall Denke ich Ganz klares Zeichen Für die Zukunft Ich glaube Licht ist Für die Kinder Die am Lichtschalter Stehen und an und aus Machen Weil sie es lustig finden Und dann das Licht Ausgeht Ne ich weiß Ich denke es war wirklich Wegen Glühbirnen Ich meine Die waren früher Diese Empfindlichen Glasteile Die natürlich Leicht kaputt gehen Zum einen Und zum anderen Natürlich auch Sehr viel Hitze erzeugen Heutzutage Natürlich Weniger ein Faktor Aber zu meiner Zeit Da konntest du dir Eine miese Verbrennung An der Glühbirne zuziehen Das kann ich euch versprechen Ja ich meine Strom Generell natürlich auch Ich habe in der Glühbirne Fast meinen Teppich Abgefackelt Wisst ihr jetzt Wo ich es wieder so spiele Zum direkten Vergleich Metroid Prime 2 Ist schon besser Als Teil 1 Wusstet ihr das? Wusstet ihr das schon? Das heißt wie mal ein paar Sachen runter Äh Bahn Fun Fact Prime 2 Ist besser Ja Ist ein Fun Fact Vielleicht steht das Licht auch dafür Dass man der Sonne Nicht zu nahe kommen soll So wie dieser Icarus Dieser Trottel Mit seinen Wachsflügeln Icarus hat sein Glück Herausgefordert Sakura hat sich dann noch Erbarmt ein Spiel aus ihm zu machen Aber ansonsten war es das Du erinnerst deine Meinung Auch jedes Mal? Nein das stimmt nicht Ich spiele manchmal Zeitweise Prime 1 lieber Weil es optisch Abwechslungsreicher ist Und die Musik Äh Bisschen aufregender Aber Ich denke ich habe nie was dagegen gesagt Dass Prime 2 Das bessere Spiel ist Zumindest würde mich das Doch sehr wundern Wenn ich dagegen was gesagt hätte Zur Öllampe Habe ich noch eine Brandheiße Story Was ist die Brandheiße Öllampe Story? So ein Ölbrand Ist natürlich eine Sache Die ganz besonders schön ist Das kann beim Ölbrand schon schief laufen Ich glaube ich mache die Kiste noch auf Ich hätte gerne ein paar Missiles Dankeschön Das ist genau der Stoff Den ich mir gewünscht habe Ich habe noch nicht ganz verstanden Warum hier fleischige Höhlen sind Aber Wir ignorieren das einfach mal Einfach Wasser draufkippt Da geht das Feuer aus Ja Pusten und da Wasser draufkippen Eins von beiden löst das Problem Wir haben das Lampenöl auf einem Ameisenhaufen gekippt Und dann mit Wunderkerzen entzündet Mit Wunderkerzen? Das ist aber kein sicheres Feuer Gott ich hasse Wunderkerzen Riech nach Scheiße Und die Laser sind aus Was hast du gegen fleischige Höhlen? Ich erwarte sie üblicherweise nicht in einer Militärbasis Ich war immer ein großer Fan von den guten alten Entweder Knallfrösche oder was noch besser war Ich weiß nicht mehr wie die heißen Das sind diese kleinen Teile Die sind in Papier eingewickelt Und du wirfst sie einfach auf den Boden Und dann machen sie Knack So eine kleine Mini-Explosion Einfach nur mit der schieren Wucht Mit der man sie auf den Boden wirft Ich weiß ja nicht mehr wie die heißen Knallfrösche waren natürlich immer ein bisschen größer Aber Kleinen Teil fand ich auch unterhaltsam Knallerbsen Genau Knallerbsen Das war der Stoff Vor allem waren die auch sehr ungefährlich Das war auch ganz nett Samus Ich als Metroprime 2 Echoes Muss dich darum bitten Das augenblicklich sein zu lassen Ich hab dir mal den Fingern zerdrückt Jetzt werd ich mal Samus in den Fingern zerdrücken Das war auch einer der Einer der Bonuspunkte Der in der Endzone Von Metroprime 2 Hervorgehoben wurde Dass sie sehr viel mehr Cutscenes haben Als noch Teil 1 Oder wie sie in der Endzone Immer zusammenpflegten Zwischensequenzen Ich mag es nicht, dass Samus Manchmal diesen Bullshit-Schild gegen Missiles hat Haben wir hier ein paar Fans Von Zwischensequenzen Als Begriff Ich bin nämlich keiner Aber ich hab's damals immer gesagt Hab ich für so clever gefühlt Ich hab glaube ich gerade zum ersten Mal gesehen Dass man ihren Massenschuss Einfach mit einer Missile Sie da rauscanceln kann Ich hab bei Filmen gesagt Ja, ich denke Video ist ein passenderer Begriff Aber ja, mit Zwischensequenzen Hat man sich immer sehr clever gefühlt Phase 2 Man kann ja keinen Schaden machen Während sie in der Luft schwebt Sie hat einige Unverwundbarkeitsphasen Hier aktuell Au Was ein bisschen belastend ist Ich glaub sie wehrt jetzt auch alle Missiles ab Ich glaub das Blaue was sie hat Ist in der Sinne der Missileschild So gut als Timing gut abpasst Wenn sie aufsteht Dann direkt Kann man hier in der Phase Mit Missileschild machen Ich bin mir gerade Ah Unsicher Ich glaub aber nicht, oder? Nein, wenn sie das macht Wahrscheinlich Yeah Geh weg Oh, wir haben sie gleich Ja klar Okay War das Timing einfach immer nur scheiße Erholungspause Die sehen wir nicht mehr wieder Tschüss Samos War ein guter Kampf Es ist ein ganz netter Kampf So ein Duell Bieten die einem auch nicht In Metroid Prime 1 Dann holen wir uns doch mal Unser nächstes wichtiges Upgrade Und zwar der gute alte Dark Beam Den ich früher nicht gerne eingesetzt hab Aber Er ist natürlich gegen Gegner Des sehr hellen Aethers Sehr effizient Was einem auch nicht ganz erklärt wird Aber Das ist so Im Spiel ist das Prinzip Dass Gegner vom dunklen Aether Natürlich eine Lichtschwäche haben Und Gegner vom hellen Aether Eine Dark Beam Schwäche Das heißt Der Dark Beam macht gegen die dann Super viel Schaden Das wird also ganz aufregend Ich freue mich Ob wir Dark Samus Irgendwann wiedersehen werden Im Laufe der Metroid Prime Reihe Naja Und natürlich das Wichtigste Was der Dark Beam kann Portale öffnen Zum dunklen Aether Der Dark Beam ist der Eisbeam In Prime 2 Ja Prinzipiell ja Aber im Gegensatz zum Eisbeam Ist er tatsächlich gut Oh hey Hier sind die ganzen Weltraumpiraten Bioscan abgeschlossen Objekt weist vielfache Panzerungsschäden auf Körper wurde der lokalen Atmosphäre Ausgesetzt Der daraus resultierende Schock Hat zu mehrfachen Organversagen Und schließlich dem Tod geführt Mies Bioscan abgeschlossen Rückgrat des Objekts wurde durch Aufprall mit hoher Geschwindigkeit Zertrümmert Durch die Attacke wurde das Objekt Schwer entstellt und geschwächt Die folgenden Attacken Haben schließlich zum Tod geführt Oh das sind hardcore Diese Scan Einträge Wenn man sich mal die Mühe macht Sie zu lesen Das lief auf jeden Fall Nicht gut für die Weltraumpiraten Für mich läuft es auch nicht gut So man will das wegmachen Machen wir das Und her Hier ist ein Kristall Der erleichtert mein Leben ungemein Und manchmal ist auch einfach Eine Blase wegen Das finde ich ein bisschen dumm Dass manchmal so Blasen auch da sind Obwohl da nichts ist Wie da vorne zum Beispiel An sich würde es Sinn ergeben Wenn sie um ein Ich meine jetzt wahrscheinlich Weil hier ein Portal ist Aber es ist nur Es geht nur in eine Richtung Es ist kein Helles Kein Lichtportal Ich habe das Gefühl Da sollte keine so Schutzblase sein Okay Das ist alles was ich dazu sage Das Portal gewesen Vielleicht ist da ein Dimensionslag Wahrscheinlich Die mögen Felsenexplosionen Nicht so sehr Hey wenn es mit dir passiert Der hat es weiter geschafft Objekt erlitt Befall durch Parasiten Als es zum Herzversagen kam Der massive Schock Für das Biosystem Führte zum Tod Das Objekt So wie das Parasiten Oh mies Aber ja Lieb nicht gut Für die Weltraumpiraten hier Keine gute Erkundungstour Ich glaube hier sollten auch Alle gestorben sein Ausnahmslos Hey hier ist ein Portal In den hellen Äther Hier muss man auch wieder Ein bisschen vorsichtig sein Diese ganze Ohne den Ohne irgendein Schützen Anzug unterwegs zu sein Nummer ist gefährlich Überstinken Wenn ich ein Herzversagen habe Die anderen hatten Komplettes Organversagen Das heißt Ich würde sagen Der mit dem Herzversagen Der ist noch gut davon gekommen Der hat nur ein Organ versagt Bei den anderen Direkt mehrere Und das ist eine peinliche Nummer Was mit euch Objekt hat eine Reihe Schwerer Verbrennungen Die durch Felsenbestrahlung Verursacht wurden Schockwirkung Dieser Verwundung Hat zum Tod geführt Brustpanz des Objekts Wurde durch mehrere Energetische Treffer Beschädigt Energiereiche Treffer Beschädigt Und danach von einer Scharfen Waffe durchbohrt Objekt verendete Infolgedessen Von einer scharfen Waffe durchbohrt Wer hat denn Den Weltraumpiraten Gekillt Ich schätze Die Splinter Irgendwie können Wenn sie Können mit dem Arm Zuschlagen Vielleicht sieht das Als scharfe Waffe Aber ja Keine Ahnung Wer den Gekillt hat Teamkill Oh Weil der andere Vielleicht ein bisschen Besessen wurde davon Das kann gut sein So die Stelle Mag ich auch nicht Wir haben nämlich Ein bisschen Felsen Da unten Und da Will man nicht rein Das tut weh Dann suchen wir mal Nach ein paar Schaltern Wie steht hier zu Leuten Die Hebel und Schalter Beziehungsweise generell Leute die Hebel Schalter Nennen Hauptsächlich im Kontext Von Videospielen Natürlich Ich denke Das ist sehr daneben Es gibt Hebel Und es gibt Schalter Und es gibt eine Sache Wo ich immer Äh Ebenfalls im Kontext Von Videospielen Bisschen dumm bin Und irgendwie Erstmal ein paar Momente Brauche Um den Unterschied Zu erkennen Wenn wir in Videospielen Von Leitern Und Treppen reden Ich sage einfach Grundlegend Immer das Falsche Ich kann mir nie merken An dem Punkt mehr Was ein Was ein Leiter ist Und was eine Treppe Wenn ich eine Treppe Im Videospiel sehe Dann sage ich Oh Eine Leiter Ja Alle sind auch schwer Objekt hat zahlreiche Tödliche Wunden In der Rückenpartie Die allesamt Von Waffen Der Weltraumpiraten Stammen Die Eliteeinheiten Der Kommandopiraten Führen solche Hinrichtungen Oftmals als Strafe Bei Feigheit durch Was Oh Die sind Hardcore Hätte ich Scheiße gehört Der wurde von seinem Kommandanten Hingerichtet Man sollte die Welt und Piraten Besser nicht Für schwach halten Apropos BP Bei uns im Dorf Im Dorfhafen ist 2011 ein Tankschiff explodiert Was ist ein Dorfhafen Es gibt Warte Das Teil werde ich nicht aktivieren Sonst ist nämlich alles voll mit diesen Motten Welches Dorf hat den Hafen Wie komme ich hier raus Oh nein Ich bin hier noch nie runtergefallen Oh nein Wie komme ich hier weg Oh nein Oh nein Oh nein Das war Das war gar nicht gut Ein Hafen im Dorf Ich stehe schon Wer liegt in dem Dorf an Hey Da sind ein paar kleine Ingenraumschiffe Bisschen am Raumschiff Fischer Hm Ich meine Wahrscheinlich Es wird schon kleinere Hafen sein aber trotzdem Hafen für ein Dorf Das ist Da hat sich jemand was gegönnt Wir haben auch nur einen Hafen wegen der Erdöl Raffinerie Okay Und hallo liegt Bär Der gute alte Leitbeam Jetzt haben wir sie beide Jetzt kenne ich Gegner vom dunklen Äther mit dem Leitbeam killen welche vom hellen Äther mit dem Dark Beam und wenn ich irgendwelche Kisten mit dem Dark Beam angreife bekomme ich Light Beam Munition und wenn ich sie mit dem Light Beam angreife bekomme ich Dark Beam Munition Es sind Ying und Yang Licht und Schatten Wir haben einen Hafen mit 15k Bewohnern und er wird nicht mehr wirklich benutzt industriell Ja aber 15.000 ist ja schon lange eine Stadt ist ja kein Dorf mehr Bis wie viele Einwohner geht ein Dorf Und übrigens man kann auch diese Teile ein bisschen aufladen und Gegner die die berühren werden instant sterben Hä das sind die komischen Augen die nie wieder im Spiel auftreten werden Stadt ist ab 50k was Ab 100.000 ist eine Großstadt warum sollte eine Stadt mit 50.000 anfangen was Warst du schon mal in einer Stadt die keine Großstadt ist Stadt fängt fängt da 50.000 an Stell dir vor du hättest vergessen die zu scannen das wäre unangenehm So wir werden jetzt hier rüber gehen hier kommt ein nerviger Kampf das heißt darauf freue ich mich schon sehr willst mich angreifen Ab 5000 gilt man als Stadt hätte ich auch geschätzt sowas in der Richtung scheint mir eine sinnige Menge zu sein also den Schlüssel hätte ich gerne den brauche ich nämlich um den Boss zu erreichen meine Freunde und jetzt werden wir ein paar Ingen bekämpfen sie tatsächlich zu bekämpfen ist sehr nervig deswegen werden wir ein bisschen die Blasen overchargen wenn sie da aus welchen Gründen auch immer rein rennen oder so sind sie instant tot komm schon ich erwisch das da drüben nicht greif mich an ich meine wir müssen auch nicht wir können auch das so machen Lightbeam ist natürlich generell sehr effizient gegen die Ingen aber die Blasen die die instant killen sind natürlich noch effizienter da ist ein bisschen Lightbeam Munition für mich stirbt mal da vorne ist einer komm schon nein zu spät oh mies wünsche ich hätte die Blase noch aktivieren können ich dann könnte man sich auch brennen wenn man sie mit dem gechargten Lightbeam erwischt aber das Glück hatten wir gerade nicht und hey das war's start beginnt bei McDonald's kleinstadt ist unter 20k landstadt ist 5k dann haben wir definitiv weniger als 15k vielleicht waren es 1500 ich habe das Gefühl du solltest Unterschiede zwischen 1515.000 einwohnern ich habe das Gefühl das sieht grundlegend unterschiedlich dann aus aber ja wenn es nur einen Dorpladen oder so gab dann wird es wahrscheinlich die 1500 gewesen sein Landstadt ist auch komischer Begriff keine Ahnung wie oft Leute den verwenden ich verwende den auf jeden Fall nicht und ich kann bisher ganz gut durch mein Leben so ich suche jetzt nach dem Portal das ist zu meiner Linken mein Gymnasium hatte allein über 1000 Schüler und wir hatten drei große Gymnasien willst also sagen du hast auf dem Dorf nicht auf dem Dorf gewohnt außer von Valimorgulis zehn Monate resub vielen lieben dank es ist nicht wirklich nötig hier reinzugehen aber wenn wir schon mal da sind können wir ein bisschen Munition auffüllen Ausmaß von 1000 Leuten zu 15.000 sollte man welch merken ja und raus so wir kamen gut voran ich glaube als nächstes gehen wir schon zum ersten richtigen Bossgegner oder oder aus dem Detralor drei Monate resub und der Jack the Bunny frischer sub vielen lieben dank wir werden natürlich noch ein Munitionsupgrade mitnehmen mitnehmen selbstverständlich da gibt es ja keine Zweifel dran also ich will hier nicht wirklich sein aber wir gehen einfach mal weiter ich glaube ich hätte doch nicht woanders rauskommen können das hat schon gepasst Missile Container kann ich auch noch mitnehmen auch wenn Missiles in dem Teil natürlich nicht mal ansatzweise so wichtig sind wie in Teil 1 jedoch muss man sagen super Missiles schmeckt da trotzdem richtig rein auf meinen Ort haben wir auch eine Schule mit 1000 plus Schülern weil die ein Einzugsgebiet hat was mehrere Gemeinden umspannt ist also nicht üblich ja unüblich dass in kleineren Orten oder Städten solche Schulen sind man ja Rosenschüler ist trotzdem nicht so wenig außer 100 Bits von Jack the Bunny äh viel viel lieben Dank viel viel lieben Dank so dann gehen wir doch mal weiter ja ich glaube wir gehen wirklich als nächstes dann direkt zum Boss rüber kommen wir ja wirklich gut voran nö 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 bitte nicht Metroids ich hasse es dass Metroids in dem dass Metroids in dem Spiel immer das sind sehr kleine Metroids dass sie immer ihre komische blitzphase haben wo sie keinen Schaden nehmen das ist so nervig Darkbeam leistet natürlich Gute Arbeit Kämpf gegen sie, damit wir es mal gesehen haben Damit ich es danach nicht mehr machen muss Jetzt haben wir es mal gesehen und wir müssen gegen keine Metroids mehr kämpfen Ein bisschen Munition bitte, dankeschön Mr. Container, bitteschön Nie wieder Ich meine, man hat echt nicht so viele Gründe Gegen Metroids zu kämpfen in dem Spiel Das kleinste Dorf besteht aus sieben Männern und zwei Frauen in Deutschland Oh Gott Das kleinste Dorf der Welt Das kleinste Dorf Deutschlands Sondern es ist trotzdem so eine Salami Party Oh mein fucking Gott Wahrscheinlich sind die dann auch noch alle miteinander verwandt Einfach kein Spaß erlaubt Können auch einfach im gleichen Haus wohnen Oh, ist der Grenadier jetzt schon da? Ist der Grenadier hier? Oh, zwei Schüsse Träumchen Ich glaube der Grenadier ist hier Auch Der Grenadier ist hier Chance ist groß Na, ich habe das Gefühl Wenn man im kleinsten Dorf Deutschlands wohnt Dann hat schon Ich sage, okay Jeweils ein Mann und eine Frau wohnen zusammen Und die anderen drei sind einfach nur Ein Single-Haushalt Ich meine, wenn du so einen kleinen Dorf Ich meine, kommt drauf an, wie es gelegen ist Ich habe mir vorgestellt, dass da auch Dass es eh keine Infrastruktur und sowas wirklich geben wird Soll das schon relativ günstig sein Dann kann man sich auch ein eigenes Haus gönnen Dirfeld heißt das Dorf So, und jetzt Willkommen im Geschützturm Gibt es diese komischen Sprengcontainer Die man wegsprengen will Man kann auch die Teile wegsprengen Das mache ich jedes Mal, weil die mich sauer machen Da hinten ist noch eins Aber jetzt wurde es persönlich Für die Weltraumpiraten Jetzt machen sie das nicht mehr lang mit Und wollen mich ausschalten Leider bin ich am Geschütz und sie nicht Und sollen wir gewonnen Ich dachte früher immer, dass man der stellt Dass man, um das Upgrade da hinten zu holen Dass man dafür erst die Screw-Attack braucht Aber ist natürlich sehr viel einfacher Toll Spiel, ich war als jünger Bub Zu dumm, um es allein durchzuzocken Aber klug genug, um mir eine Komplettlösung aus dem Netz zu ziehen Ja, ich hätte die Komplettlösung Direkt in der Endzone Container für B-Munition erhalten Hooligamie ist das Zauberwort Oh nein Schau ich an, wie viel Munition ich habe 100 Schuss von beiden Arten Was? Bisschen frustrierend in dem Spiel Ist nur, dass man nie wirklich Sinn bekommt Beide Beams aufzuladen Also, einer von beiden ist Einen von beiden bekommt man gut voll Aber bei dem anderen fehlt immer mindestens ein Schuss Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend So, warte, ich habe einen von diesen Schlüssen geholt Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind Weil ich weiß, wo einer ist, aber Wir gehen einfach mal vor und sehen, was passiert Oh, wenn du 10 Tanks hättest, was schon lustig ist Ja, ist ein bisschen nervig Außerhalb von Lemmy 96 Sieben Monate Resub, wie wir lieben Dank Gab es nicht Munition-Ladestationen? Ja Aber sobald du nach der einen Schuss vergeben hast Dann ist wieder Dann wird es wieder eine Qual Beides voll zu bekommen So, wir wollen hier auf jeden Fall hin Ich überlege gerade, wo ist denn der andere Schlüssel? Der sollte eigentlich nicht so schwer zu finden sein Hm Naja Ich meine, habe ich schon zwei Schlüssel? Ist das eine Sache? Inventar Gott, dieses Menü ist so grauenhaft Diverses Schlüssel zu dunklen Tempeln Dunkle Argon Ich habe schon zwei Sag mal, wo war denn der erste Schlüssel dann, den ich mitgenommen habe? Warum habe ich den so komplett vergessen? Gerade auf Google Maps geschaut Tierfeld hat nur eine Zufahrtsstraße Und besteht aus drei Häusern, wenn ich das richtig gesehen habe Okay Aber warum zählt das überhaupt als Dorf? Ja, ich habe das Gefühl Wenn es drei Häuser sind, dann sollte es nicht als Dorf gelten Ne, ich habe keinen vergessen Ja, ich habe die zwei dabei Der erste war in dem Raum, in dem dunklen Nähte, nachdem du den Darkbeam hattest Ich habe echt gerade keine Ahnung mehr Ich weiß, dass hier gleich der nächste ist Hm Lüge mal eben danach Ja Manchmal, wenn man eine Landstraße entlang fährt Sieht man nämlich auch so komische So Bauernhof-Ortschaften Die irgendwie so eine Art Ortsschild haben Mit einem super generischen Namen Aber da sind nur irgendwie Keine Ahnung, ein Haus oder so Alle Schlüssel gesammelt Zeit für den ersten Bosskampf Ich liebe übrigens diesen Raum Das ist der kleinste Raum Der Metroid Prime Trilogie, okay Und schaue ich die Karte oben rechts an Schaue ich an, wie winzig der Pfeil da oben rechts ist Das finde ich lustig Und jetzt gehen wir in den nächsten Raum Rob Der proportional ist der Pfeil in gute Stücke wachsen Das ist natürlich eine klassische Stelle Um kurz ein bisschen stehen zu bleiben Und Leben zu farmen Also im Portalraum vor den vielen Ängste Ach ja, stimmt, der war Oh, da wo man zuerst mal reinkommt Natürlich Bekommt er zwei Schlüsse direkt auf einmal Warum habe ich den vergessen? Der liegt immer Ja doch Ich erinnere mich wieder Okay Ich mag den Bosskampf sehr viel mehr als Flagra Der Bosskampf ist ja ähnlich wie Flagra Aber er ist sehr viel actionreicher als Flagra Und hier kann Eventuell werden wir das sehen Amorbes kann mit einem Angriff So ein Kristall ausschalten Und das ist ein Effekt Den man sonst nur bei diesem Kampf sehen kann Yeah, die Boss aus Prime 2 sind generell sehr viel besser als Prime 1 Der Ort entstand aus einem Jagdhaus Das die Grafen von Manderscheid im 16. Jahrhundert errichtet hatten Und seitdem ist das so Das ist wie die Entstehungsgeschichte von Lichtenstein Das ist irgendwie von so einem komischen Grafen aus Wien oder so Einfach sein Keine Ahnung Sein Urlaubsort oder so Und das hat dann irgendwie gezählt Oh, dann ist es so geblieben So, ich werde den jetzt noch normal machen Danach werde ich auf den Lightbeam umsteigen Und das wird mir langsam zu blöd Kann ich das Zeug bitte haben? Dankeschön So, Amorbes Oh, da ist ja der einmalige Effekt Seht ihr das? Auch auf die Kugel Das kann man nur hier zu sehen bekommen Ich fahre da nachher hin Das sind nur zwei Stunden von mir Oh ja, jetzt zum Siebeneinwohnerdorf fahren So, der, den habe ich sauber ausgezogen Ne, komm mal ein bisschen bei mir in der Gegend rüber Amorbes War ein Fantreff mit dir fällt Die werden sich bestimmt freuen So, den Kopf kann man auch mit einem Schuss kaputt machen Mit einem aufgeladenen Bei dem Kampf ist es natürlich enorm von Vorteil Wenn man bereits die Munitionserweiterung hat So habe ich all die Lightbeam Munition Die ich mir nur wünschen kann Und jetzt kommen wir zu Phase Nummer 3 Das ist das gleiche nochmal Ist nur mit drei Würmern Ich wünschte, ich würde einen sehen Naja, zu weit weg Den erwische ich Ist ein bisschen nervig im Spiel Als wenn man einfach nur seinen Beam chargen will Dass dann automatisch ein Schuss erstmal abgefeuert wird Das ist eine Sache, die ich sehr am Metroid Prime Remaster kritisiert habe Fällt gerade auf, dass in Prime 2 einfach auch so Oh, du solltest Ja, du solltest ein bisschen Das kleinste Dorf Deutschlands gehen Ein bisschen Nordic Walking betreiben Schöner Stock Nicht wenn du hintereinander schießt Ja Aber wer macht das denn? Apropos, wer macht das denn? Wir haben gewonnen Der Macher hat es gemacht Wenn man Amorbis besiegt hat Dann ist man im Metroid Prime 2 offiziell angekommen Samus, hättest du dich nicht auf den Boden legen sollen Wenn du eine Explosion erwartest Statt den Arm vor deinem Gesicht zu halten Aber wie auch immer Und wir bekommen den Dark Suit Der designtechnisch ein bisschen cool ist Aber ein bisschen auch nicht Ich weiß nicht Wie stehe ich zum Dark Suit? Also designtechnisch Spielerisch ist er super hilfreich Wahrscheinlich hilfreicher als die anderen Suits Aus allen Spielen, die man bekommt Generell die Prime 2 Suits Sind so viel hilfreicher als die anderen Denn man verbringt viel Zeit im dunklen Äther Na, der Dark Suit ist schon ziemlich cool Suit Ranking Ne, die aus Prime 2 würden ganz oben landen Schau ich an, wie viel weniger Schaden ich jetzt nehme In der Atmosphäre Ich bin quasi unsterblich Deswegen werden wir diesen Suit jetzt auch so ziemlich Für den Rest des kompletten Spiels behalten Und er ist komplett am Ende Als letztes Item Noch einen anderen bekommen Der Light Suit ist ganz cool Weil er ein paar eingebaute Taschenlampen hat Die haben sogar einen Bürgermeister Was macht der Bürgermeister Bei sieben Leuten? Gehst du zum Nachbarn und sagst Oh ja, der Manfred, der macht Bürgermeister Wie hoch ist... Weißt du, wie hoch ist der... Ist die Wahlbeteiligung Zum Bürgermeister Ich habe übrigens die Energie vom dunklen Äther mitgenommen Die bringen wir jetzt zum hellen Äther rüber Die Gemeinderate Die Dierfeld besteht aus 6 Ratsmitgliedern Okay Auf für den nächsten Level Die Wahlfälschung muss interessant dann ablaufen Also bei so vielen... Also bei so... Bei so wenig Stimmen Da jemand, der die Macht will Der betreibt doch bestimmt Wahlfälschung, oder? Mochte nie, wie der Morphball aussieht bei dem Suit Ja, der Morphball sieht ein bisschen... Ja, ja, er ist nicht so cool Grüßt euch, Jungs Ich habe euch, glaube ich, noch nie bekämpft Das mache ich auch jetzt nicht Gott, tschüss, ne? Wann gründen wir das Smoggy-Dorf? Ich weiß nicht Ich glaube, es ist einfach nur eine Sekte an dem Punkt dann Wahrscheinlich viel Väter in Wirtschaft Wollte ich von ausgehen Wenn es nur drei Häuser sind Ich glaube, ich würde das Leben wäre Wenn du Besties mit dem Bürgermeister bist Letztens, da war der Bürgermeister bei mir zu Gast Zum Grillen Zählt gerne ein Dorf auch als Dorf? Äh, für mich ja Ja, Leute sind sich da mal uneinig Sie erzählen mir auch jedes Mal aufs Neue, dass In Tears of the Kingdom, dass da das Gendor vorkommt Das gar nicht lahm ist, weil wir hatten Gendorf Davor zuletzt in Twilight Princess Aus dem Jahr 2008 Wann auch immer das rauskam Denn ansonsten Zwischenspielen hatten wir ja Demise Und Ganon Aber nicht gerne ein Dorf Und das sind grundlegend unterschiedliche Charaktere Also verstehe ich auch nicht ganz, warum jemand sagen würde Dass man immer nur gegen den gleichen kämpft Oh, das sind das meine Jedes Mal, wenn dazu jemand geschrieben hat Ist irgendwas in mir gestorben Ah, es sind natürlich andere Charaktere Sieht bei dem Bürgermeister öfter als die eigene Familie Ja, wahrscheinlich Ich habe noch nie bei einer Bürgermeisterwahl Äh Wirklich mitgemacht Manchmal kommt ein Brief und ich denke mir Das ist mir so fucking egal Es ist mir so egal Es ist mir egal, ob er von der SPD oder der CSU ist Deine Stimme zählt Nein, es sieht nicht so aus Als ob irgendeine Sagwürdige Partei gewinnen wird Also, was interessiert es mich Ist das nicht einfach Kommunalwahlen? Ich habe keine Ahnung Ich glaube ich bekam mal irgendwas spezifisch Wem Bürgermeisterzeug Kann sein, dass ich einfach nur falsch liege Würde mich nicht wundern Willkommen Edoban Und wie weit hast du geschaut? Ich habe Ich habe gehört Du hast gestern den ganzen Tag verbracht Um Evangelien weiter zu schauen Wir hatten einen von der Partei Seine Wahlplakate machten alle Anspielungen Darauf, dass er aussieht wie Harry Potter Er war nicht der Letztplatzierte Weil zwei Weil zwei andere einfach nur mürrische alte Säcke waren Die nur mit Waden Diverse Schilder abzuschaffen Ah Gott Fucking Wahlplakate Da habe ich gar keine Lust drauf Wahlplakate sind immer so belastend Das ist einfach noch richtig nervig Das ist alles voll Damit du denkst Ach komm, halt doch die Schnauze Hab gestern noch bis Folge 21 geschaut Schau heute weiter Oh shit Bis Folge 21 Oh das heißt Bei dir gehen dann die wilden Folgen los Die letzten zwei Folgen sind ein Erlebnis Imagine Animes schauen Du bist nach einem Anime Charakter benannt Ich muss ja gestehen Folge 5 bis 17 fühlen sich sehr mit an Was zum Fick erzählst du da? Fand Evangelien mit Okay Ich meine okay Ich schätze den Stamm von Kammern vertreten Schreibt heute Abend wirklich durch Und wenn du durch bist Dann wirst du sowieso nur noch Wegen einer gewissen Sache schreiben Und die ist das Ende Ah ja den Film musst du auch noch schauen Das stimmt Das Ende ist nämlich ja komisch Geht der Film 90 Minuten Ja Und das Cover von dem Film Hat wahrscheinlich das Das härteste Bild Das du jemals sehen wirst Ich meine das wo Shinji vor Vor diesem Blutmeer Steht Es ist ein Alternate Ending Wenn ich das richtig im Kopf habe Und das viel bessere Ende Oder so Ich sag es mal so Eins davon Eins davon fällt relativ schwer Als Ende zu bezeichnen Eins davon weiß ich nicht Ob ich es Ende nennen könnte Ich sag aber schon mal Herzlichen Glückwunsch Adam und Eva war by the way Für mich so Ob wir es meint Blau Das ist ja normal Für gewisse Lillen So zu denken Und wir haben das Licht Weggebracht Ich schaue da mal weiter Melde mich später Ne Du musst sie nicht melden Ich sehe schon Das ist scheiße Das ist schon okay Das ist schon okay Du hast Was die Botschaft Wurde ich ganz Wahrnehmen wollen Okay mach diesen Nein Schon okay Ist schon okay Und jetzt werden wir Ein gutes bisschen Backtracking betreiben Ich glaube wir müssen Wir zum ersten Typen zurück Die Verbeugung hat er auch Im Vorfeld schon aufgenommen Falls irgendwann jemand Seine Mission abschließen wird Ich glaube ich muss zurück Ja doch doch Ich muss zurück Und dann sagt er mir Hey Es gibt ja diesen Sumpf Und da ist ein Problem Es geht mir zu viel Um sexuelle Dinge Meine Güte Fanservice Wenn es so viel ist Wenn es so viel ist Das auch nicht Tu mal weg Kleine Sturzsegler Gehen wir richtig Gehen wir richtig auf die Nerven Immerhin gibt es nicht so viele In dem Spiel Wie in Prime 1 Haben sie viel zu viele Sturzsegler platziert Weil was sollte das überhaupt Wer hat danach gefragt So ich glaube den Energy Tank Hier habe ich schon Ja den habe ich mitgenommen Muss ich gar nicht fragen Den habe ich definitiv mitgenommen Sexuelle Dinge Da habt ihr noch nicht Feuchtgebiete geschaut Das haben die auch Feuchtgebiete In dir fällt oder was Ich mag den Energy in Torbus Die bringt einfach nichts Es gibt keine Nachteile Wenn man es gibt Bringt die Energy in den anderen Gebieten was Oh ich habe nicht viel Munition Gerade vom Lightbeam Müssen mich daran mal was ändern Naja gut Fünf Schuss habe ich bekommen Und dafür drei Darkbeam Schüsse Aufgegeben Ist okay Ist aber noch ein Plus von zwei Hier kann man in dem Hauptraum Das Echo Visier Puzzle Sonst nicht machen Aber was bringt es dann In den anderen Gebieten Wenn man die Energie abgibt Das bringt ja dann noch weniger Oder nicht Aber wir können hier gleich Noch einen kleinen Abstecher machen Fällt mir gerade ein Und zwar können wir noch Direkt mal die Munition Auffüllen gehen Befestung muss man Für Light Suit Ja Gibt wohl Sinn So ich kann das Inzwischen weg machen Und dann können wir Direkt nochmal Runterspringen Wir hören uns dann später Mythos Ja Viel viel Spaß Auch wenn Na egal Es wird auf jeden Fall Interessant Was du vom Ende hältst Oh 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 Da ist ein Gegner gespawnt Das ist der Missile Soldat Der dunkle Missile Soldat Und der ist der schwächste Boss Im gesamten Spiel Und jetzt brennt er Und er ist tot Aber er gibt einen Missile Container Das ist doch ganz nett Außer von Lucky Raw Glaube ich 100 Bits Viel viel lieben Dank Viel viel lieben Dank Dark Beam ist auch gut Gegen den Ja mit Light Beam Fängt er an zu brennen Ich fühle das Feuer Macht sich ganz gut Ich habe immer noch Keinen Boost Ball Einfrieren und dann Missile Kann man ihn damit auch killen? Kann man ihn One-Shotten Beziehungsweise mit einer Missile dann killen Wenn man ihn davor Eingefroren hat? Ist das eine Sache? Ich meine Der Light Beam war auf jeden Fall Nicht Ineffizient gegen ihn Oh Hier kann ich noch rein Komm schon Komm schon Dankeschön Kann ich ganz sagen Es kann doch nicht so schwer sein Wie weit will ich heute eigentlich machen? Wie lange bin ich online? Ich bin seit 5 Stunden online Ah fuck Mal schauen wie weit Wie viel ich von Sohn von Toros noch machen werde Ich befürchte Ich werde den Sohn von Toros Heute doch nicht Mehr abschließen Hier ist eine dumme Speicherstation Die wir eh niemand braucht Und nach rechts So lassen wir mich mal eben Zum Raumschiff rüber gehen Das Raumschiff Füllt nämlich auch Die Munition auf Ich meine Ich bin mir nicht ganz sicher Wer bei dem Raumschiff Irgendwas installiert hat Damit es Dark und Light Beam Auffüllen kann Welche wir gerade eben erst Entdeckt haben Aber Ist ja noch ganz hilfreich Okay Genau und dann gehen wir zu Umus Und er sagt mir dann Wo ich als nächstes hingehen muss Was die Türen so lange gebraucht haben Aufzugehen hat mich echt Genervt in Prime Spielen Ich meine so lange braucht es nicht Manchmal brauchen manche Türen Ein bisschen länger Aber Also ich würde sagen Das ist ziemlich okay Mich stört hauptsächlich Dass die Türen in Prime 1 Ziemlich hässlich sind Darauf bin ich gar nicht gut zu sprechen Verdammt unpraktisch Wenn du jetzt mal eine Treppe brauchst Um zum Raumschiff zu kommen Ich meine An sich würde ich dem zustimmen Aber Ich habe das Gefühl Samus kommt da auch Ohne eine Treppe ran Hier könnte ich übrigens Reingenehmlich das Teil umdrehen Aber das machen wir nicht Denn Ist gefährlich Ist gefährlich Ist gefährlich Ist gefährlich Ich denke Samus findet den Weg Zum Raumschiff hoch Sie ist körperlich Relativ fit Hat ein paar Space Jump Boots Mit denen sie Extra hoch springen kann Missile Container Wir haben bisher Echt noch nicht so viele Missiles Eingesetzt Ich überlege gerade Werden die später Würde ich noch hilfreicher Für mich oder eher nicht Ich glaube ich setze Generell gar nicht mal So viel ein In Prime 1 Äh Prime 2 In Prime 1 Konnen sie einfach Auf ihr Schiff springen Oh ja Da hat sie Einen gewaltigen Boost bekommen Ich schaue mir nebenbei Mit meiner Schwester zusammen Alte Fotos unserer Stadt An Gebäude Die teils seit den 50ern Bis 80ern Wieder Erkennbar Noch heute stehen Als sie nach Einen wilden Sonntag Sich ein paar Äh Ein paar alte Fotos Von der Stadt Anzuschauen Dieses Gebäude Steht noch Dieses Gebäude Auch Der wilde Teil Ist der Stream hier Ich meine Ich habe ein paar Wilde Fortschritte Den Messer Container Habe ich auch zum ersten Mal Im Metro Prime Randomizer gefunden Den habe ich von mir selber aus Auch nie entdeckt Will ich überhaupt mit Umos reden Wir schauen einfach mal hoch Ich weiß gar nicht Ob das überhaupt Nötig wäre Aber vielleicht hat er ja was zu erzählen Irgendwas von wegen Hey Samos Gute Arbeit Danke für deine Hilfe Und so weiter So ein paar nette Worte Dafür schieße ich auch auf ihn Okay Er hat was zu sagen Ich danke dir dafür Dass der Tempel vom Argon Nun wieder von Energie Durchströmt ist Bitte schön Deine Tat Ausdehnen Gott Der redet aber auch So geschwollen Daher Ich vernehme ungewöhnlich Viele Aktivitäten Der Inge im Sektor von Torbos Der Feind rückt voran Der Morast von Torbos Ist für wahr tückisch Und er mag Ein beträchtliches Hindernis Für dich darstellen Sei dir dessen bewusst Wenn du dich Durch den Sumpf bewegst Suche den Tempel von Torbos auf Dort erwarten dich Weitere Weisheiten Juhu Mehr Weisheiten Möge es nicht Des Ethers dir stets Ein treuer Diener sein Ich bin mir übrigens unsicher Ob ich beim nächsten Mal Der Metro Prime 2 fertig bekomme Ehrlich gesagt Wenn ich so auf die Uhr schaue Wie lange ich schon streamen Zwischen und wie viel ich geschafft habe Ich war mir schon unsicher Als ich mir dachte Wenn ich heute noch So einen von Torbos Komplett mache Könnte es vielleicht klappen Aber wenn ich den nicht ganz schaffe Dann Wird es aber knapp Prime 2 ist halt auch Ein bisschen länger Als Prime 1 Warst du noch sehr lange Mit Prime 1 beschäftigt Ja das waren noch Drei Stunden Die komischen Elektro-Teile Gibt es auch wieder Im Prime 2 Nur im Gegensatz Zu Teil 1 Ist ihre Schwäche Nicht der Wavebeam Sondern der Darkbeam Es gibt keinen Grund Sie jemals zu bekämpfen Ich glaube die gibt es auch Nur in diesem einen Raum Hier drüben Ich weiß also gar nicht Warum sie überhaupt Im Spiel sind Ah ja wir kommen jetzt bei der Halfpipe hier raus Genau Mit der werden wir bestimmt Irgendwann mal was machen können Aber nicht heute Ich gehe halt so einfach mal Au 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 Nein 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 Flieg mir doch bitte nicht ins Gesicht Was ist das Schlimmste Ich mag den Gedanken gar nicht Dass ich um die Ecke gehe Und dann mir auf einmal Unzählige Irgendwelche komischen Tiere ins Gesicht fliegen Das ist nicht schön Hier ist an sich Eine grüne Tür Eine Super Missile Tür Die ich natürlich noch nicht öffnen kann Dementsprechend Gehen wir doch mal In den dunklen Äther Warum ist dieses Oh ist so ein 3DS Ladegerät Ich weiß nicht wie das Geladegerät vom 3DS es schafft Jedes Mal irgendwie So zu liegen Dass ich mit dem Stuhl drüber rolle Ey ich hab den 3DS Nicht mal mehr angeschlossen Das Kabel trotzdem Ist geschafft Sein Weg hier rüber zu bahnen Die Teile machen mir Übrigens unglaublich viel Schaden Wenn man noch nicht Den Darksuit hat Der 3DS soll nicht Nach Leben dürsten Der hat einen Akkustand Von 100% Uh Laseraugen Die haben wir auch Ein paar mal In Teil 1 gesehen So kommt hier jetzt Das ist ein ziemlich aufregendes Rätsel Sie waren das nochmal Okay wir fangen mit dem an Und dann gehen wir Ne warte den mach ich zum Schluss Sonst würde er jetzt nervig Wir machen das zum Schluss Sehr anspruchsvolles Rätsel Müsst ihr wissen 1 2 3 Und dann ist eine dumme Da drüben Dass er ihm immer Den Weg abschneidet Und Nummer 4 Hier ist auch so eine Stelle Wo ich sonst Üblicherweise ganz gerne Mal ein bisschen warte Und Leben regeneriere Aber wisst ihr was Wir brauchen das nicht Wir haben das nicht nötig Ich kann schnell A drücken Seht ihr das Schneller Drücker Jetzt kommt eine seltsame Stelle So eine Stelle gibt es auch Nur einmal in dem Spiel Und zwar ist es einfach Eine Raidshooter Passage Aus irgendwelchen Gründen Ich bewege Jetzt wirklich nur den Den Arm von Samos Ich weiß nicht Das ist immer Ich fand es immer sehr seltsam Dass es so eine Stelle In dem Spiel gibt Weil es die Stelle Die es gibt Auch super simpel Man kämpft nur gegen die Gleichen paar Gegner Und es ist super kurz Ich weiß nicht Warum sie es überhaupt Eingebaut haben Okay das war's Ich weiß nicht Was das sollte Das ist eine sehr Komische Stelle Und glücklicherweise Kann man sie im Randomizer Natürlich jedes Mal Skippen Denn Es gibt kein Item dafür Man kann nur hinter Die Superbeam Tür Aber Äh Supermissail Tür Aber so nützig ist So nützig ist das nicht Was meint das Nein Äh Dunkle Energie kommt Ich hab den Einen noch Gekillt Bevor er Besessen wurde Außerdem von Sir Kinnerlot Frischer Sub Wie viel lieben Dank Meinst du das Spiel Will mit dem Braustentastatur Mehr Spaß machen Nein Das Spiel wurde für Äh Genau die Steuerung Gemacht Mit der es gespielt wird Es gibt so ein Äh man kann Die Wii Version Da gibt es irgend so ein Bild davon Damit man es mit Maus Und Tastatur spielen kann Über den Emulator Aber Es sieht komisch aus Ich find's auch immer Komisch Wenn Leute es so spielen Ich weiß nicht Ich schätze man kann Aber Das Spiel ist halt echt Gar nicht darauf ausgelegt Naja genau Diese Prime Hack Mod Aber Ich find's komisch So Hier können wir jetzt durch Hä Das sind doch die Gegner Die ich immer ignoriere Ich hoffe Ich hoffe Ich hab viel Spaß Hier drüben Das ist ein komischer Raum Irgendwie wo nur Die zwei komischen Nester sind Und ansonsten nichts Also Machen wir doch mal Noch ein bisschen was Im Sumpf von Torvos Vielleicht war ich zu voreilig damit Dass es nicht so viel Sturzsegler in dem Spiel gibt So Von Torvos Hat natürlich das Lied Aus Anti-Birth Wenn man in Woom unterwegs ist Ja ich hab's nicht vergessen Ich mag den Sumpf von Torvos Und ich mag ihn gleichzeitig Auch nicht Er hat ein bisschen was Von allem Er ist ein bisschen cool Aber er ist auch ein bisschen Nervig Ich weiß es ist ein Wassergebiet Da ist einfach für jeden was dabei Damit mach ich für jeden was Das man Ähm Hassen kann Und ab hier wird das Spiel Natürlich auch ein bisschen Anspruchsvoller Außer von Ed Vilsado Frischer Sub Wie wir lieben Dank Er müsste erst Unterwasser entlang Unterwasser ist so ein Elend In diesem Spiel Ich glaube ich finde es Noch ein bisschen schlimmer Als in Prime 1 Und in Prime 1 War es auch schon Ziemlich nervig Aber man musste nicht Wirklich unter Wasser Unterwegs sein Prime 2 dagegen Die zwingen einen Unter Wasser unterwegs zu sein Ohne dass man sich Vernünftig bewegen kann Was natürlich dafür sorgt Dass wenn man sich Vernünftig bewegen kann Dass man sich ein bisschen Mehr darüber freut Aber Ist trotzdem hauptsächlich nervig Okay Freut mich Dass ihr da wart Außer von Fritze Fritze Fritz 14 Monate Ich sub Wie viel lieben Dank Wann will ich hier rüber Hier war Eine super Misteltür Glaube ich gleich Ja Hier will ich nicht rüber Ich wollte hauptsächlich Von diesen komischen Und sich bandieren Ich dann weg Die haben mich Ein bisschen genervt Er ist immer noch da Drauf Darauf da zu sein Wir können den Weg hier Auf jeden Fall Ich glaube ich muss den sogar öffnen Wir gehen hier entlang Wir gehen hier entlang Wir gehen hier entlang Da ist mal ein paar Verschiedene Wege öffnen Oh ist das hier die Stelle Mit dem Mr. Container Oh Ich sag's euch So oft bin ich hier Vorbeigerollt Und immer mich davon geträumt Mann Wie wäre es wohl An diesem Mr. Container Irgendwann mal ranzukommen Das muss das Leben sein Ich hab sehr lange Dafür gebraucht Sehr sehr lange Ja er kostet Ich würde sagen Metro Prime 2 Ist der beste Teil Der Metro Prime Trilogie Ist nicht mal knapp Ist nicht mal ne knappe Sache Geht weg Was kommt eigentlich nach Dem Metroid Marathon Ein weiterer Metroid Marathon Ne Ich denke nicht Oh Ich hasse diese Gegner Wenn man die mit dem Aufgeladenen Darkbeam erwischt Dann sind sie eingefroren Und dann können sie Keinen Schaden mehr nehmen Das ist sehr nervig Au Sind generell sehr nervig Nicht recht Oh schönes Ding Ja wir sind auch erstmal Ein bisschen unverwundbar Okay Der gute Star Fox Marathon Das wäre es Direkt mit Im Super Nintendo Teil Anfangen Ah shit Und danach Star Fox 2 Oh Oh da hätte ich Lust drauf Sind wir die Eisjungs Aus dem ersten Prime Teil Ja sind ziemlich genau Die gleichen Der gute Star Fox Marathon Das klingt so spaßig Es gibt kein Virtual Boy Star Fox Es gibt aber Diesen Weltraum Shooter Den Leute gerne mal Für ein Star Fox Teil halten Ich habe es ein oder andere Video gesehen Wo Leute dann gesagt haben Oh es war ein Star Fox Spiel Ich meine ich glaube Es war auch eins geplant Aber Viele Leute nehmen dann Gameplay von diesem Einen Space Shooter Auf dem Virtual Boy Und sagen dass das Star Fox hätte sein sollen Was faktisch falsch ist Ja den meine ich Ich meine es war eins der Besseren Spiele Wer ist mit dem F-Zero Marathon Nee 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 Das macht mich alles nicht so um Das schaut mich alles nicht so um opa Ein bisschen davon ��寻t die Wird der 3D Mario Marathon noch ein bisschen dauern und Metroid Prime erst recht Pikmin Marathon Nee Nee Nee, 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 nee. Das sind alles... Okay. Ich weiß nicht, ob derjenige noch da ist, der vorhin gefragt hat, wie soll man die am besten bekämpfen? Pass auf. Es geht also in der absolute Qual. Sie versperren die Türen, damit man nicht abhauen kann. Und sie sind generell die ganze Zeit unsichtbar. Das heißt prinzipiell, was man bei... Was ich bei denen oftmals mache, ist einfach nur in der Ecke zu stehen und zu warten, bis sie verschwinden. Aber... Ein vollaufgeladener Darkbeam-Schuss und dann noch eine Misser hinterher und sie sind tot. Das heißt, das ist natürlich das Erfolgsgeheimnis, um die zu besiegen. Wo ist er denn? Da ist er. Dankeschön. Die Misser wollte nicht so ganz treffen. Nee, ich denke, ich muss nicht zu sehr auf den nächsten Marathon umsteigen. Schade, dass man keine Waffe oder Fähigkeiten aus Metro bei TTT hat. Muss bei Wain nicht warten, bis sie sich nicht mehr bewegen. Sie sind sofort mit einer Missile One-Shot. Inwiefern, was meinst du? Nachdem ich den Darkbeam abgefeuert habe, oder was? Nach dem Darkbeam-Schuss... Ja, ihr Misser geht aber sowieso immer erstmal daneben, deswegen... Ich kann warten. Ich hab Zeit. Ich kann mir zwei, drei Sekunden mehr Zeit genehmigen. Der komische Gegner. Den mag ich nicht so sehr. Ich mein, war ein bisschen langsamer an der Stelle wieder, aber hey. Hey, er hat mich wenigstens nicht gegrabt. Und insofern würde ich sagen, das lief gut. Oh ja, jetzt kann ich hier weiter. Genau! Jetzt wird die Kanone aktiviert. Ah, das war Powerbombe. Das war definitiv Powerbombe. Ich hab da liegt sogar ein Powerbomb-Container unten. Also ich weiß wirklich nicht, was ich erwartet hab, was jetzt passieren wird. Ich liebe es übrigens zu sehen, wie die Schüsse abprallen in dem Spiel. Das hat mich immer sehr erheitert. Und das wird es auch. Wichtiges Upgrade, hab ich gehört. Wichtiger, wichtiger Energy-Tank. Dann werden wir als nächstes doch direkt mal die Super-Messers holen gehen. Soll Prime 2 und 3 auch noch geremastert werden? Keine Ahnung, ist mir an sich egal. Ich denke Teil 3 nicht. Keine Ahnung. 3 wäre komisch. Weil Teil 3 komisch ist. Steuerung ist komisch, das Spiel ist generell nicht wirklich gut. Ich sehe nicht wirklich Szenario, in dem sie Teil 3 so ein Remaster, Remake-Dinges machen werden. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Vor allem, weil sie da auch noch viele Arbeiten investieren müssen, um irgendwie die Steuerung hinzubekommen müssen, damit man es mit dem Controller spielen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Jetpack-Piraten. Das ist ja Nummer 1. auch hier wieder der Darkbeam. Super hilfreich. Er ist einfach unverschämt stark gegen Weltraum-Piraten. Und sie sind alle tot. Und ich habe kaum Darkbeam-Munition mehr. Aber ja, das lief gut. Kann ich noch ein bisschen was mitnehmen? Dankeschön. Ein bisschen Munition kann ja nicht schaden. Und hey, eins der seltenen Power-Ups, die nicht von dem Boss bewacht werden. Die guten Super-Missiles. Die Super-Duper-Missiles, könnte man fast sagen. Ich meine, es gibt ein, zwei Gegner, wo ich die Super-Missiles einsetze. Also, sie werden ein bisschen Verwendung für mich finden. Nicht viel, aber ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Und jetzt werden wir erst mal erfahren, was in dem Sumpf von Torbos alles vorgefallen ist. Denn ich habe das Gefühl, in der guten alten Zeit war ja nicht so ein komisches Elend, wie jetzt aktuell. Was da passiert? Woran hat es gelegen? Nenn ich Raumschiff, das? Eine große Kriegerin, die den Tempel von Torbos betritt, mögest du siegen, wo ich versagte. Ich bin Avok, der letzte Hüter dieses Tempels. Gib sorgfältig Acht auf meine Worte. Wie du erblicken kannst, liegt dieser Tempel von den Schrecken des Krieges zerrüttet. Während die Hauptkammer größtenteils verschont blieb, ist der Rest des Tempels in Fluten versunken. Du musst deine Fertigkeit nutzen, um in diese überfluteten Bereiche aufzubrechen und die Schlüssel zu bergen, die du zum Betreten des dunklen Tempels benötigst. Es sind faule, gifterfüllte Wässer, die den Äther der Finzenis durchströmen. Meide sie, sofern es dir möglich. Und mein Übersetzungsmodul kann smaragdfarbene Teile öffnen. Die Ingen werden mit großem Eifer nach deinem Licht fahnden. Unterschätze sie nicht. Es sind der Worte genug. Möge dein Jagd von Erfolg gekrönt sein und das Licht des Äthers dein Visier führen. Außer von Detronics 73 Monate Re-Sub und von Captain Falco frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal los. Bisschen Remi-Demi machen. Ramba-Zamba. Was soll ich denn bevorzugen? Remi-Demi oder Ramba-Zamba? Ich glaube, ich fühle mich mehr als ein... Ich glaube, ich bin mir ein Remi-Demi-Typ. Ich verstehe auf jeden Fall auch, wenn Leute sich hier eher für Ramba-Zamba entscheiden. Ein Toho-Wa-Bohu ist was komplett anderes. Lass ich mal den Fahrstuhl aktivieren. Bekommen wir Kegi in TTT zu Gesicht? Ich meine, er war jetzt seit 50 Folgen nicht dabei? Wahrscheinlich ist die Antwort ja nein. Dann will ich hier hin? Nee, hier will ich nicht hin. Bin mehr so der Voll-Karacho-Typ und das ist auch stark. Ein gutes Karacho kann man nicht zu sehr überschätzen. Voll-Karacho ist generell auch ein ziemlich guter Name. Grüße gehen raus an Voll-Karacho. Voll-Karacho, richtig. Oh nein, ich hasse die Stelle hier. Hm. 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 Die haben ein Schutzschild. Das ist ein dummes Schutzschild. Wisst ihr, was der macht? Der wird hier Angriffe ab. Das ist das Schlimmste. Schau euch den an. Will nicht getroffen werden. Der hat Angst. Der hat Angst vor dem Darkbeam. Auch bei den Gegnern. Kämpfe gegen sie wären natürlich sehr anstrengend. Jedoch leichter hat der Darkbeam unser Leben ungemein. Und damit meine ich ganz ungemein. Schill, ich glaube, als nächstes kommt der Boostball-Wächter. Oh. Ich glaube, auf den Boostball-Wächter bin ich nicht so gut zu sprechen. Der ist ein bisschen nervig. Wohl von ein bisschen nervig reden. Hier ist ein Gegner, der super nervig ist. Das komische Tentakel-Typ, die sich unsichtbar machen können. Kann ich gar nicht leiden. Deswegen tun wir so, als hätten wir ihn nicht gesehen. Wir gehen einfach weiter. weiter. Wo will ich überhaupt hin? Oder vor? Also, ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe niemanden gesehen. Ist jetzt auch nicht wirklich ein Grund, umzukehren. Ja, das ist die Stelle. Okay. Ihr glaubt nicht, wie viele Versuche ich damals gebraucht habe, um diesen Boss zu besiegen. Ich habe sehr viele Versuche gebraucht. Ich habe das Gefühl, es trifft aber auf alle Leute zu, als wir das Spiel gespielt haben, denn oh mein fucking Gott. Ich glaube, es waren ein bisschen mehr als zwei Versuche, ehrlich gesagt. Er ist ein bisschen nervig. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja, drei Versuche waren es mindestens. Wenn nicht sogar vier. So schwende ich auch noch ein Light Beam. Ah, der wird First Try. Also, da mache ich mir, ich mache mir wirklich keine Sorgen. Ich tue so, als wäre ich besorgt, aber heutzutage ist ja kein Ding. Ich habe vier Energy Tanks, was soll denn passieren? Schöne euch an. Bike Link. Roll doch davon. Heilung für mich. Nein, ist okay, wir werden vielleicht noch eine Spur aufladen. Okay. Es gibt kein Bläschen hier drüben. Das erste ist natürlich direkt in den Light Beam gehen. Ja, er fängt an zu rollen. Wenn man ihn gut erwischt, während er anfängt zu rollen, dann kann man ihn da auch direkt raus erbomben aus dieser Phase. Aber das ist eine Sache, die mir nicht geglückt ist. Wir müssen generell noch ein paar Morphal Bomben legen. Uns ein paar Mal erwischen lassen. Hervorragend. Vielleicht werde ich doch sterben. Ich versuche gerade nämlich irgendwie ihn früher zu erwischen. Das war keine gute Idee. Ich habe viel zu viel Schaden genommen. Wollte gerade sein, da war auch noch eine hunderte Heilung. Wirklich schon wieder? Oh, 30er. Wichtig. Jetzt ging die Säule geknallt. Seht ihr, jetzt habe ich ihn rausgebombt direkt. Manchmal klappt es. Aber meistens nicht. Aber manchmal. Was, bitte aufhören. Nein! Nein! Komm, wir waren noch so kurz davor. Au. Schönes Ding war das. Noch ein paar von den Jungs killen. Das sind ein bisschen viele Gegner hier gerade. Dann kannst du noch ein bisschen rollen, wenn du willst. Machen wir keine Sorgen. Denn jetzt bist du tot. Es geht nämlich los. Eins, zwei. Er hat nicht mal die letzte Säule zerstört. Seht ihr? heutzutage mache ich mir keine Sorgen um den Boost-Wächter. Konzeption sofort ist, sehr nervig zu bekämpfen. Er ist ein bisschen nervig. Aber es gehört dazu. Und so haben wir den Boost-Wall gewonnen. Man könnte also sagen, das war durchaus ein First-Try. Manch einer würde sogar sagen, dass es noch nicht mal knapp war. Wir können direkt den ersten Schlüssel mitnehmen. Das ist doch schön. Kleines Schlüsselchen. Moment, die Schlüssel. Ich habe den Boost-Guide knapp verpasst. Der ging ziemlich schnell down. Und wie du siehst, ohne allzu viele Probleme. Ich glaube, ich bin nie unter... Na, ganz am Anfang bin ich kurz unter drei Energy-Tanks. Aber prinzipiell lief ziemlich geschmeidig. Ey, dann schließe ich auch keinen Anfänger-Stream hier. War ihr schon wieder? So, als nächstes muss man, glaube ich, die dummen Streumissiles holen, die ziemlich unnütz sind irgendwie. Ich überlege gerade, was wäre ein gutes Ziel für diesen Stream. Ich denke, ich denke, ich werde so weit machen, bis ich den Unterwasser-Boost habe. Damit ich mich unter Wasser ein bisschen schneller bewegen kann. Und das ist natürlich noch nicht ganz der Summ von Torvus fertig, aber ich denke, das ist eine gute Menge. Ich denke, dann habe ich soweit für heute noch einiges geschafft. Sonst fängt mein Hals langsam an, mich zu nerven. Der ist sehr trocken und kratzig. Was immer eine angenehme Sache ist. Der alte Progress Day. ist einer dieser Metro Prime zwei Tage. Oh ja, hier kann ich ja auch noch ein bisschen da rumboosten. Find ich das? Doch, ich glaube, das wollen wir. Ich glaube, ich glaube, danach steht mir gerade der Sinn. Manchmal muss man einfach Metro Prime 2 sein, ja. Das ist manchmal das A und O. Oh nein. Oh nein. Ich hasse diesen Raum. Ich hasse diesen Raum so sehr. Also der, der jetzt gleich kommt. Wir können das hier noch aufmachen, wenn wir schon dabei sind. Ah, ich kann die noch nicht machen. Ich habe keinen Spider Ball. Upsi. Schade. Schade aber auch. Dabei habe ich mich gerade so darauf gefreut. Ich will 100% machen, aber das Spiel ist ein bisschen dumm, um Items zu tracken. Das heißt, wenn am Ende dann irgendwie zwei Missiles oder so fehlen und ich keine Ahnung habe, welche fehlen, dann ja, werde ich es einfach so mit 98% oder so zu Ende bringen. Ich werde da nicht erst ewig irgendwie durch irgendwelche Guides schon, um herauszufinden, was mir vielleicht fehlen könnte. Da habe ich ja keine Lust drauf. Das ist ja wenig, weil es ziemlich genau so in Metroid Prime 1 gelaufen ist. Da haben mir zwei Missile Container am Ende gefehlt und ich hatte keine Ahnung welche. Ich hatte dann auch wirklich keine Lust erst ewig irgendwie zu suchen. aus dem von Saber 0306 34 Monate Resubby, wir lieben Dank. Das ist übrigens eine von zwei Backtracking-Stellen. Ich meine, abgesehen von der Suche ganz am Ende. Metroid Prime 2 ist sehr linear relativ in dem, was man macht und es gibt nicht viele Backtracking-Stellen. Da ist aber eine davon. Und später im letzten Gebiet gibt es dann noch eine, aber da kommt man dann auch immer sehr schnell wieder dahin zurück, wo man zuletzt war. ist also trotzdem relativ angenehm geregelt. Schau ich den Typ an, er hält sich was ganz Besonderes. Ich muss mir die Schnauze halten, vier Schüsse und du liegst. Ich wünschte, ich hätte hier einen Grapple Beam. Ne, hier will ich nicht hin. Welchen Grapple Beam hätte, könnten wir den satten Energy Tank mitnehmen, aber hier will ich gar nichts. Hier bin ich einfach nur komplett falsch gewesen. Wir wollen durch die andere Supermissile-Tür gehen. Ich mag es, wie er um die Ecke stand, so dass ich ihn ganz eindeutig gesehen habe und er trotzdem hervorgesprungen ist, um mich zu überraschen. den hat ja niemand gesehen hier gerade. Er war komplett unsichtbar. Wir wollen hier natürlich gleich bei deinen Hardfight mit dem Boostball ein bisschen was machen. Ein bisschen schabernackt treiben. Okay, die anstrengenden Gegner sind auch noch nicht da. Das ist ebenfalls eine sehr angenehme Sache. Hier gibt es nämlich ein paar anstrengende Gegner. 15 Monate Resub, wie viel lieben Dank. Ein bisschen rüberboosten. Ich glaube damit habe ich bereits die Herausforderung abgeschlossen. Weil ich gerade sehe, apropos, die halten sich für besonders clever. Meine Lösung fürs nächste Rätsel ist nicht zu optimal. Also verzeiht mir das Fangen wir mit dem Äußeren an Ich glaube, da bin ich einfach im Uhrzeigersinn Mal weiter Die goldene Mitte Das hier Ich glaube, das war die optimale Reihenfolge Ich hätte dir die easy Lösung Sagen können Schade, dass ich die schwere Lösung Gewählt habe Man kann bei dem Rätsel Nicht mal wirklich was falsch machen Das ist irgendwie simpel Ich habe es gerade noch so selbst geschafft Schau dich dieses Portal da oben an Ich habe es kaum erwartet, durch dieses Portal zu gehen Jetzt kommt eine etwas nervige Sache an dem Spiel Und zwar folgt das Wir haben jetzt die Diffusion Missiles Und um die einzusetzen Muss ich Y gedrückt lassen Das Portal ist fake War das schon Oh mies Muss Y gedrückt lassen Und wenn man Y gedrückt lässt Dann verschießt man immer eine Missile schon vorher Was super nervig ist Das heißt, der Trick, um das nicht zu machen Ist, wir schießen den Charge Beam ab Und dann lasse ich Y gedrückt Und dann geht man direkt hier rüber Denn wenn man das nicht macht Verschwendet man jedes Mal eine Missile Und das wollen wir natürlich nicht Es ist komisch gemacht in dem Spiel Ich weiß auch nicht, warum sie sich dazu entschieden haben Aber was soll man machen? So, wenn wir schon mal hier sind Können wir noch einen kleinen Abstecher machen Er kennt die Tricks Ich meine, Randomizer ist ziemlich anstrengend Wenn man sowas nicht macht Da ist ja mein Raumschiff Lass mich mal rein hier Und dann lasse ich mich direkt wieder nach oben gehen Denn ich habe keine Lust hier überall durch die Gegend zu laufen Mir gibt es nämlich nichts für mich zu sehen Nichts Nichts Zumindest nichts Neues Außer im Rundmacher Frischer Sub Vielen, vielen lieben Dank Das war übrigens das Backtracking soweit Er ist einfach so viel eingesehen Als in Metal Prime 1 Wo man durch die gesamte fucking Spielwelt Durch vier verschiedene Gebiete laufen muss Und ich habe wieder nur noch Und mir fehlt wieder ein Schuss Damit ich meine beiden Beam-Arten voll habe Oh ja, mit Prime Gaming Ich wünsche dir Ich wünsche dir, man könnte Metal Prime Gaming Sub haben Aber leider nicht Das ist wahrscheinlich besser so, dass es so nicht Äh, dass es nicht so heißt Sonst hätte ich vielleicht mein Äh, Amazon Metal Prime nicht gekündigt Das wäre traurig Wo will ich hin? Oh, ich will da runter Wir können jetzt die lila Tür öffnen Okay Also ich hoffe, ich muss nicht durch so einen Raum durch Wo diese dummen Elite-Piraten sind Die Tür die ganze Zeit verschließen Aber wahrscheinlich muss ich durch einen raus Äh, durch einen davon durch Ich habe gar keine Lust drauf Ich habe wieder ein paar Fusion-Randomizer spielen Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Metroid-Fusion-Randomizer gibt Ich möchte sagen, dass Metroid-Fusion extrem linear ist Und sehr viele geskriptete Events hat Doch, gibt es Dann gibt es einen Fusion-Randomizer So, ich weiß, vielleicht brauchen die Türen manchmal ein bisschen lange zum Laden Vielleicht bin ich bereit, das einzusehen Jetzt können wir try and princess Rando Ja, ich bleibe trotzdem dabei Das, ähm Das ist, glaube ich, nicht mal die richtige Tür Dass ich mir Fusion ein bisschen schwierig für Randomizer vorstelle Weil das ist komplett falsch Zum Ödland von Argon Wir fahren mal rüber und schauen, wo ich rauskomme Das, was ich gefunden habe, seit 2021 Seit zwei Jahren gibt es das schon Hä Ja, die Reihenfolge, der du die Spiele spielst Wir machen die Prime-Trilogie Dann Ada M Dann Fusion Und dann, äh, Metroid Dread Oh, das ist hier Äh Ich mag das hier nicht Aber ist okay Es gibt einen Mr. Container zu holen Also Können wir ihn an dem Punkt doch einfach mitnehmen Mitnehmen Hier habe ich ein bisschen Probleme immer, äh, zu boosten, damit ich hochkomme, müsst ihr wissen Seht ihr? Aber einfach gewaltige Probleme damit Weil ich einfach ewig gebrauche, bis ich das geschafft habe Ich bin sehr gespannt auf Ada M, muss ich sagen Aber wirklich, keine Ahnung, wie das so weit, äh, laufen wird Es könnte also interessant werden Und wenn ich Ada M spiele, würde es sich fast so anfühlen, als würde es einen neuen Metroid-Teil geben Sollte man hier auch nicht unterschätzen Das wäre übrigens nur so ein einmaliges Portal Also so ein Einweg-Portal Dementsprechend, äh, oh Gott Ist hier was? Gehen wir mal alle nicht auf die Nerven, okay? Fangen wir mal damit an Und dann heu ich ab Einen Weg dafür gibt es immerhin 25 Cent Ich muss am Montag wieder Pfand wegbringen Ich habe gar keine Lust Da habe ich gar keine Lust drauf Aber was soll man machen? Kannst die Scheiße ja nicht stapeln Ich komme hier doch wieder zurück, oder? Ja, ja, ich komme hier zurück, okay Ich war kurz ein bisschen besorgt Nicht viel, aber ein bisschen Ja, ist ein bisschen So, wir wollen also durch die Super-Missile-Tür gehen Und dann werden wir mal in den wässrigen Teil des Gebiets kommen Und wir werden jetzt sagen Welcher wässrige Teil? Wir sind doch bereits im wässrigen Teil Nein Nein Der wässrige Teil kommt erst noch Und das, das würde, äh, ich würde sagen Der, mit der gefährlichste Teil aus, äh, Prime 2 Nehmen vielleicht den Weg zum Spider-Ball-Wächter Denn man ist lang unterwegs ohne einen Speicherpunkt Und am Ende kommt ein Bosskampf, der ein bisschen scheiße ist Gegen den ich eventuell sterben könnte Je nachdem, wie es läuft Denn, äh, ich bin nicht so gut darin Das heißt, die Stelle könnte wirklich zum Problem werden So wässrig wie Deutschland, äh, Deutschland Hier, probier mal Der ist wässrig wie Wiener Obwohl ich so viel über Deutschland in der Werbung gehört habe Habe ich noch nie Deutschland da probiert Alphabock, schlimmster Gegner Ich kann den nicht Ja, Alphabock ist mies Da habe ich gar keinen Alphabock drauf Diese Stelle hat die Spreu vom Weiz getrennt Ja Ist fast wie der Rush durch, äh, die Phasen-Miden aus Teil 1 Es nimmt sich nicht so viel Ich wünschte, ich könnte da rüber Das kann ich aber nicht Ich wünschte, ich könnte da rüber Das kann ich aber nicht Kann ich den auch nicht scannen? Oh mies Weil, ich geh den nirgendwo hin Ach du Scheiße, wie war das denn? Oh nein, da hätte ich hingehen müssen Okay Ich verstehe Hier ist ein Gegner hinter dem Ja, geh mal weg Da vorne, da vorne ist der Weg nach oben Da soll man eigentlich als Morphball nach oben Aber man kann auch einfach Groß bleiben, was ganz lustig ist Hahaha Das haben wir Spaß Diese Gegner kann man nur angreifen Wenn sie ihr Maul aufmachen Und, äh, auf einen zuschwimmen Mehr wenn sie das machen Und dann sind sie tot Das sind wichtige Lektionen Die wir uns merken sollten So, wo war der Automat zum Scannen? Der war da drüben Eine wichtige Lektion Die wir uns alle merken sollten Falls irgendwie zukünftig Irgendwelche problematischen Bosskämpfe Auftauchen sollten Oder sowas Den Boss mach ich mit Super Missiles Ich mach den Alpha-Bog mit Super Missiles Fällt mir gerade auf Dafür verwende ich sie Ich geh mal kurz nach oben Dann geh ich wieder runter So, wo kann ich jetzt hinlaufen? Ich kann zu der lila Tür rüber Bei der ist der Abstand Ein bisschen komisch Die Diffusion Missiles Die funktionieren nicht immer Zwangsweise optimal Das heißt, eventuell Wenn ich Pech hab Werden sie jetzt einfach daneben fliegen Ein, zwei Dann hab ich fünf Missiles verschwendet Ohne eine Tür zu öffnen Seht ihr? Ist das nicht Super? Danke schön Sie hätten Eine mehr Platz geben sollen Bei dieser Tür Ich mein, vielleicht hätte ich Auf die Plattform Noch ein bisschen runter gehen können Aber, eh Nicht der größte Fan Oh, oh Blaue Partikel Sind wir etwa im Reich Der Schall-Lymphe Aber vielleicht Ist es doch auch einfach Nur ein weiteres Mal Niemand geringeres Als Dark Samus Sie ist zurück Wütender denn je Lustiger denn je Unterhaltender denn je Aber auch ein bisschen wütend Ein ganz kleines bisschen So, hier könnte man Die Gegner bekämpfen, aber Man muss die Gegner bekämpfen Oh, nö Das geht der Schalter Ja gar nicht an War das ein Treffer? Es war kein Treffer Das war ebenfalls keiner Oh, fantastisch Sag mal Schaffe ich es auch noch? Dankeschön Ja, 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 ja Das war nicht das letzte Mal Dass wir dieses Problem haben werden So viel kann ich euch versprechen Dark Beam ist glaube ich Dark Beam Charge ist glaube ich Besser bei den Kleinen Ja, das kann sein Ich werde es wahrscheinlich Beim nächsten Mal versuchen Wenn wir noch welche haben Ich weiß gar nicht Ob ich noch einen bekämpfen werde Oder werde ich das Später machen Hier gibt es ein paar Sachen Zu holen Aber noch nicht Zum aktuellen Zeitpunkt Links rüber Dankeschön Aktuell gibt es da noch Nichts für mich zu holen Was haben wir denn hier? Hier ist dieser Raum Den mag ich auch nicht Aber die gute Sache hieran ist Dass es auch keinen Grund gibt Uns mit den Gegnern auseinanderzusetzen Die sehen erstmal gruselig aus Aber glaubt mir Sie haben eine gewisse Schwäche Die Schwäche ist Dass sie mir nicht ans Land folgen können Ich werde noch ein paar Von den Teilen aufmachen Denn Mein Missile Vorrat Ist gefährlich niedrig Naja, ich habe ein paar bekommen Sind die dumm? Auch, ja Ich werde mich nie mehr Richtig mit den Prime Teilen anfreuen Welcher Metro Teil Ist als nächstes geplant? Äh, Prime 3 Nach Prime 2 Kommt Prime 3 Wenn du Missile hast Ist okay Dankeschön Und nach Prime 3 Kommt Prime 4 Ja Muss nur bis 4 zählen Oh, ich liebe es Wenn man das Teil hochklappt Und da dann random Den Gegner mit erwischt Das passiert nicht zu oft Aber jedes Mal Wenn es passiert Dann freue ich mich Wie ein Honigkuchenpferd Freue ich mich da Ich schätze Ich will dann als nächstes Durch die Lightbeam Tür Links Irgendwann wird man bestimmt Was von Prime 4 hören Ich habe mir wie gesagt An dem Punkt auch vorgestellt Dass Prime 4 nie kommen wird Das würde mich nicht Zu sehr überraschen Ich habe gehört Ihr droppt ein bisschen Munition Jungs Kann ich da ein bisschen Was mitnehmen Dankeschön Sie haben jetzt am Anfang Der Switch vorgestellt Ja, ja Das war 2017 irgendwann Au Und das Update Das sie irgendwie Mit dem Development Neu angefangen haben Ist so lange her Und wir bekamen Stattdessen irgendwie Dieses Remake Remaster Von Metroid Prime 1 Das heißt Vielleicht haben sie das Was sie da noch entwickelt haben Dafür einfach genutzt Oder so Ne, ich habe keine Ahnung Ich frage mich Wie weit die erste Version Von Prime 4 damals war Ich kann mir nicht vorstellen Dass daran irgendwas Spielbar war War das Prime Remake Team das gleiche Wie Prime 4 Äh Ne Abgesehen davon Das Remake Wurde von mehreren gemacht Ich glaube es sei Das war ein Studio Aus Hongkong Was daran gearbeitet hat Und dann noch ein paar Von Retro Studios Ursprünglich wollten Retro Studios An Prime 4 ja auch Nicht mitarbeiten Aber das machen sie Inzwischen dann Irgendwie schon Also Keine Ahnung Was ist denn mit dir jetzt Dankeschön Er ist alles sehr verwirrend Und man hat halt wirklich Nichts zu dem Spiel gesehen Nicht ein Bild Oder eine Sekunde Von Gameplay Oder so Einfach nichts Ich wäre so Ich wäre so wirklich Nicht überrascht Wenn es hier herausstellt Dass es schlicht und Greifend nicht existiert Ah fuck Ich bin hier falsch Wie war denn das nochmal Kann ich in dem Raum schon was machen Ah fuck Oh natürlich Da vorne ist ein Automat Für den Morphball Wahrscheinlich will ich Zu dem rüber Ist nicht zwangsweise So unüblich Dass Developer Ein Nichts wissen lassen Wie es in dem der Fall ist Aber Für so ein großes Für so einen großen Nintendo Titel Ist es doch Eher unüblich Metroid Prime 4 Wird einfach Das neue Metroid Dread Oh mein Gott Ja das ist Oh Die Welt ist im Einklang Wir bekamen Metroid Dread Aber Oh ich liebe die Idee Bei Metroid Dread War die Sache Was ihr ja wisst Metroid Dread So durchsprich auf den DS kommen Und in Metroid Prime 3 Gibt es den Scan Eintrag Wo die Rede davon ist Dass Metroid Project Dread Fast fertig ist Und natürlich Kam davon nie was Aber das kam dann Auf der Switch Und ja Ich denke Es ist einfach Der perfekte Ausgleich Dass wir jetzt Zwar Dread bekamen Aber Metroid Prime 4 Jetzt die Stelle von Dread Einfach einnimmt Wo ist dieser Fucking Pirat Taucht doch auf Irgendwo Oh mein fucking Gott Da vorne taucht er auf Hey Hey Kollege Schnürschuh Kann sich einfach Wegdashen Oh nein Nein Moment Hier ist Okay Ich dachte kurz Ich wäre falsch Aber nein Ich kann das hier Umdrehen Zurück an Content Vom alten Project Dread gesehen Ja Ich denke Wir werden es Wahrscheinlich Auch irgendwann sehen Ich kann mir vorstellen Wenn genug Zeit Vergangen ist Vor allem Ich glaube Dread war Ich meine Zum Teil Wird wahrscheinlich Dreadful Studios Auch dran gearbeitet haben Es ist nicht so Als ob es von Japanern gemacht wurde Und dementsprechend Ich denke Früher oder später Werden die dann mal Was davon zeigen Irgendjemand Wer nicht das erste Spiel Bei dem das der Fall ist Kopium Ich meine Das ist jetzt nicht so Es ist nicht so viel Kopium An dem Punkt Ich meine Die Sache ist Wenn es nicht gezeigt wird Was auch immer Wir bekamen das fertige Spiel Wen interessiert es Das soll nicht Von dem tatsächlichen Problem ablenken Dass wir immer noch Kein Metroid Prime 4 Bekommen Also so sehr Brauche ich jetzt auch nicht Die Die S-Version Von Project Red Ich meine Es wäre interessant Aber Ja Ist dann doch Kein tatsächliches Spiel Smogon Ich möchte übrigens anmerken Dass nach dieser Stelle Jetzt Soweit wie ich jetzt Unterwegs war Komm schon Als nächstes Kommt jetzt ein Boss Der Sehr unberechenbar ist Ich würde sogar sagen Ein Boss Bei dem man Wenn man zum ersten Mal Das Spiel spielt Garantiert gegen ihn Verliert Ich weiß nicht Ob ich Ob das zu weit Hergeholt ist Aber ich habe das Gefühl Wir könnten Bei einer 90% Sterbequote Bei dem Boss Reden Es kommt zuerst Prime 4 Der Half-Life 3 Aber es kam Half-Life Alyx Fucking 3 Und kam Half-Life Alyx Und Leute Komm immer noch mit Half-Life 3 Es kam noch ein neuer Teil Was wollt ihr denn? Keine 3 also zählt nicht? Ach komm schon Der letzte Half-Life Teil Ist wirklich nicht so lange her So Seid ihr bereit? Die Seepfältchen Werden mich Werden mich noch Mit ein paar Nährstoffen Heilen Und dann ist es an der Zeit Für unseren liebsten Bosskampf Ich meine ich habe immerhin 4 Energy Tanks Das ist nicht zu übel Wir werden also sehen Wie es läuft Nicht ganz volle Leben Naja fast volle Leben Ein Endspiel fehlt aber noch Okay Vor allem wenn ich jetzt sterbe Bei dem Boss Ich müsste Wisst ihr wie viel ich da nochmal Neu machen müsste? Das wäre mindestens eine halbe Stunde Und so viel davon ist einfach nur Durch dieses unerträglich Langsame Wasser laufen Es ist grauenhaft Ist keine gute Stelle Und hier haben wir unser Upgrade Der Gravity Suit Ich habe nur Spaß gemacht Ist das der Gravity Pack oder so? Gravity Boost Das mache ich natürlich Der ist tatsächlich super cool Um sich unter Wasser zu bewegen Man kann nicht einen Doppelsprung machen Und nehmen den Doppelsprung Dann noch einen dritten Der einen ungemein nach oben boostet Das heißt man ist unter Wasser Schon schneller unterwegs Als über Wasser Das Problem Er kommt nur jetzt Und frisst die Säule in der Mitte auf Okay Halte dich fern von mir Er greift nicht an Oh Treffer Ich werde auch immer getroffen Nachdem ich getroffen wurde Aber muss halt im richtigen Timing Damit er seinen Maul schon auf Mat abfeuern Wenn man es zu früh oder zu spät macht Dann Zum Fick war das Dann bekommt man keinen Treffer rein Also da muss man sehr vorsichtig sein Ach geh doch Halte doch mal Abstand Warum macht ihr nichts? Warum greift ihr nicht an? Ich weiß man kann dazu bringen Dass der Dash Wenn man eine Missile auf ihn feuert Aber Ich will wirklich nicht Ich will mein Charge-Spiel vorbereiten Damit ich die Super-Missile abfeuern kann Oh Wichtiger Treffer Wir haben die Hälfte geschafft Oh Au Manchmal macht er auch sowas hier Fick, hör auf Was war das jetzt gerade? Oh, ich bin nervös Nein, nein, nein Fick, hör doch auf Kein Treffer Kein Treffer Kein Treffer Ich komm nicht weg Ich komm nicht von ihm weg Wo ist er überhaupt? Oh mein fucking Gott Wir werden sterben Was soll das mit diesen Multitreffern gerade die ganze Zeit? Ich treffe ihn nicht Er hat seinen fucking Maul nicht aufgemacht Damit ich ihn treffen könnte Du Scheiße Das lief gut Das war ja noch nicht mal knapp Ach Versteht ihr jetzt warum der Boss Warum ich sagen würde Er hat eine Mindestens 90% Sterbequote Für Anfänger In dem Spiel Manchmal hat man einfach Pech Ich weiß halt auch nicht Wenn er irgendwie auf einen zuschwimmt Und eine Dreimeinfolge angreift Was soll man dagegen machen? Ich weiß nicht Ob man dagegen überhaupt Wirklich was machen kann Oh mein fucking Gott Das war nicht spaßig Es war auch echt ein komischer Bockkampf Dieses Mal Er hat auch die ganze Zeit über nichts gemacht Irgendwie Und dann hat er viel zu oft angegriffen Das was er am Anfang nicht angegriffen hat Das hat er dann ausgeglichen Indem er öfter angegriffen hat Du willst nicht zum Morphball werden Da unter Wasser Und hey Da ist ein Schlüssel Schlüssel Nummer 2 Wisst ihr was? Ich würde sagen Das war ein guter Abschluss Soweit Das war ein guter Guter Abschluss Das ist der Grund Warum ich den nie bekämpfe Der Skip ist nicht mal Ansatzweise so schwer Wie der Boss Ich hab keine Ahnung wie man den skippt Aber er gehört dazu Er gehört dazu Und der läuft auch nicht immer so mies Wie jetzt gerade eben Muss man auch fairerweise sagen Gerade eben war nur schon sehr Scheiße Ich wusste halt auch gar nicht Dass er überhaupt Diesen Angriff Irgendwie so machen kann Dass er einen dreimal Nacheinander trifft Warum hat er das auch ständig Dann gemacht An dem einen Punkt Das war nicht nett Fand ich gar nicht schön Aber da oben ist der Speicherpunkt Den habe ich mir verdient Möchte ich einfach mal anmerken Den habe ich mir Durchaus verdient Der hätte ihn sogar Fiermal hintereinander gemacht Ja er hat einfach nicht aufgehört Ist auch zu wenig Platz Als dass man irgendwie Was punishen kann oder so Vor allem weil man eigentlich Nur von ihm weg will Das war nicht gut War nicht gut Ich könnte an dem Punkt Wahrscheinlich schon ein bisschen Losziehen und ein paar Verschiedene Ein paar verschiedene Upgrades sammeln Aber Ne 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 Wir haben alle Zeit der Welt Ah fuck Wir werden heute Chica machen Oh nein Oh nein Oh da habe ich gar keine Lust drauf War ein Zuliderkampf Das war überhaupt kein Zuliderkampf Der war grauenhaft Warum ist das Spiel so leise Warum ist es nicht im Vollbild Warte mal Was war das letzte Mal Nicht im Vollbild War das wahrscheinlich nicht Äh wahrscheinlich nicht Richtig nachgeschaut Äh Machen wir so Warte wo will ich überhaupt hin Ich will runter Und dann Ne warte ich will nicht runter Warte 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 Wir wollen hoch Wir wollen in den dunklen Äther Das nächste Ziel ist es nämlich Den Grapplebeam zu holen Der ist ja erst mal am wichtigsten Ich dachte übrigens vorhin als ich das Spiel angefangen habe Gerade eben dass ich dann erstmal Das wir jetzt schon auf dem Weg zur geheiligten Festung sein werden Aber wir sind noch nicht Wir sind noch lange nicht auf dem Weg B noch ein bisschen was So wir müssen zum Portal T ist falsch P ist richtig Ist das richtig Katakomben Und das die Linkste ist Versammlungshalle Ah Versammlungshalle brauchen wir Powerbomb oder sowas Wir müssen in die Katakomben rüber Darkbeam Tür Suchen wir Außer von Fjolzwit 13 Monate Resub Vielviel lieben Dank Ja richtiger Pfundskerl Das ist auch eine Stelle an der man sich ganz gerne mal verirrt Aber ich nicht Ich weiß Bescheid Ich kenne den Weg Ich weiß wo ich hin will Außer dem Giftsab von Oh Gott Nutsu Mu Äh Vielviel lieben Dank Vielviel lieben Dank So Wir machen ja das auf Und dann geht es in den dunklen Ätern Wir kommen zu einem Kampf der Den ich komisch finde Gleich kommt ein Kampf den ich etwas seltsam finde Denn er hat eine Mechanik die sonst keinen Kampf hat Und ich verstehe nicht ganz warum Es ist jedes Mal sehr 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 verwirrend Das heißt ich hoffe ihr freut euch schon auf diese Nein Freut euch schon auf diesen Kampf Auf diesen kleinen Funfact darüber Lustig komisch Ne ist einfach nur komisch komisch Einfach nur komisch komisch Und wenn man in den Kampf spielt dann denkt man sich Hä Soll das jetzt Und darf er mich jetzt 5 Minuten verschwenden um das herauszufinden Das heißt das ist ziemlich cool Muss beim Kampf googeln weil ich mega verwirrt war Ja Oh übrigens die Gegner hier es gibt keinen Grund die jemals zu bekämpfen Die können dann nicht mehr verfolgen oder so Dementsprechend äh Wir gehen einfach weiter Wir ignorieren die mal Au Warte im Raum gerade eben gab es nichts Richtig Warte Ne da gibt Im hellen Äther gibt es da einen Energy Tank Ich glaube im dunklen Äther gibt es hier nichts zu finden Ne der will nur so aussehen Aber hier ist nichts Ne alles gut alles gut alles gut Der tut nur so als ob da was wäre Oh oh Hier ist auf jeden Fall ein gewaltiges Stampfen Oh nicht diese Gegner Den könnte ich bisher immer erfolgreich ausweichen Wir werden das auch mal weiterhin so handhaben Denn sie sind sehr nervig Aber wenn wir gerade von nervig reden Ich habe erst mit dem Metroid Prime Randomizer herausgefunden Dass hier ein Item ist Es ist nämlich sehr nervig versteckt Was seid ihr davon? Ich habe das Gefühl man muss ein Stück weit wissen Dass es hier ist Ansonsten findet man es nicht wirklich raus Ich glaube das Spiel ist viel zu leise Was wird der Lautstärke gerade? Warum bist du so leise? Soll doch nicht so leise sein Man hört es also gibt es Schlimmeres Ich kann aber auch so laut machen dass man noch mehr hört Hey Ich habe das hier geöffnet Sehr schön Der hat mir also für die 100% gefehlt Ja ich denke das ist ein guter Kandidat Für Items hier an dem wir die 100% fehlen Denn meine Güte Ah meine Güte Das wird nervig Der halte ich von der Blase fern Ach das sind eine normale Weltraumpiraten Ja stark Wir können jetzt auf jeden Fall nach oben springen Was auch eine ganz nette Sache ist Nein 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 Alles gut Alles gut Plattform würde nicht ohne mich abhauen War nicht mal knapp War ja nun nicht mal ein Problem So was Wir boosten einfach durch Oh das war sehr effizient Oh yeah Der Mittelraum hier Ich glaube ich kann ja aktuell noch nichts machen Ich bin hier schon wieder Lass mich mal in Ruhe Ich versuche doch gerade rauszufinden wo ich hin will Wir wollen nämlich in die Mitte Und uns dann nach oben schießen Was ist das Gimmick des Spiels Man hat zwei Welten Die jeweils andere Waffenanzüge brauchen Muss man noch mehr wissen Inwiefern muss man noch mehr wissen Also Das ist eine sehr komische Frage Äh Ich meine Ja das Grundlegend Das Gimmick des Spiels Ich weiß nicht ob das alles ist Was man wissen muss Aber Es gibt auf jeden Fall Zwei verschiedene Welten Ja Es gibt wahrscheinlich mehr noch darüber zu wissen Aber Prinzipiell ist das Das grundlegendste Gimmick So Ah wir wollen das hier umdrehen Wir ignorieren den Luminor Ein bisschen zurücklehren und absahnen Dann kommt eigentlich der neue WarioWare Teil raus Kommt der noch dieses Jahr Jetzt können wir warten Das Spiel dann für zwei Stunden zu spielen Und nie wieder zu starten Moment Lass mich ein bisschen Lightbeer Munition holen Denn die werde ich benötigen Und hier ist der Boss mit der komischen Mechanik Also folgende Sache Ich kann ihm keinen Schaden machen Der Grund dafür ist Man muss ihn erst einmal scannen dafür Dann steht irgendwas von wegen Hey das Auge ist der Schwachpunkt im Kopf Und dann Greift man das Auge an Wir greifen ihn an Bis es kaputt ist Dann macht er ein Grapple Beam Wie ja auf diesen Mast Und dann gehen wir hinter ihn Und dann Super Och komm schon Och komm schon Bist du ja weißt Wir gehen auf den Lightbeam Hä Ach komm schon Es ist halt auch dann noch richtig Nervig Wenn es irgendwie halbwegs funktioniert Das war ein Treffer Nee ich mag diesen Boss nicht Warum macht er manchmal den Grapple Beam Ich weiß dass er irgendwie zu nah dran steht Aber Das ist doch dumm Das ist einfach nur ein dummer Bosskampf Ich habe jetzt schon keine Lightbeam Munition mehr Das war wenigstens guter Schaden Wenn ich zwischen der Säule und ihm stehe Und nicht hinter der Säule Ich will ja nicht dass er mich erwischt damit Okay Das läuft auch schon besser Einfach die Seiten wechseln Dann kann auch nichts passieren Nicht recht Aber ja ich würde sagen Es ist generell ein sehr verwirrender Bosskampf Wie kann dein Gesäß immer noch nicht kaputt sein überhaupt Jetzt Dankeschön So und jetzt machen wir ein bisschen Weniger Schaden Die Boss in diesem Spiel Ey Was ist mit den Bossen in diesem Spiel Oh schöner Treffer Komm Schaden Mach dich wieder Mach dich wieder offen für Schaden Sind die Säulen kaputt gegangen Das heißt jetzt muss man einfach sein Auge angreifen Und werben ihn Jo hätte schlechter laufen können Was ist denn super easy Wenn man sie versteht Ich poste dann generell ziemlich gut Bis auf Die Schicker Larve Aber ist okay Ich meine Schicker Larve ist besser auf der Wii Weil man frei ziehen kann Weil man die Super Missiles dann besser in den Buskopf feuern kann Aber Ja Wenn man weiß was zu tun ist Ich meine Das ist ein Videospiel Grapplebeam erhalten Das ist der Sinn hinter Bosskämpfen Dass du nicht sofort weißt was du machen musst Das sind ja ein kleines Rätsel Kleiner Abschluss von dem was du bisher gelernt hast Um zu zeigen dass du die Lektion verstanden hast Dann kommt ein Bossgegner Was wäre der Sinn dahinter Wenn du beim Spiel das auf Rätsel und Items und sowas basiert Dass du es dann von Anfang an weißt was du machen musst Das wäre ja schwachsinnig Ich schätze bei Ridley aus Super Metro Weiß man von Anfang an was man machen muss Aber Der ist auch einfach nur Ein bisschen da um Damage zu tanken So wir können jetzt hier rüber grappeln Dann können wir zur Lightbeam Tür Ich habe eine Menge Lightbeam Munition aufgebraucht Aber die hätte ich vorhin auffüllen sollen bei den Pilzen Naja Zu spät Also muss ich jetzt mit dem grappelbeam eigentlich hin Ich glaube wir müssen wieder in den hellen Äther zurück Fangen wir mal damit an auf Fangen wir mal damit an Ich kann da rüber Aber da war nur eine Highlighter Beam Tür Ne da da will ich nicht rüber Da will ich auch nicht rüber Da auch nicht Ah Wir wollen in den Mittelraum zurück Würde ich sagen Kann ich von hier aus da rüber Yeah yeah Ich kann mich mit der Maufballkanone rüberschießen Gut ausgesprochen Das ist ein schweres Wort Deswegen bin ich auch ganz froh Dass es noch ein bisschen dauert Bis wir den bekommen Okay Nicht im Giftgas stehen Au Das ist wie damals Im Schützengraben Wenn das Gas kommt Dann gehen wir besser woanders hin Aus dem Mr. Crazy Luigi Äh frischer Sub Wie viel lieben Dank Oh ja ich weiß wo ich hin muss als nächstes Alles gut Ich weiß Bescheid Ich hab kurz ein bisschen gebrainstormt Und ich äh Ich weiß Bescheid Ich weiß Bescheid Und zwar wollen wir erstmal wieder weiter zurück Ja und ich glaub dann werden wir auch schon wirklich direkt Wir gehen zum Bosskampf Zum Bosskampf des Gebiets Ich weiß noch damals im Schützengraben als das Gas kam Ich denke es gibt nicht viele Situationen Die beängstigender sind Als im ersten Weltkrieg in einem Schützengraben zu sein Und dann kommt das Gas Ich mein auch wenn du eine Gasmaske hast Was wenn sie nur so minimal Nicht ganz richtig sitzt So ein kleines bisschen Das sind Schmerzen die du dir nicht vorstellen willst Warum ist da ein Ü auf der Karte Ich für meinen Teil würde sagen Wir sollten Wir sollten chemische Waffen bannen Wer ist auf meiner Seite Ah da links will ich zum Portal hin Also will ich generell nach links Gewagte Aussage Ich weiß Manchmal muss man Dinge sagen Die nicht allen Leuten gefallen werden Ich weiß nicht im zweiten Ich weiß nicht Ich weiß nicht wie präsent Gas zwangsweise im zweiten war Aber okay 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 Wir hatten okay doch Ja ich weiß ich weiß Ist mir gerade auch aufgefallen Ich meine auf dem Schlachtfeld Aber im ersten Weltkrieg Es war ja generell alles das Prinzip Dass sie in diesen Schützengräben gekämpft haben Und das ist natürlich ein idealer Ort Um einfach ein bisschen Gas reinzulocken Reinzulotsen Kannst ja nirgendwo hin Das ist ja hier Da ist er hin Nein Oh Gott wir hätten so viel aus Der englische Synchronsprecher von Freezer ist gestorben Rip Okay Ist es nicht krank Dass man Regeln für den Krieg aufgestellt hat Inwiefern Bist du gegen die Genfer Konvention Bist du Bist du dagegen Ich meine Wer sich dran hält Ist natürlich eine andere Geschichte Aber So krank finde ich das nicht An die wird sich mir Anstatt doch auch keiner halten Oder Ich meine Prinzipiell Ja Nein Nein Ja Ich meine Wenn jemand die Welt erobern will Wahrscheinlich nicht Aber prinzipiell Ja doch schon Das Ist nicht gut Die Welt wird stinkig auf dich sein Wenn du das nicht machst Und Es ist ja die Frage Ob es das wert ist Wenn du mit deinem Land Ärger hast Dass du deswegen Die ganze Welt gegen dich aufbringst Nicht dass sie dich überfallen werden Aber Ist nicht optimal Aber es ist mit dem Länder im Krieg halten sich eh nicht dran Das ist halt wie mit anderen Gesetzen auch Es gibt viele Gesetze da draußen Und viele halten sich auch nicht dran Aber Das Gefühl ist trotzdem Ganz gut Dass sie da sind Würde ich einfach mal Spontan behaupten Ja hier waren wir an der Stelle Die mag ich gar nicht Die Stelle mag ich gar nicht Hauptsächlich waren wir jetzt so Ich mag den nächsten Bosskampf wirklich nicht Der nächste Bosskampf ist für mich Ich würde sagen Der Tiefpunkt des Spiels Es ist Er dauert einfach so unverschämt lange Und es passiert nichts Es ist so nervtötend Welcher Schlüssel ist das jetzt? Einer von drei Schlüsseln Das ist Nummer zwei Nein das ist Nummer drei Alles gut Nummer drei Chica ist gleich bereit Das wird saftig Ja Man kämpft gegen zwei Chicas Oder? Oder war es immer nur eine? Ich habe das Gefühl Es ist eine Sache Die ich immer Nicht ganz verstehe Ob es zwei sind Oder nur eine Wie das gemeint ist Ich meine die Evolution Würde ziemlich schnell gehen Ist derselbe? Okay Ja ich glaube Da liegt am Ende Auch nur eine Leiche Wo bringt mich die Darkbeam Tür hin? Schauen wir später Schauen wir später War von der Durteform Ja Ich weiß auch nicht Wo mich da verwirrt bin Ehrlich gesagt Als das so schnell geht Ist aber nicht sehr realistisch So dann füllen wir nochmal eben Unsere Munition auf Eigentlich dumm Dass ich das jetzt mache Und nicht erst die Supermissiltür Geöffnet habe Aber hey Hey Amor Upgrade Könntest du vorher noch holen? Ich dachte der wäre ein Energy Tank Warte wo ist ein Amor Upgrade hier? Ist das hinter der Darkbeam Tür? Was haben die Entwicklungen geraucht Um darauf zu kommen? Ich finde Ich finde wir sollten Wir sollten diese Form von Medienkritik Wieder zurückbringen Das ist einfach nur Das ist einfach nur Echt clever Und alle Liebe ist Wenn das jemand macht Ja hier ist ein Energy Tank Ziemlich wild Dass ich gerade mal 5 Stück An dem Punkt habe Am MetroPrem 2 Ist doch nicht Babys Erstes Metroid Ja ich glaube hinter der Darkbeam Tür Ist das Munitions Upgrade Wir sollten es holen Wir sollten es holen 100 Schuss ist doch Ein bisschen wenig Für diesen Kampf Was war hier nicht? Hier war glaube ich Der eine Weg Zu dem Mr. Container Bei dem Portal Nachdem ich mich immer So sehr gesehnt habe Hier ist nämlich das Portal Ist doch echt nervig Hier irgendwas zu erkennen Ist ein bisschen dunkel Was passiert Wenn man die Wenn man die Helligkeit So einstellt Dass das linke Bild Kaum mehr zu erkennen ist Ist das eine Sache? Haltet ihr euch daran? Wenn ein Spiel gestartet wird Dann steht Hey Stell die Helligkeit So ein Dass man Das linke Bild Gerade noch so sieht Niemals Nein immer etwas heller Nö Meistens ja Ich halte mich halt auch dran Immer deutlich heller Immer heller einstellen Naja Ich halte mich tatsächlich auch dran Aber es ist sowieso ein bisschen Eine verwirrende Einstellung Weil es ergibt Sinn am PC Aber am Fernseher Ich weiß nicht mal Wie du bei einem Modernen Fernseher Überhaupt diese ganze Nachbearbeitung Und sowas Ob du es überhaupt Deaktivieren kannst Ich habe versucht Alles zu deaktivieren Soweit Ich habe den Gamer Mode An Aber Ich habe das Gefühl Die Helligkeit wird Trotzdem immer ein bisschen Angepasst Ich wünsche mir wirklich man könnte Fernseher mehr einfach wie ein Monitor Verwenden Au Was Wo ist der überhaupt Da Jetzt macht er sich unsichtbar Man kann ihn one shoten Wenn man den Light Beam chargt Und dann direkt in ihn reinspringt Das habe ich von Excalius gelernt Wenn man nicht so dunkel machen Wie die sagen Dann sehe ich nichts Ich fand das nie so schlimm Neulich noch eine versteckte Unterfunktion entdeckt Wodurch die Helligkeit automatisch anpasst Bin kein Freund davon Ja Es gibt so viele Funktionen Ja Er bekommt einen Krono Das aller Schlimmste ist Ich kann bei meinem Fernseher Nicht den Dass er sich automatisch Nach vier Stunden ausschalten will Deaktivieren Es geht mir auf die Nerven Ich weiß nicht Gibt es Sinn Ich glaube Das müsste heutzutage So ein EU Energiesparzeug sein Sollte wahrscheinlich so sein Dass man es wirklich Nicht mehr Deaktivieren kann Dass er So viel Stunden was drücken muss Damit er nicht ausgeht Aber ich mag es nicht Hast du auch einen LG? Ja Ich habe einen OLED LG Das 2021 Modell Kann es auch nicht deaktivieren Das nervt total Ja ich kann mir vorstellen Dass das so eine EU Energiesparrichtlinie ist Sowas hat man auch öfter Beziehungsweise Das ist generell eine Sache Weiß nicht ob es speziell bei Fernsehern so ist Aber Ich denke schon Samsung 2016 ist zu alt für die native Disney Plus App Das ist so ein Schwachsinn Wie kann Wie kann Ich meine sie wollen Dass man einen neuen kauft Aber Komm schon Komm schon Komm schon Betriebssystem von LG's Mega S Lieber ein Android TV Ich weiß Ich bin mit meinem Ansicht zufrieden Vor allem weil man super viel Nachbearbeitung einfach deaktiviert wenn man auf den Gamer Mode stellt Was mich ein bisschen nervt ist dass ich den Weißabgleich nicht einstellen kann Der ist irgendwie immer Wird der automatisch gemacht Und das Ich meine das ist die Sache Ich habe meinen Fernseher Er spiegelt das Signal von meinem PC Okay Von meinem ersten Monitor Von meinem Hauptmonitor Und die Sache ist Ich sehe dann Wenn ich manchmal den Fernseher noch anhab Keine Ahnung Damit ich was über Lautsprecher Ähm Äh Hören kann Und dann sehe ich manchmal das Bild von beiden Und ich merke dass einfach das vom Fernseher einen gewissen Blaustich hat Und ich denke mir Oh Es fällt mir nie auf wenn ich vom Fernseher sitze Aber wenn ich die beiden Wenn ich die so mehr oder weniger nebeneinander sehe Denke ich mir Oh mein Gott Das stört mich so sehr Das stört mich so sehr Dass ich nichts daran ändern kann Und ich weigere mich meinem PC Monitor Äh Den zu kalt einzustellen Da erfriere ich ja noch am PC Wo du Spiegel sagst Warum sind Mathe Fernseher kaum vertreten Äh Keine Ahnung Ich hoffe ich konnte helfen Gibt es das hier seit dem letzten Update schlechtes Liked irgendwie Bei mir nicht Außer im Nocturnus 74 Monate Resub Baby lieben Dank Ich glaube meine Monitore sind matt Also meine PC Monitore Okay Freunde Ich hoffe ihr habt Zeit mitgebracht Oh Oh Ich habe das da nicht getroffen Okay So gemacht damit man es beim Laden kalibrieren lassen muss Manche Bildschirmanschungen sind hier ausgegraut Okay Das ist auch bei ähm Anderen Fernsehen so Dass man des Betriebs äh Die äh Die spezielle Einstellungskonsole nicht als Normalverbraucher ansteuern kann Oh Was geht los Wir versuchen mal Darkbeam Die normale Chica Larve ist natürlich Auch wenn man davon ausgehen würde Oh Das klappt nie Oh Versuche ich es überhaupt Äh Sie ist natürlich Sie ist natürlich kein dunkler Gegner so wirklich Man kann hier den Bauch treffen Und dann super viel Bonusschaden machen aber Spielst du den Randomizer? Äh gerade nicht Das ist nur das normale Spiel Ach komm schon Lande doch bitte Hey ich habe Schaden gemacht Wahnsinn Ich soll wahrscheinlich einfach beim Darkbeam bleiben In der Phase Ja 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 Muss man auch scannen Den Bauch anzuvisieren Und man kann den Bauch dann anvisieren Das wusste ich nicht Ja Da muss man immer manuell ziehen dafür Geh doch mal weg Ach Es ist doch eh alles zu langsam Lande doch bitte auf der fucking Plattform Gott Okay Wenn ich sie hochspielen Sollte ich sie vielleicht sogar mit Supermissels treffen können Das ist einfach so ein langweiliger Kampf Es ist unglaublich Das war nichts Lande doch bitte auf der Plattform Also wirklich Oh Oh Alles ist gut Alles ist vergeben Alles ist vergeben Und vergessen Nach diesem Treffer Kannst du bitte aufhören Die die ganze Zeit zu spawnen Gehen mir so auf die Nerven Ne Da will ich definitiv auch die Supermissiles machen Das war Das war absoluter Mülltreffer Geh doch mal weg Ich schau und spring Nein Das war es nicht Willst du nochmal auf der Plattform landen oder Ja nicht Oh Noch ein schöner Treffer Aber mein Gott Der Kampf dauert einfach Es dauert einfach wirklich lange Okay Sehr schön Gott Dass man Dass man Chica scannen muss Um den Bauch anzuvisieren Ich wünsche das Hätte ich mal früher gewusst Vielleicht wusste ich das auch Irgendwann mal Keine Ahnung Das erleichtert Er den Kampf So sehr Ach ja Immun gegen Mist Hör auf Hör auf Hör auf Na das war es nicht Das war nicht gut Jetzt legen wir ein paar Landungen an den Tag Okay Nicht mehr lange Nicht mehr viel Warum versuche ich die normalen Schüsse Die machen viel zu wenig Schaden Für sowas Yes Was für ein Weichei Seht ihr aber jetzt hier der Kokon der Wand ist Das sieht Das wird für mich nicht so als ob das der gleiche wäre Es wird für mich so als wäre es eine zweite Irgendwie Zum Glück ist der Kampf vorbei Ja der Kampf ist vorbei Der kommt nicht wieder Schicke adulte Form ist natürlich Super nervig Weil sie immer allen mit Zeug ausweicht Kann man hier nicht mit Darkbeam ein bisschen schabern Na ja jetzt gibt es so schlecht Ah fuck Dreh dich doch nicht Ach Gott Ja das war nichts Das war überhaupt nichts Man muss die Pflüge erwischen Ich dachte ich stehe richtig dafür Aber Warum weichst du immer allen Oh mein fucking Gott Hör auf Erwachsene Form bei den Entwicklern Zu basic Ich bin mir ziemlich sicher Wer nennt das bei Insekten Nicht erwachsene Form Sehen davon Ist das von der Übersetzung Nicht von den Entwicklern Auch wenn ich Retro Studios Aus Texas gerne Schuld für die deutsche Übersetzung Gibt es das Wort Adult überhaupt Also auf Deutsch Hä klar Was Nein Nein visier doch Nein visier doch die fucking Flügel Warum visierst du die Flügel nicht Oh mein fucking Gott Was ist das Ich stand vor dir Gott Noch nie gehört Wie noch nie gehört Was Ich bin vorhin einfach so Oh mein fucking Gott Ich dachte ich stehe hinter ihr Ich kann die Scheiße auch manchmal Einfach nicht erkennen So jetzt komm schon bitte Triff Der eine Flügel wurde nicht zerstört Was Warum Warum triffst du gerade nicht Warum trifft sie gerade nicht Was soll das denn Als ob ich jetzt zweimal Nicht alle vier Flügel erwischt habe Ich werde noch sterben in diesem Kampf Ich meine ich weiß Dass die Seeker Misser Jetzt manchmal Probleme machen Aber sie sind eigentlich Nicht so übel Gott Das kann doch nicht sein Warum ist jetzt die zweite Phase Die größte Scheiße Oh jetzt bin ich natürlich zu weit rüber Oh mein fucking Gott Ein einziges Mal denke ich mir Oh ich werde direkt zwei Plattformen weiter gehen Da ich sonst sowieso nie ganz hinter ihr stehe Und dann jede Menge Zeit verliere Beim Versuch mich direkt auf sie zu schießen Dann ist natürlich zu wenig Dann ist sie natürlich stehen geblieben Was ich jedes Mal Genau da wo ich Dankeschön Gott Ich weiß nicht warum das jetzt so lange gedauert hat Schicker dreht sich immer so Dass du entweder rechts oder links einmal musst Woher erkenne ich das Jetzt haben wir natürlich die dunkle Form Okay das war's Naja die kann ich nicht mit dem Leitbeben killen Vielleicht werde ich wirklich sterben in diesem Kampf Geh doch mal weg Oh oh jetzt kommt der Dash Schau sie an Nein Das ist tatsächlich gut zu wissen Dass man nur einmal dann die jeweilige Richtung rüber muss Das wusste ich nicht Ja dann muss ich jetzt hier einmal rüber Nehme ich an Ich dachte die dreht sich immer noch weiter Nachdem man äh Irgendwo rüber ist Dankeschön Ich habe alle vier getroffen glaube ich Trotzdem das Gefühl dass sie Ach Gott Sie direkt schon hätte runterfallen sollen Aber das ist okay War's das? Yes! Okay wir haben den Kampf Wie lange habe ich jetzt gebraucht dafür 20 Minuten Das nenne ich einen Blitzsieg Nein das war vieles Das war kein Blitzsieg Aus dem Käpt'n Fluffy Acht Monate Resub Wie viel lieben Dank Gott Das war ne Geburt Aber Ich hab viele Dinge über den Kampf gelernt Ich hab was über Phase 1 und über Phase 2 gelernt Das heißt im Endeffekt Werde ich aus dem Kampf Werde ich aus diesem Kampf stärker Äh Hervorkommen als ich reingegangen bin Dark Visor erhalten Äh der unterscheidet sich total von dem ähm Von dem X-Ray Visier aus Method Prime Komplett anders Ich mein Ich wollte grad sagen es ist ne Bischung aus dem X-Ray Visier Und dem ähm Thermal Visier aus Teil 1 Aber Sind sowieso beide effektiv irgendwie das gleiche Aber ja jetzt können wir damit ein paar Plattformen sehen Die man vorne nicht gesehen hat Und äh Ich kann gewisse Ja gewisse Schalter quasi auch sehen Ist ganz nett Visierinnen im Spiel sind nur generell ein bisschen Beziehungsweise ich hab das Gefühl mit dem Dark Visier Haben sie ein paar nette Dinge gemacht Echo Visier ist wieder ein bisschen Ist ein bisschen mehr Gimmick Aber kannst du die Energie skippen Kann man Weil kann ich dann einfach rausgehen Wir sind aber für die Story hier Wir machen das Wir nehmen das noch mit Ich kann nicht anfangen die Story zu äh Teil davon zu lesen Und dann das einfach wegzulassen Keine Nachteile Na wenn wir hier sind Dann müssen wir das doch noch kurz machen Aber das ist auch sehr interessant zu wissen Ja der Lore Run quasi Wir scannen zwar nicht aber trotzdem Ja wir ziehen uns ein bisschen Energie rein Mein Körper ist durchzogen von Energie Mich hat übrigens gestört Dass man mit dem Echo Visier Trotzdem durch Glas durchgehen kann Was? Irgendwie fern durch Glas durchgehen Sehen Achso äh Ja ich mein Das ist ein Videospiel Von wann ist das? War 12 Als das rauskam 2005 Ich mein Ich hab das Gefühl Die hat noch nicht zu viel Aufwendige Tatsächliche Echo Simulationen Äh wir machen Prime 3 nach Prime 2 Ist Glas nicht auch durchsichtig Ja aber das Echo Visier Das äh damit Wie du wahrscheinlich dir schon denken kannst Anhand des Namens Äh arbeitet es mit Schall Schicker Larve Ich mein adulte Form Äh dementsprechend Wir haben jetzt quasi mehr Fledermaus Als Mensch an dem Punkt Dementsprechend Es ergibt durchaus Sinn Dass man nicht durch Glas durchsehen sollte So ich hätte gerne noch ein bisschen Munition Dankeschön Prime 3 werden wir heute übrigens nicht anfangen Damit meine ich ja Ich hab nicht mal Das Zeug dafür Äh vorbereitet Weil ich mir dachte Na ich werde mit Prime 2 noch gut beschäftigt sein Weil ich mit Prime 2 heute noch Früher fertig bin Wenn ich noch ein bisschen Zeit für den Streamer Mache ich vielleicht noch ein selbes Spire Run Oder sowas Muss man mich mal den Spire slayen Apropos so nah Ich hab meine Diskussion Auf einem Discord verfolgt Was sagst du dazu Können Fledermäuse um die Ecke schauen Ich mein Wenn der Schall um die Ecke läuft Können sie es Ja Ich bin grad zu dumm zu wissen Ob Schall sich Zwangsweise In welcher Situation Er sich um die Ecke Äh Bewegt Aber ich denke Wenn er es tut Dann ja auf jeden Fall Äh Ne ich will da geradeaus Das hätte Sinn dahinter Das hätten sie ja Augen entwickelt Wenn sie keine Vorteile von Äh Dem Sonar hätten Spiel im Sea of Stars Ist ein gutes Spiel Wer ist etwas für dich Falls dir was sagt Sagt wenn nichts Was ist das für ein Spiel Ich bin mir auch ziemlich sicher Auf Fledermäuse Um die Ecke Schauen können Das ist eine Sache Die man Wenn man kurzen Artikel Darüber lest Äh Wie Das so nah von Fledermäus Funktion Ich hab das Gefühl Das kann man dann Ziemlich schnell herausfinden Ehrlich gesagt Äh Total war da drüben So gerne ich auch Gegen diese Piraten Hier kämpfen würde Aber uh So spät schon So spät schon Ich höre ja auch Wenn jemand um die Ecke Spricht Wäre also nur naheliegend Das ist ein guter Punkt Fledermäuse haben Augen Natürlich nur Keine guten Ja stimmt Das hat Pokémon Für mich ruiniert Dass ich irgendwie davon ausgehe Dass Flermäuse Keine Augen haben Außer von Zisch 97 Elf Monate Resub Wie viel lieben Dank So wir können die jetzt Auch endlich sehen Aber Moment Hier sind gar keine Piraten Oh Ich dachte hier werden Ein paar lahme Piraten Aber ich lag falsch JRPG in Pixel Optik Ist ziemlich charmant Ne ne Ich brauche aktuell Keinen JRPG Da hätte ich glaube ich Aktuell nicht die Geduld für Spricht dich Bayer Skate 3 eigentlich an Ich meine ich habe vor Bayer Skate 3 zu spielen Irgendwann Und nein Ich habe nicht vor Es im Stream zu spielen Oder Wie das Oder was auch immer Weil das Geld Zu streamen wäre Ich meine es an dem Punkt Nicht mal mehr Neues Spiel Für Wenn es Spielmonat Draus ist Dass man sich sagt Ja jetzt lass mal 100 Stunden Spiel Anfangen Das ist nicht der richtige Grind So wir kommen jetzt übrigens In den Raum Der sehr nervig ist Aber Wenn ich schon mal hier bin Kann ich ihn noch mitnehmen Ich mag den Raum Überhaupt nicht Das heißt ich Ich freue mich schon sehr darauf Ich kann es kaum erwarten Und ihr seid auch noch hier Okay Hier muss man ein bisschen Der Magnetball Situation Einer Magnetball Situation nachgehen Und man hat ja wieder Diese komischen Pflanzen Die einen greifen wollen Die schießen auch auf einen Und Ich fall dann immer runter Warte wir haben Den Magnetball Noch gar nicht Warum dachte ich Dass ich den Magnetball Schon hab Es gibt einen sehr Berüchtigten Boss Den man dafür erst Machen muss Ich hab's wohl mit Ich dachte Außer wenn ich Ich dachte Ich brauch noch den Boostball Dafür Da habe ich wohl Spontal Den Magnetball Wächter Vergessen Upsi Das ist ein Boss Dessen Existenz Dessen Existenz Man durchaus mal Verpeilen kann Ich mein Ich bin bei dem Seit Sehr lange Nicht mehr gestorben Aber Ich weiß Wie es damals war Dass man schlecht In dem Spiel war Aber sehr schön Die Piraten Respawn dann nicht Wir geben erstmal Die Energie ab Das ist mein aktueller Plan Und dann Gehen wir weg Ist der ein Gebiet In zwei Echos Äh Ich hab keine Ahnung Ich denke Geheiligte Festung Ist eigentlich schon Am interessantesten Gibt's eine Menge Zu tun Hat ein paar Absolute Hits Und man ist nicht Unter Wasser Unterwegs Leider ist man den Boss Nur im Morphball Besiegen muss Macht ihn so einzigartig Ich wollte gerade überlegen Ist er damit einzigartig Aber ja Stimmt Es gibt sonst keinen Morphball Boss Vielleicht den Prime 3 Ich weiß nicht mehr Prime 3 Habe ich immer nur Bedingt viele Äh Erinnerungen Die wir natürlich Wieder auffrischen werden Ab nächste Woche Um 9.30 Uhr Am Sonntag Ob ich das gerade sehe Ich fand's damals so cool In Smash 4 Oder gab's in Brawl Schon den Dark Suit Oder erst in Smash 4 Ich glaube die gab's schon In Brawl Oder Als alternatives Outfit Für Samus Alternative Farbe Und ich hab's gesehen Und ich dachte mir Oh mein Gott Das ist das Leben Darauf habe ich Mein Leben lang gewartet Mehr Metroid Prime 2 Für mich Dankeschön Sonst gibt man immer nur Den Gravity Suit Oder einen dummen Fantasy Rosa Suit Smash 4 gibt's auf jeden Fall Dann auch noch den Light Suit Oh oder Ultimate Ich hab keine Ahnung In dem Punkt Die beiden sind ein bisschen Verwechsigern miteinander Smash 4 fühlt sich an Als wäre es einfach nur Die Beta von Ultimate Scheiße Ich bin heute unterwegs Später Ich verpasse Metroid Prime 2 Das ist ein Schicksal Das ich mir gar nicht Erst vorstellen möchte Danke für die Verbeugung Mein Bruder Ist ein Fan Von der Sparaggedition Muss heute noch arbeiten gehen Ist es wieder einer Deiner berüchtigten Sonntage Bei denen du trotzdem Stream weiter schauen wirst So wie letzte Woche Ja Ich weiß Solange du anwesend bist Kann ja niemand was sagen Lassen wir Morphman Auf die Menschheit los Das ist bereits passiert Oh ja Warte Als eine Brücke eingestürzt ist Oh mein fucking Gott Der Morphman Da krieg ich Da krieg ich es mit der Angst zu tun So ich habe erfolgreich Wirklich gedocht Die Karte mitzunehmen Sehr schön Oh hier könnte ich doch Noch einen kleinen Misli Container mitnehmen Au 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 Jungs Jungs Abstand Bitte So hier war auch noch Ein Misli Container Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ob ich ihn gerade Misli Container nenne Ist echt lustig Oder Sonntags ab 9.30 Mowgli ist der lila Launebär Der 2020er Was für lila Launebär Wer schaut den fucking Lila Launebär Als Kind Schweige denn Wer weiß noch Wann der überhaupt lief Zurück in der Tempelanlage So jetzt könnte ich noch ein bisschen Erkundung betreiben Aber ich werde mich dagegen entscheiden Weil wir machen das dann Wenn wir alle Upgrades haben Richtige Johnny Show Ich weiß nicht Johnny ist mehr so ein Kika Kind Johnny sagt Er hat Kika nicht so viel geschaut Aber wenn man Wunschpunsch sagt Dann sagt er Oh mein Gott Oder sieben Stein Und dann hat meine Familie Den von Vom Kika Einen Brief geschrieben Weil wir irgendeine Keine Ahnung Schloss Einstein Folge haben wollten Aber was auch immer Und bekamen dann Dvd zugeschickt Aber er hat nicht so viel Kika geschaut Wunschpunsch war super Ich glaube es war okay Der hat Kika gelebt Der hat bestimmt auch mit Playmobil gespielt Das weiß ich gar nicht Ich hatte irgendwann mal ein Playmobil Set Aber Daran hatte ich nicht zu viel Interesse Ich habe auch das Gefühl Ich habe auch das Gefühl Es war mir einfach ein bisschen Zu Minimalistisch Es gibt halt echt nicht viel zu tun Das ist überhaupt ein Grund Zu ihm gerade hoch zu gehen Lego größer als Playmobil TBH Ich habe das Gefühl Beiden miteinander zu vergleichen Ist schon irgendwie Playmobil gibt es eigentlich Nicht so viel zusammenzubauen Der Tempel von Thorvus Ist abermals erstrahlt Nur noch Nur ein Tempel noch Entbehrt das Licht des Ethers Brich auf zu unserer Festung Huroben in den Felsen In der Festung findest du den letzten Tempel Suche dort nach Wissen Bevor du in das Nest der Ing Eindringst Doch gilt es die Festung mit Obacht zu beschreiten Ein Ort der einst unter dem Schutz von Maschinen stand Die wir erschufen Nun sind sie nunmehr verdorbene Sklaven der Ing Sie werden dich nicht willkommen heißen Oh was? Unser Ziel rückt stetig näher Möge das Licht des Ethers dich auf deinem Weg geleiten Ja das war keine lange Geschichte Die werden mich nicht willkommen heißen Warum gehe ich denn überhaupt noch hin? Ich habe mit Playmobil nichts zu anfangen Ich konnte bei Lego das bauen Aber das Spiel hinterher eher weniger Aber Playmobil hat schon coole Sachen Deutsche Post Deutscher Polizist Oder mein Liebling Hipster mit Bart und E-Roller Das ist ein gutes E-Roller Set Das mag ich am meisten Ich war damals obsessed mit dem antiken Ägypten Und hatte neben dem Neben meinen Ägypten Schuhranzen Und alle Ägypten Playmobil Sets Warum nicht Warum warst du nicht ein bisschen Obsessed mit dem modernen Ägypten? Das stimmt damit nicht Die wollen eine große Militärzentrale bauen Oder was auch immer Hallo Irgendwas komisches Korruptes glaube ich Weil es keine Sklaverei mehr gab Weil wir jetzt speziell in diesen Fleckchen der Erde blicken Ist ein dehnbarer Begriff würde ich sagen Für den Bau der Pyramiden gab es keine Sklaverei Ist das eine Sache? Ne, ich habe keine Ahnung Sowieso eine Sache Ich habe mich doch nie im Detail damit auseinandergesetzt Leute könnten alles erzählen Und ich würde sagen Ja Das kann schon stimmen Oh ja hier muss ich mein Dark Ding ins Visier einsetzen Waren alle selbstständig Waren zum Großteil auch bezahlte Arbeiter Laut Geschichtswissenschaftlern wurden die Leute bezahlt für den Bau Und die mit verscharrt wurden Haben das freiwillig mitgemacht Ja die die mit verscharrt wurden Das waren sowieso Baumeister und sowas meine ich Okay Ist das, dass die Pyramiden von Sklaven erbaut wurden Ist das so ein Missverständnis? Wenn ja dann weiß ich nicht ganz wie ich meine Wie ich den Bau meiner Pyramide finanzieren soll Ich kann mir die Löhne heutzutage mit dem Mindestlohn nicht leisten 10.000 Mitarbeiter Außerdem da Mit Patreon Außerdem Dark Beam Extrem effizient gegen diese Geschütze Extrem effizient Die Geschütze machen nämlich eigentlich enorm viel Schaden Mit Patreon Meinst du, wie ist es heutzutage laufen? Am Ende waren es sowieso die Aliens Das ist immer die dümmste Scheiße Schütze hat mich in meinem Brando mal gekillt Weil ich da ohne E-Tanks lang musste Und ohne Dark Beam Uh, das ist nicht gut Stell dir vor eine höherentwickelte Zivilisation Stell dir eine höherentwickelte Zivilisation vor Die auf die Erde kommen Einfach nur Random Bauprojekte errichten Als wären wir Lego Ja, und sie sind so hoch entwickelt Dass sie kommunizieren Indem sie Sachen in Steine meißeln Wie wir das heutzutage auch machen Wenn wir Informationen Irgendwie Irgendwo Aufschreiben wollen würden Dann würden wir auch sagen Yeah Meißel das bitte in den Stein Willkommen in der geeinigten Festung Freunde Es wird in Steine gemeißelt Ich bin sicher Es ist Stacy in Pyramiden vergraben Es gibt so ein Ding Das ist weil Weil irgendwelche Fossilienfunde Ein bisschen so aussehen Als würde Wenn man es beim richtigen Blickwinkels anschaut Sieht es so aus Als wären da irgendwelche Computerchips drin Und das wäre eine Sache Dass manche Leute daran glauben Ich glaube da Ich glaube das läuft Aber der Schluss den Leute daraus ziehen Ist dass die Welt Es immer wieder Untergang gibt Und dann Wir alles wieder neu lernen müssen Oder was auch immer Es ist immer erstaunlich Wie viel über Wie lieber die Welt Man an der Hand von einem Nicht so ein nicht gut aufgelösten Foto lernen kann Scheinbar haben vor Zehntausend Jahren Oder nicht vor Millionen Jahren Leute gelebt Die Computer hatten Warum will ich Lightbeam Munition Weil ich habe voll ein Lightbeam Oder ein bisschen Darkbeam Munition haben Je nach Region der Welt Wurden Dinge unterschiedlich Niedergeschrieben Hierdurch entwickelt sich Die Schriftform Die jeweiligen Regionen Hier ist alles rechts Recht geradlinig Weil das ja besser Zum meisten war In Thailand beispielsweise Schrieb man auch Bananenblätter Musste daher Damit es nicht Reis der Kurvig schreiben Zu den heutigen Schrift Was sich die heutigen Schrift Bemerkbar macht Ne, mir geht es ja darum Dass wenn irgendwelche Supermodernen Aliens An dem Bau der Pyramiden Beteiligt waren Warum haben sie dann Zeug einfach in Steine gemeißelt Nicht irgendwie Eine andere Möglichkeit gefunden Um irgendwas Welche Daten zu Speichern Vermutlich sagen sie es als Rito und Kula Das kann ich respektieren Das kann ich respektieren Diese Gegner kann ich nicht respektieren Auch bei denen wieder Ein guter Gecharger Dark Beam Eine Missile Und wir haben keine Probleme Und wir haben absolut Keine Probleme Okay Ich werde nicht Freundlich Willkommen Geheißen So wenn man nicht Ihren Kopf Zuerst abschießt Dann fliegt nachdem Man den Körper gekillt hat Der Kopf herum Und das will ich Verhindern Wenn das passiert Husten Husten Und wir haben es Die Gegner sind auf Wenn man keine gute Methode hat Können die auch Eine absolute Qual sein Wie so einige Gegner An dem Punkt Einschließlich denen da oben Die können mein Die können mein Betriebssystem Abstürzen lassen Meint das bitte nicht Das fände ich jetzt Gar nicht gut So mit einem Stream Ich mag es Wenn wir einen hacken Ja Es ist eine super Spaßige Idee Meint euch keine Sorgen Das wird früher Oder später Noch passieren Früher oder später Dieses komische Hacken Ist auch eine Sache Die man im Multiplayer machen kann Es gibt ja diesen Multiplayer wo man Gegen andere Spiele Einfach spielt Und da gibt es auch Gewisse Powerups Wo man dann für kurze Zeit Irgendeinen Bonus hat Und einer davon ist auch Der Hacking Modus Und er ist so schlecht Er ist so schlecht Er ist so unfassbar schlecht Es ist schwer Man kann aus dem Scan Modus Da nämlich nicht raus Da muss man den Gegner Wie scannen Der kann super leicht Ausweichen Und auch wenn er Gescannt wird Dann nimmt er einfach Nur pro Sekunde Ein HP Schaden Oder so Es ist viel zu wenig Um überhaupt Das auszugleichen Wie schwierig es ist Das hinzubekommen Hey Fangen wir dein Schild hier weg Ja würde ich nicht Empfehlen Den Scan Modus Wie weit im Spiel Sind wir vorangeschritten Wir sind der dritten Von drei Welten Bernstein Kobalt Purpur Smaragd Bernstein Kobalt Purpur Smaragd Man sagt Wir haben die Erde Schon so gravierend geändert Dass man lange in der Zukunft So Spuren entdecken kann Ich glaube also nicht Dass es eine antike Zivilisation Geben kann Die auf unserem Stand war Absolut nicht Könnte so viele Dinge Davon Im Nachhinein erkennen Ich habe kein Magnetball So ungewohnt Die Magnetball Hier nicht zu haben Was soll das denn Ich weiß nicht Ob ich im Randomizer Jemals in der geheiligten Festung ohne Die Magnetball war Immer noch kein Magnet Wird höchste Zeit Dass wir den mal holen Ich bin hier Ich bin hier Unterwegs Ach ja Wie heißt der eigentlich In dem Spiel Ist der der Magnetball Oder der Spiderball Haben wir hier Ein paar nervige Gegner Trifft doch bitte Was ist der Mach doch Dankeschön Ne So ein bisschen nervig Später spawnen Hier noch nervigere Gegner Spiderball Ja ich glaube Spiderball Aber es sind Magnetschienen An denen man sich Entlang Ich habe ihn immer noch nicht Das geht es noch nicht Oh ich werde die Gegner bekämpfen Dann werde ich mir schnell Die Schlüssel Da drüben holen Aber ich verstehe es Ich kann es mir auch einfach Nicht merken Ich kann es mir auch einfach Nicht merken Das ist auch Der vollkommen falsche Weg Shit Nein die Aussage Es wäre mit damaligen Geräten Nicht möglich gewesen Pyramiden zu bauen Musst du nochmal sehen Was wir heute für Dinge bauen Die viel größer sind Ich glaube Die Aussage ist auch Schwachsinn Generell Das es damals Nicht möglich war Da kann ich rüber Was spielst du da gerade zusammen War der falsche Weg Ich muss gerade Über Ägypten nachdenken Kannst Mythos auf Mythen machen Ja das wäre es Oh okay Wir sind auf dem Weg Wir sind auf dem Weg Zum guten alten Spiderwächter Der Spiederwächter Einfach da So wir gehen mal eben rüber Und dann machen wir Das Und hoffen Dass ich treffe Ich habe getroffen Ich bin so gut Wie beim Magnetball Er ist an dem Punkt Wirklich nicht mehr weit Entfernt Ja die spinnen Die Wächter Boom Ach jetzt muss ich hier unten Durch Der ist auch einfach Aus den Höhlen Von Magmo übernommen Der Spiederwächter Der ist ein absoluter Der ist ein absoluter Anfänger Killer Ich kann mir nicht vorstellen Dass es wirklich Jemanden gab Der das Spiel gespielt hat Und nicht bei dem Spiderwächter Damals wenigstens Einmal gestorben ist Shit Egal Er ist doch auch Ist auch nicht ganz richtig Nee Bleib doch mal unten Okay Ich gehe das hin Seht ihr Ich gehe das hin Außer von Exo Twisted Frischer Sub Vielen lieben Dank Bei Quadrax bin ich auch Aufgestorben damals Ich nicht tatsächlich Also ich sage Bei Quadrax ist es auch Du hast nicht so einen weiten Weg dahin Das ist glaube ich Beim Spiderboard Wächter das Hauptproblem Das ist auch wieder Bei dem ist auch wieder Ewig keine Speicherstation Da muss man auch wieder Zu dem Luminode Erst hin Und das ist Einfach nur Belastend Und jetzt ein guter Zeitpunkt Wo wir wieder einen Blick Auf die Skybox Zu werfen Das mache ich immer Ganz gerne hier Im Speicherpunkt Denn Hier sehen wir Dass die Luminode Doch durchaus Eine relativ große Moderne Zivilisation Errichtet haben Und das ohne Die Hilfe Der Ägypter Ich habe mal Relativ verstauerlich Zu sehen Oder ich finde es Interessant zu sehen Dass es einfach Diese riesige Stadt Rund um die Geheiligte Festung gibt Wisst ihr Dragon's Dogma Anschauen Wenn es rauskommt Keine Ahnung Aber wisst ihr was Bevor Dragon's Dogma Rauskommt Werde ich mal Noch kurz Aufs Klo Gehen Ehrlich gesagt Neuigkeiten Ich habe es Zurück Geschafft Und ich glaube Dragon's Dogma 2 ist noch Nicht draußen Aber vielleicht Vielleicht wenn ich Das nächste Mal Aufs Klo gehe Wahrscheinlich nicht Ich wusste nicht mal Dass es überhaupt Rauskommen soll So ich kann jetzt Hier entlang laufen Aber bringt mir das was Das ist die wichtige Frage Ich weiß es Wenn ich aufs Klo gehe Und der Dragon's Dogma Kommt nicht raus Der hilft meistens Ein Kaffee Ach und Dogma Kommt nicht raus Ne 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 Mit dem Problem Möchte ich mich Nicht weiter identifizieren So bringst du mich Nach oben Yeah Das ist der Fahrstuhl Nach oben Das ist der richtige Okay Dann geht es wohl Gleich los Wenn wir mal Gegen ein paar Köpfe kämpfen Gleich Oh oh Er hat den Kopf Gerufen Genau Ich muss ja die Schwäche Jeweils macht Von der Farbe Das ist wenn man Den Körper zuerst Killt von denen Dann kommt der So ein Kopf Den man dann Erst irgendwie Killen muss Und die sind super Nervig Deswegen Kriege ich den Kopf Immer zuerst Und dann den Körper Yep Wir sind auf dem Weg Zum Spider-Ball-Wächter Hier in diesem Raum Hat man ein paar Komische Gegner Die nicht mehr Wirklich im Spiel Jemals vorkommen Zum einen Die aufgepowerten Varianten von denen Ich meine Die kommen beim Bosskampf Hier dann nochmal vor Aber Die sehen stärker aus Als die normalen Versionen Aber sind sie wirklich Nicht Sie sind wirklich Kein bisschen stärker Um auf zu rollen Kann man auch einfach Ignorieren Ja Aber wenn wir schon mal Hier sind Können wir auch so tun Als würden wir Gegen sie kämpfen wollen Wenn man später hin Zurück geht Sind dann auch so Komische Gegner Die Die an der Decke Festhängen Und die sieht man Abgesehen von hier Glaube ich auch Nur sonst In einem anderen Raum Der Arkbeam ist Ziemlich gering Lass mich das mal Eben auffüllen Aber ja Es ist wirklich komisch Dass sie hier Extra Eine Cutscene machen Um zu zeigen Dass sie jetzt Von den Ingen besessen sind Aber es sind irgendwie Komische Gegner Die trotzdem Nicht mal stärker sind Und sie kommen auch Nur in diesem Raum vor Und bei dem Bosskampf Aber sonst nicht Keine Ahnung Was das überhaupt soll Es ist ein bisschen Komisch Das war ein bisschen Scheiße Es ist vor der Wahl Des neuen Games Hat jemand Einen Tipp Am besten Kein Triple A Oh ja Einfach nur Einfach nur Ein Videospiel Kennt jemand Ein Videospiel Ja Metroid Prime 2 Echoes Für die Nintendo Gamecube Niemand will Solitär spielen Werder will man Spider solitär Dann erfahren wir doch mal Was hier vorgefallen ist Höre die Worte Oh Liers Des letzten Hüters Des Festungstempels Mögen sie dir Dienlich sein Einst war dies Eine große Festung Die sichere Zuflucht Unseres Volkes Während des Krieges Sie beherbergte Zudem Portale Zum Netz der Ingen Der Wiege Ihres fitsteren Stammes Ja das ist ein Fehler Während des Krieges Konstruierte ich Eine Reihe Mechanischer Wachposten Die mir in der Schlacht Zur Seite standen Sie wurden gemacht Um gegen die Ingen Zu kämpfen Und für wahr Sie bekämpften sie Für geraume Zeit Einer nach dem anderen Wurde durch die Ingen Korrumpiert Nun ist ihnen jegliche Gnade fremd Wenn sie losschlagen Viele begleiteten Ihre Ingenherren Zum Äther der Finsternis Erwarte sie Wenn du im Nest wandelst Die Ingen haben Lust daran Sie als Wachposten einzusetzen Und mit großer Verbissenheit Werden die Ingen Geheim verteidigen In all unseren Schlachten Konnte das Nest Nie genommen werden Dein Übersetzungsmodul Ja Ne wir können jetzt Blaue Türen öffnen Oh wenn ich dir nur Beistehen könnte Um meine verlorene Ehre Im Kampf Wiederzuerlangen Doch meine Zeit Ist vorüber Viel Erfolg sei dir beschieden Lasse dich vom Licht Lasse dir vom Licht Des Ethers Den Weg weisen Außerdem Von Excalius Ein Vermutlich Ein September Geschenk 10 Gift Subs Vielen, vielen lieben Dank Oh Gott Muss kurz was aufstoßen Für Lucky Roger Glock Äh Glock Kava Duty Sun Xeolaus Retro Flares Commander Ananas Nisitos Varerion Schenk Und Min 2100 Viel, viel lieben Dank Viel, viel lieben Dank Das ist das Schicksal Von jedem Wächter In absolut jedem Videospiel Das stimmt Ich sehe gerade Wir bringen einfach Das Format Super Mega Random Flash Games Zurück Warum bringen wir Super Mega Random Flash Games Zurück Was hat das Mit irgendwas Zu tun Außer jetzt Die komischen Gegner Die an der Decke Rumhängen Da Ja Da seht ihr Die Gegner Die laufen mit Zwei Beinen An der Decke Entlang Die kommen auch Nicht oft vor Einfach ein Super Mega Random Vorschlag Oh ja Dann werden wir Mal eine Super Mega Kanone Aktivieren Gegner sind Nervig Die machen Auch zu viel Schaden Machen sie Ich wüsste Gar nicht Wie sie Angreift Gerade Ich glaube Sie verschießen So komische Kugeln Die super Langsam Fliegen Oder so So hier Könnte ich Jetzt noch Das aktivieren Damit ich Mich mit der Kanone Zurückschießen Kann Aber es Wird nicht Passieren Dass ich Mich mit der Kanone Jemals Zurückschießen Werde Hey Hey Da ist Unser Boss Ich hoffe Ihr seid Bereit Es geht Jetzt Nimm Los Der Boss Ist natürlich Auch ein bisschen Leicht in der Wii Version Wo man Einfach Springen Kann Indem Man Die Wii Mode Schüttelt Ein Luxus Den wir hier Nicht haben Prinzip Wollen wir Ein bisschen Mit der Bombe Bearbeiten Das war Nichts War das So schnell Scheint nicht zu Funktionieren Hier drüben Okay Und jetzt Müssen wir das Aktivieren Wenn der Gerade Ganz entspannt Langsam Unterwegs Hör auf Ganz entspannt Langsam Unterwegs Ist Ich hab ein bisschen Zu viel Schaden Genau an der Stelle Aber das Okay Kriegen wir hin Gehen wir hier Rüber Ist ja Ist ja nur Die erste Ist ja nur Die erste Phase Und dann Rollt er Dagegen Oh ich hasse Den Raum Am meisten Der Deathboard Multiplayer Ist cool Ja Den mochte ich Immer Ah fuck Wir müssen Nochmal erwischen Schöner Move Nein Ach komm schon Ich war so Perfekt oben Egal Machen wir das Au Ich nehm viel zu viel Schaden Gott ich dachte es wird zu gut laufen Diese Phase und dann War alles scheiße Aber okay Aber okay Hätte schlechter laufen können Die Spiderball Schieden sind übrigens noch nicht aktiv Auch wenn man den Spiderball an der Stelle hat Kleiner Funfact an der Stelle Wenn wir schon von Stellen reden Das war mies Vielleicht werde ich doch sterben Das war gut Das war schlecht Au Komm schon Das wäre schade Damit kann man sich einfach vorbeischleichen Rein mit dir Wie viele Phasen hat der Ich meine Es ist prinzipiell Nur eine Phase Aber es kommt noch Ein Raum Und bei dem Muss ich hier noch Dreimal erwischen Jetzt Das ist der finale Raum Wir kriegen glücklicherweise Noch ein paar Leben davor Das ist der Punkt An dem Leute scheitern In diesem Kampf Man muss hier nämlich Bei ein paar Von diesen Steigungen Ganz gezielt Stehen bleiben Und das Das ist sehr frustrierend Komm schon Jetzt bleiben wir da drüben Ich gehe in Nummer 1 Der Raum wo ich aus Frustration meine Wiimote geschüttelt habe Und so das Springen Feature entdeckt habe So jetzt muss ich 2 aktivieren Das heißt Was wir mal schnell machen ist Ich werde die mal eben noch mal stunnen Damit ich noch ein bisschen mehr Zeit bekomme dafür Okay Lief nicht übel Lief nicht übel Und dann kommt das große Finale Shit Ich kann sagen Du bist mir ein bisschen im Weg hier gerade Meins Möchte ich das mal noch eben Nicht dass überhaupt wirklich wert war Dafür rüber zu gehen Und dann zu warten Bis der stehen bleibt Aber Oh Das war gut Das war gut Komm weg Fuck Schönes Ding Ohne Probleme Ich mag es übrigens auch Dass der Boss ein bisschen Heilung droppt Aber in der Zeit Bis man zu ihm überhaupt drüber kommt Ist die Heilung immer despawnt Mal schauen Mal schauen Ob wir schnell genug sein werden Dieses Mal Ich war schnell genug Okay Aber oftmals ist die Heilung einfach despawnt Und jetzt Haben wir den Spiederball Darauf habe ich gewartet Den ganzen Stream über Spiderball erhalten Metroid Prime 2 macht einige wilde Dinge mit dem Spiderball Au Das hätten wir jetzt überhaupt schon so schnell gespawnt Im Gegensatz zu Prime 1 Was nichts mit dem Spiderball macht Aber hier hat man einiges Man hat einiges zu tun Vor allem kann man den Spiderball in Kombination mit dem Boostball verwenden Was ziemlich cool ist Warte ich will doch da drüben hoch Ich bin ja doch schon zu weit Ja genau hier will ich rüber Würd ich halt sagen Das ist doch nicht richtig Müsse Container erhalten Na ja und wir können direkt noch weiter zurück Sehr schön Sehr 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 schön ist das alles gelaufen So und jetzt geht die geheiligte Festung richtig los Jetzt können wir nämlich ein paar Dinge erledigen Viele Dinge um genau zu sein Auch wenn ich immer noch erstaunt bin Dass ich nach wie vor so wenig Energy Tanks habe Das Gefühl 5 Stück ist für den Punkt des Spiels immer noch sehr wenig Ich habe auch keine Ahnung wo ich vielleicht noch welche übersehen habe oder so Schabernack Dinge Nein Wir machen nur wichtige Dinge Wir machen kein Schabernack Aber die Laser hier mag ich auch gar nicht Den muss man nämlich relativ präzise oben landen Hm Oh nein die Stelle Also wenn ich einfach springen könnte Wäre das hier auch sehr viel angenehmer Das kann ich euch aber versprechen Oh Gott Ach das ist so eine dumme Stelle Gar kein Fan davon Aber Nein au 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 Wo ist mein Felsenzut Ah ja der wurde zu Dark Samus Immer lange nicht mehr gesehen Ich hoffe dass wir sie noch Wenigstens zweimal im Spiel bekämpfen werden Sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht Okay So weit so gut Schick mal vor wie eigentlich es wäre Wenn man hier dann eher loslässt Und einfach runterfällt Missile Container Das ist alles für einen einzelnen Missile Container Ich habe das Gefühl Für das alles was ich dafür gemacht habe Hätten sie mir einen Energy Tank geben sollen Aber gut Aber gut Aber gut Aber gut Aber gut Aber gut Ah ja der Typ existiert Wie die Omega Piraten aus Äh die Elite Piraten aus Prime 1 Nur werden wir ihn ignorieren Nur ignorieren wir ihn Ja der ist nicht ganz so Omega Aber wir werden noch ein paar Wir werden sie nicht wirklich bekämpfen Man kann ihn nämlich ganz gut schießen In diesem Teil Und das werden wir absolut machen So die ganze Existenz einfach ignoriert Von denen kommen noch mehrere Die sind alle so belanglos Was will ich machen Kann ich auch nichts dafür So wo ist der Typ jetzt hin Da ist er So jetzt So jetzt So jetzt sollte ich nicht mit zu wenig Lebensenergie los Denn auf dem Weg Den ich jetzt gehe Werden wir nicht viel zurückbekommen Ah ich bin mir sicher Das wird gut ausgehen Oh schön Da ist noch ein Gegner Ich glaube der kann mich hier nicht erwischen Schlüssel Nummer 1 Ah ja warte man will nach links Wieder nach oben Aber wir nutzen nicht so Fans Von griechischen Buchstaben Ne die hassen die Griechen Die Griechen können nicht gut riechen Also hier will ich aber immer noch nicht hin Will ich nach oben Doch wir gehen wir gehen nach oben Wir gehen nach oben Man kann in dem Raum jetzt noch ein paar nette Shortcuts nehmen Ist ein Darkbeam Munition bitter Ähm bitter Das ist okay Wir müssen auch nicht Ich meine wir können auch nur wenig mitnehmen So hier oben ist noch eine Lightbeam Tür Durch die ich beim letzten Mal Absolut nicht durchgegangen bin Ist ja höchste Zeit daran Was zu ändern würde ich sagen Was ist hier hinten Ach die Scheiße Ne 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 Das ist alles nicht richtig Oh Warte 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 Es ist jetzt an der Zeit Powerbomben zu holen oder? Ich glaube ich muss jetzt ein gutes bisschen backtracken Bevor wir überhaupt über was anderes nachdenken Es ist ja schon an der Zeit dafür Das ist das letzte große Backtracking vor dem Finale Äh hier will ich gar nicht hin Schon Ja Es ist schon an der Zeit Die Powerbombe ist immer sehr früh da Ich meine ich habe alles was ich dafür brauche Nämlich den Magnetball Ich weiß doch nicht wo ich sonst Jetzt spontan hingehen sollte Warum kann ich hier auch wunderschön direkt nach draußen Kommt ja förmlich schon an den Weg nach draußen vorbei Hey der Umgebung geben diese komischen Elektrogegner sogar ein bisschen Sinn Im Vergleich zu dem dummen Tempel der Luminode Muss ich überhaupt nicht reinpassen Ah hier könnte ich noch einen Missile Container holen Aber Anderes Mal Machen wir später Zumindest glaube ich dass da ein Missile Container war Vielleicht war es auch ein Energy Tank Werden schon sehen auf dem Rückweg Ich werde nochmal schnell meine Munition Das ist keine Munition Das ist die Map Ah Das heißt Karte Ich dachte Ne warte auf dem dunklen Eta ist hier eine Munitionsstation Im hellen Eta ist hier einfach nur Müll Müll den ich eigentlich nicht haben will Map heißt Karte Absolut richtig Lass mich mal eben noch eine Runde speichern Seltsame Stelle warum hier im dunklen Eta Muni ist Ja hier ist kein Bosskampf weit und breit jemals Es ist sehr seltsam Und vor Quadraxis hat man ja nochmal eine Munitionsstation Ich glaube hier will wieder Jemand gegen mich kämpfen Aber wir gehen einfach weiter Awesome Sparks Hoden braucht Hilfe Äh zwei Monate Resub Wie wir lieben Dank Yeah Wir müssen zurück Seht ihr das? Da liegt was in der Luft Hoher Pollenflug Nicht die Brücke Nein Nein Monster Was hast du getan? Da können wir noch mit Powerbomben durch Ah ja Hier muss ich mit Magnetball hoch Nicht die Brücke Sie sah so stabil aus Sie sah so stabil aus Ja an die Stelle bin ich auch noch gut an Die kommt im Spiel wenn man Ähm Wenn man einfach nur einen Titel Screen Laufen lässt bis sie in der Gameplay Demo kommt Dann kommt das hier auch Da dachte ich mir mal Wow wenn ich irgendwann mal da bin Das wär's Oh mein Gott der Mobman ist schuld Die Brücke Es ergibt alles Sinn Der Mottenkerl hat's getan Okay Schütze werden auf dem Weg nach draußen nicht aktiviert Vorerst Ich glaube man geht hier einfach eine gute Großzügige Runde außenrum Und dann gehen wir zurück in den Sohn von Torus Ach da fällt mir auf ich hätte hier noch einen Energy Container mitnehmen äh Missile Container mitnehmen können Den hab ich ja komplett vergessen Und zwar ist es einer der nach dem Jumpwächter gespawnt ist Pass jetzt mal auf Und zwar Wir gehen erstmal in das Raumschiff rein Dann gehen wir hier rüber Anschließend Werde ich mich nicht damit wegschießen Sondern Oh lustiger Scan Eintrag Hier müssen wir lesen Marine Corps der Galaktischen Föderation Persönlicher Logbuch Eintrag Cranie Gestern beim Abendessen Fing Angsev plötzlich an Von einer Kopfgeldjägerin zu erzählen Die in einer Glänz Die ein Die ein ganz Planeten Voller Weltraumpiraten Schutt und Asche gelegt haben soll Ich hab ihr gesagt Dass ich nicht an solche Märchengeschichten glaube Was sie natürlich persönlich nahmen Tut mir leid Aber ich kann mir beim besten Willen Nicht vorstellen Wie eine einzige Person Einen kompletten Stützpunkt Der Weltraumpiraten auseinander nimmt Soll sie von mir aus an Samus glauben Wenn sie so scharf darauf ist Oder an den Weihnachtsmann Oder Bigfoot Oder sonst wen Oh Gott Ich liebe diesen Scan Eintrag Für diesen Typen Ist Samus Das ist keine Person Die existiert Kannst du mir aus auch gleich An den Weihnachtsmann glauben Nicht sicher warum Bigfoot Für ihn gemessen hat In welchen Welten sie unterwegs sind So ein ungewöhnliches Konzept ist Aber okay Aber okay Er hat das Gefühl Wenn man auf anderen Planeten unterwegs ist Die voller Leben sind Dann sollte Bigfoot Einen nicht so sehr überraschen Dann wiederum Ist Bigfoot ziemlich dämlich Glaub nicht an den Weihnachtsmann Was ein Trottel Das erinnert mich immer An meine Lieblingsgeschichte Die ich oft erzählt habe Ich muss sie aber nochmal erzählen Erste oder zweite Klasse Dieser eine Junge aus meiner Klasse Der erzählt hat Yeah Und ich habe den Osterhasen gesehen Der uns erzählen wollte Dass er den Osterhasen gesehen hat Ne 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 Damals dachte ich mir schon Ich weiß ja nicht Wie sieht der überhaupt aus Einfach wie ein normaler Hase Oder was Ich will mir darunter vorzustellen Heutzutage muss ich sagen Ich glaube er hat den Osterhasen nicht wirklich gesehen Ich glaube er hat ihn nicht wirklich gesehen Außer von AshTizzle Zwölf Monate Ein Jahr Resub Vielen, vielen lieben Dank Ich habe das Gefühl Es gibt wohl keine Geschenke für jemanden Ich wüsste nicht Was ich mir Zu Weihnachten wünschen würde Ich habe das Gefühl Ich bin an einem Punkt In meinem Leben Bei dem ich nicht wüsste Was ich überhaupt für Geschenk Haben wollen würde Oder bräuchte Bigfoot ist so amerikanisch Das ist so komisch Den Metroid zu lesen Hä Die Galaktische Föderation Sind doch ganz klar Amerikanische Marines Eine Küchenwaage Ich habe eine Küchenwaage Hä Warum denkst du Dass ich hier eine Küchenwaage habe Was soll denn das Die habe ich genutzt Um den Game Gear zu wiegen Marine Marine Sind wir hier in One Piece Oder was Äh Ja Ich bin gerade Auf der Suche Nach dem One Piece Ich würde es gerne noch In einem Stück finden Can we much higher Was können wir much higher Einfach geradeaus durch Einfach geradeaus durch Ich weiß immer noch nicht ganz Was mit dieser Live Action One Piece Serie Auf sich hat Ich dachte es wird ein Film Scheinbar eine Serie Aber eigentlich ist es mir auch egal Ich sing nur ein Meme Song Nein das ist kein Meme Song Das ist einfach nur grammatikalisch Falsch Ich glaube es soll heißen Can we get much higher Aber can we much higher Ist einfach nur falsch Das gettet Das gettet man so nicht Was ein epic fail Entschuldigung Herr English Lehrer Ich bin mit My Beautiful Die Twisted Fantasy vertraut Und ich würde es sehr zu schätzen Bist wenn du Nicht so eine Scheiße hier bauen würdest Okay Genauso komisch wie ein Logbuch Eintrag Pikmin 4 Weil mein Schweizer Käse erwähnt Woher kennen die A&C Schweiz Das ist eine gute Frage Vor allem spezifisch die Schweiz Nicht Europa oder so Sondern die Schweiz Und die Käse Mafia aus der Schweiz Kennt ihr die Geschichte von Käse Fondue Die ist fucking wild Käseunternehmen aus der Schweiz haben gesagt Hey Wir haben viel Käse Einen will jemand kaufen Was machen wir da am besten Da haben sie gesagt Was wenn wir ein Gericht erschaffen würden Das dafür sorgt Dass Leute Massen von Käse kaufen Käse Fondue Ich meine keine Ahnung Ob es davor nicht Vielleicht irgendeine Form von Käse Fondue schon gab Aber Es wurde sehr hart da gepusht Und dann auf einmal Hat die ganze Welt Käse Fondue gegessen Käse Mafia Ja ich glaube die haben mir irgendwie noch Irgendwie ein paar Fragwürdige Dinge generell gemacht Aber ich bin nicht mehr damit vertraut Aber prinzipiell Die da oben Die da oben Haben damit angefangen Und jetzt kommt ein kleiner Bosskampf Der Warte das ist noch ein Bosskampf Den man nur als Morphball bekämpft Warum kommen zweimal nacheinander Morphball Bosskämpfe Das ist ein bisschen komisch Der ist aber sehr viel simpler Das Wichtige bei ihm ist natürlich Er wird aggressiver Je weiter der Kampf voranschreitet Das heißt was ich zuerst immer machen will Ist ich will zuerst den Schaltern gehen Die weiter entfernt sind Es gefeiert hätten sie angefangen Häuser aus Käse zu bauen Nicht überzogen Sondern ganz aus Käse Was soll mit Käse Überzogenes Haus sein Warum ist das für dich der Startpunkt Von dem die Geschichte erst anfängt Nein 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 Ich rede nicht von einem mit Käse überzogenen Haus Das ist ein guter Kandidat Um das hier zuerst zu machen Wir reden von einem Haus Das komplett aus Käse besteht Man kann in welche Richtung er feuert Ganz gut beeinflussen Indem man in eine andere Richtung Rüberschaut Das ist eine Sache Die wir zu unserem Vorteil ausnutzen wollen Sonst kann das nämlich extrem nervig werden Ich versuche noch eine Kim Possible Anspielung reinzubringen Weißt du mal nichts als Kim Possible gesehen habt Vielleicht mit 13 oder so Das ist ein paar Tage her an dem Punkt Falls euch das nicht aufgefallen ist Oh oh Verkehr doch nicht War doch nicht hier Nein Er will Er will Er will Wir wollen das gerade nicht Komm links rüber Weg damit Yeah Und wir haben ihn Vorsicht das fällt gleich runter Er wurde ebenfalls quasi von der Brücke zermatscht gerade Ich habe das Gefühl Der Mothman hat schon wieder seine Finger im Spiel Perspektive ist jetzt richtig komisch So der Weg nach oben ist neu Und dann hätte ich gerne ein paar kräftige Bomben Vielleicht sogar sowas wie Powerbomben Powerbombe erhalten Powerbombe erhalten Metroprime 2 ist eines der wenigen Spiele wo man die Powerbombe tatsächlich im Kampf einsetzen will Das ist eine Sache die sonst nicht allzu oft passiert Ich meine in ein paar kämpfen Aber nicht in zu vielen Aber in ein paar Es gibt ein paar Kämpfe wo sie hilfreich ist Ich werde eh nie Metroprime anfangen Wovon reden Bist du selbst gespast? Ich habe das Gefühl da fehlt irgendwie Ein anderer Irgendwie eine Einleitung zu dem Satz Einfach nur ich werde eh nie Metroprime anfangen Der Mothball Oh ja in der Fels gibt es noch einen Mothball Miniboss Ich weiß nicht was mit dem Mothball Boss Kämpfe in dem Spiel Das sind ja echt viele So dann wollen wir zum Licked Beam rüber Ich hätte den Kontext dazu schreiben müssen Ne ne schon okay Ist nicht nötig Kontext ist überbewertet 5-2 hat viele Mothball Bombe Äh Mothball Bosse Ja hier waren wieder die Tentakel Den halten wir uns besser fern So jetzt brauche ich noch ne Powerbombe Hat jemand ein Ne Powerbombe für mich Denn ich hätte gerne ein Ne Powerbombe Heb auf Dankeschön Ich glaube Powerbomben sollten generell ein gutes Stück Ne höhere Droprate haben als in Teil 1 Mein Gott Phase me denn in Teil 1 Das ist manchmal so eine Qual Powerbomben zu finden Es droppt einfach keine Munition Ist ja ein Hohn Dieser Mangel an Munition Ah fuck Warte muss ich das nicht auch noch Denzium Okay Denzium kann ich mit normalen Powerbombe wegmachen Dachte ich Ah fuck Ich komme doch so nicht mehr raus Okay Ich brauche noch ne Powerbombe Jetzt weiß ich hier nochmal rüber Und hier waren direkt so ein paar Container Die ich aufmachen kann Das gute Denzium Sehr stabil Gutes Material Sehr dense ist das Es gibt dann noch Bendenzium Aber ich glaube Bendenzium war das Das man mit Der normalen Powerbombe wegmachen kann Aber der ist ja schon Ich noch der zweite Oh Gott Mitnehmen Oh Bendenzium war aus Prime 1 Und Prime 2 ist Denzium genannt Ich mochte Bendenzium mehr Bendenzium klingt nicht mehr ganz so mächtig Jetzt können wir hier ein bisschen Schabernack treiben Wir sind jetzt auf dem Fest Ich komme später wieder Wenn der Stream später noch läuft Aber äh Viel viel Spaß auf dem Fest Ich hoffe das Fest ist auch so dense Außer wie Skalios hat der Jarasum Äh Sub gegiftet Wie viel lieben Dank Wie viel lieben Dank Das ist auch schon wieder nur für den lahmen Mr. Container Skalios hat heute Spendierhosen Ist nicht umsonst September meine Freunde Ich habe gehört man bekommt auf Frische Subs und Gift Subs 25% Rabatt Was so klingt als ob es gut wäre Aber das ist es wirklich nicht Denn ich bekomme auf 25% weniger Geld Twitch hat wieder den liebsten Twitch Move gemacht Den sie gesagt haben Ja wir werden einfach Äh Die Preise von dem Wimit du das Geld anbietest Wir werden das Zeug einfach günstiger machen Und wir behaupten Dass deswegen du auf einmal 25% mehr Zuschauer hast Und deswegen macht es keinen Unterschied Ich liebe es wenn sie das machen Ich liebe es dass sie immer die Subs äh Günstiger machen Und dann davon ausgehen Dass man auf Mark Schad Und weil sie mehr Zuschauer bekommt Außer von Aldi Force Äh 5 Gift Subs Wie viel lieben Dank Für äh Laser Eduard Benutzernamen 97 Mag Mag Sergeant Dege Und der Kijol Äh wie viel lieben Dank Wie viel lieben Dank Also September der schlechteste Monat für dich Ich meine so wie Twitch das Handhabt Ist es halt wirklich ein Ich würde sagen es ist ein schlechterer Monat Ich finde es auch richtig komisch Sie haben auch Ich muss auch im FAQ erstmal für ein paar Für ein paar Seiten Scrollen Ein paar verschiedene Seiten anklicken Überhaupt Um überhaupt eine Information darüber zu bekommen Ob irgendwie was an meinem Cut geändert wurde Jetzt wo die Subs dann günstiger sind Oder nicht Das heißt die haben das nicht einfach so mitgeteilt Die haben die Information ein bisschen vergraben Die Information dass in der Tat Der gleiche Share bleibt Und dann verkauft es jetzt auch Ob es was Gutes wäre Ich meine Ich schätze es ist nett Aber warum 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 kriege ich jetzt weniger Geld Was soll denn das Warum nimmt Twitch sich die ganze Zeit raus Zu entscheiden Wie viel Subs kosten sollen Und ändern die Preise ständig Vor allem sie senkt die Preise immer Ist ein bisschen frustrierend Kannst nicht einfach die Preise ständig senken Kann ich einfach mal die Zuschauerschaft verdoppeln Aber ja Der übliche Twitch-Schabernack Verstehe auch wirklich nicht Warum man nicht selber die Preise dafür Ich meine wahrscheinlich wegen Prime YouTube zum Beispiel kann man einstellen Wie viel man Für eine Mitgliedschaft Wie viel die kosten soll Und die haben sich so hart verwandelt Dass sie ihr Geschlecht gewechselt haben Ich meine Dark Beam war glaube ich Das Gute gegen die Ne, das ist die dunkle Variante Bezos gönnt nicht Nein, er gönnt gar nicht mehr Twitch gönnt generell nicht mehr Wir sind zwischen der Phase In der sie In der sie mal ihr Geld rausholen wollen Oh, Powerbombe Wichtig 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 Wird es für dich mehr lohnen Auf YouTube zu streamen Keine Ahnung Ich denke ich hätte ein bisschen mehr Zuschauer Aber generell Auf YouTube ist das Ganze mit Mitgliedschaft Und so nicht wirklich etabliert Habe ich das Gefühl Das heißt ich denke Ich würde im Endeffekt Mit weniger rausgehen Kann man nicht vorstellen Sie auf YouTube jemals irgendwie 200 Mitglieder oder so knacken würde Ich habe auch nirgendwo eine YouTube-Mitgliedschaft Oder so abgeschlossen Keine Ahnung So viel sind ein bisschen dabei Gescheitert Das zu etablieren Dass Leute das tatsächlich machen Okay Hauen wollen wir Das war übrigens extrem glücklich Dass ich vorhin eine bekommen habe Äh, der komische Raum existiert Und jetzt gehen wir zurück in die geheiligte Festung Das wäre erstmal genug Backtracking für dieses Spiel Außer von Flonk Live 35 Monate Re-Sub Wie, wie, lieben Dank So, wie bin ich denn jetzt Ach, schon wieder eine Powerbombentür Sag mal Was ist mit den Powerbombentüren gerade? War die im Sonderangebot oder so? Hätte jetzt keine Powerbombentür Da ist eine, okay Zwei Willst du 100% run? Ich hoffe es Es kann aber auch wieder laufen Wie in Metroid Prime 1 Wo mir dann irgendwie zwei Items fehlen Und das Spiel gibt einem keine Möglichkeit Nachzuschauen, wo die Items sein könnten Die einem fehlen Das ist dann der Punkt Wo ich für den Streamer auch sagen muss Nee Nee, wir werden jetzt nicht für eine Stunde Nach den letzten zwei Items suchen Da ist mir dann doch ein bisschen zu blöd Aber wir sind auch schon Nee, wir sind noch nicht hier Nee, nee, ich hab das Echo-Visier gar nicht Nee, wir wollen weiter Oh, oh, mit 100% Was ich da mitnehme Sind dann auch natürlich nur die Items Und nicht das ganze Scan-Zeug Denn Ja, kann man mal machen Aber Muss jetzt auch nicht Muss jetzt auch nicht sein Ich glaube, ich hab noch nie alles gescannt In Metroid Prime 1 oder 2 Irgendwann sollte ich das machen Aber ich hab ehrlich gesagt Auch wirklich keine Lust Weil ich hab viel Zeug gescannt Ich hab die Lore gelesen Ein bisschen über verschiedene Gegner Und sowas, aber Ich hab eigentlich wirklich das Interesse daran Dann jemals alles zu scannen Okay, was soll ich? Wir bekämpfen jetzt einmal Zeug Schwachpunkt Oh Ich möchte nochmal anmerken Oh mein Gott, der ist so viel aggressiver Man kann ihn auch einfach mit einer Powerbombe killen Was ist eigentlich, wenn ich das auf dich mache? Sag mal Stirbst du auch? Was ist denn los mit dem? Wie viel hält der denn aus? Was? Er ist immer noch nicht tot Verzeihung? Was? Das ist einfach der stärkste Gegner im Spiel Wer mit dem fehlenden Itemstruggle vertraut Ja, das ist echt Das ist echt nicht gut gelöst in Prime Der ist in Powerbombe zum Frühstück Yeah Unglaublich Vor allem, man braucht halt auch wirklich nur eine Powerbombe Um ihn zu besiegen Was wir noch sehen werden Es ist so viel simpler Warum würde ich mir jemals die Mühe machen Ihn so zu bekämpfen? So, ich hoffe Ich finde hier auch mal eine Powerbombe Ehrlich gesagt Das finde ich ganz nett Beziehungsweise Powerbomben-Container Wir haben nämlich die ganze Zeit über nur zwei Stück Und zwei Stücke ist nicht ausreichend Ist nicht genug Supermissiles würde ich nehmen Wenn ich keine Powerbomben habe Ja, ich habe ja ein paar Supermissiles abgefeuert Aber er hat trotzdem so viele überlebt Glücklicherweise gibt es im Spiel nur Ja, Powerbomben ist ja schön Es gibt glaube ich nur eine Situation Wo man sie bekämpfen muss Und das ist, wenn ich jetzt dann aus der geheiligten Festung rausgehen will Dann versperren zwei Stück den Weg Ansonsten gibt es nie wirklich einen Grund, sie jemals zu bekämpfen Das ist also eine ganz nette Sache Und da gehen meine Powerbomben auch schon wieder dahin Wenn wir von nervigen Gegnern reden So, die will ich auch bekämpfen Sonst gehen die mir ewig auf die Nerven Wir müssen ja nämlich noch gleich was erledigen Eine Kleinigkeit Übrigens, Excalius, der eine tippt damit Dass ich direkt nach dem Darkbeam dann ein Missile abfeuern kann Das war kein verkehrter Tipp Das erleichtert mein Leben ungemein Sonst habe ich immer gewartet Bis sie in ihrer Starre sind Von der Animation her Aber das muss man ja gar nicht Das ist ja gar nicht nötig Direkt die Missile hinterher zu feuern Ist sehr hilfreich Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen Die werden nämlich unnormal unter Strom gesetzt Unnormal viel Strom Samos Nein, geht er hoch No, schon Okay Fuck Was halte ich vom Dark-Streamer-Kollektiv Bin ich Mitglied Nein Nein In der Trilogie-Version schließen die Türen ab Das ist belastend Oh, wirklich? Haben die sowas geändert in der Trilogie? Ich hatte keine Ahnung Hast du nicht eine Dachwohnung? Bist du ein Dark-Streamer? Sowohl von der Ich meine In mehreren Hinsichten Vom Standpunkt Warte, ich will hier gar nicht runter Ich könnte hier raus Aber ich will nicht raus Ich will nicht raus Was war hier für eine Tür? Ach, wir wollen Okay, nee, warte Wir wollen, wir wollen, wir wollen Wir wollen zurück Wir wollen zurück in den großen Raum In den großen Raum In dem alles drin steht Und von da aus Kann ich damit Der Powerbombe So ein paar Container Wettsprengen Ah, wie kam ich denn da nochmal hin? Ach, links Ist ein bisschen verwinkelt hier Wusstet ihr das? Aus dem nur Seba Vier Monate Resub Vielen, vielen lieben Dank Da könnte ich ja auch hin, aber Ne, 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 ne Wir wollen nach links Wir wollen nach links Und dann wollen wir nach oben Oh, oh Seh was? Wir ziehen es jetzt durch Eine einzige Powerbombe Und er liegt Der steht nicht mehr auf Oh, und es ist einfach Es ist so eine Qual Hier ohne Powerbombe zu bekämpfen Und mit Powerbombe einfach eine einzige Und das war's Das war's einfach Dann ist der Kampf vorbei Ah, da links Kommen wir noch nicht hin Ich bin ganz froh, dass sie In Metroid Samus Returns Und Metroid Red Wenigstens so Halbwegsgründe gefunden haben Dafür, dass man Powerbomben manchmal Einsetzt im Kampf Das ist so eine Sache Mit der die Metroid-Reihe Immer ein bisschen Probleme hat Leute dazu zu bringen Im Kampf Powerbomben einzusetzen Raus, viel Spaß noch Äh, danke Dir auch So, also Metroid Red Habe ich sie nicht Auf dem Kampf eingesetzt Aber Ich habe gehört Dass sie beim letzten Bosskampf Ungemein hilfreich ist Um einen gewissen Sonnenangriff aufzuhalten Mehr davon hätte er gerne Aber man hat nur so wenige Also in 2D Metroid hat man immer ausreichend Powerbomben In Metroid Prime sind sie ziemlich knapp Ich meine In Super Metroid kann man Äh, kann man Worte darüber verlieren Dass man eventuell Viel zu viele Powerbomben hat Also wirklich Viel, 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 viel Viel zu viele Ich glaube man startet direkt mit 15 Oder so Und es gibt keinen Grund Die jemals einzusetzen Ich meine Außer um direkt Blöcke Äh, wegzuräumen Und sowas Aber Im Kampf oder so Nee, nee 50 Powerbomben Und kein Gegner Nimmt davon Schaden Auf der anderen Seite Können wir mit dem Magnetball hoch Ich habe auch noch Eine Powerbombe Parat gerade Super, bekommt man sie auch So früh Das stimmt Soll wahrscheinlich Ein Super Metroid Am frühesten sein Von dem Metroid Teil Sonst die Powerbombe Ja immer eins der Äh, späten Akku Oh, wir sind hier Oh, das ist ein cooler Kampf Ich wünsche nur Ich hätte vielleicht Auf das Felsen zu schlürfen Ich wünsche ich hätte Ein bisschen mehr Darkbeamunition Dann glücklicherweise Haben wir ungefähr 800 Kisten Gerade hier rumliegen Denn Darks Samus Äh, im Gegensatz zu dem Wie sie aussieht Ist natürlich keine Und wie sie klingt Ist natürlich kein Äh, nicht von den Ingen besessen Oder so Dementsprechend Hat sie immer eine Schwäche gegen den Darkbeam Oh, ich habe wirklich Nur 95 Schuss Find ich gar nicht schön Auch wenn man natürlich Immer gern den Lightbeam Gegen sie einsetzt Aber das ist falsch Schlicht und ergreifend Falsch Der Kampf funktioniert Generell ein bisschen Wie, ich meine Zweite Phase Zumindest Funktioniert ein bisschen Wie Metroid Prime Außer Prime 1 Okay, wir fangen damit an Schöner Damage Phase 2 Wie es aussieht Besten aufgeladen Nach dem aufgeladenen Darkbeam Eine Missile Dann bleibt sie stehen Okay Naja, manchmal zumindest Ich müsste auch treffen So, jetzt wechseln wir Die Perspektive ein bisschen Ich hasse es Das Lock on Immer break Wenn sie Aus dem Modus Raus geht Oh, was ein Damage Was ein Damage Hör doch auf jetzt Begeudest du unser allerzeit Samus Was ein Kampf Das war's Der Kampf ist vorbei Gratulation Wir haben einen neuen Champion Das war glaube ich Somit der schnellste Darksames Kampf Den ich jemals hatte Tschüss Das wäre nämlich an die guten Prime Hunter Zeit in der großen Pause Ich wünschte ich hätte Prime Hunters mal ein bisschen Multiplayer gespielt Aber ich hab's generell Sehr wenig gespielt Ich glaub hier hinten War das Portal Yeah Yeah Außer von Rob's 42 12 Monate Resub Wie viel lieben Dank Aber wenn ich gerade sehe Versuch mal Powerbomb Gegen sie einzusetzen Macht bestimmt Schaden Die Sache ist Bei dem ersten Darksames Kampf Wenn man gegen sie Eine Powerbombe Einsetzt Ist sie One Hit Wenn man gegen die erste Darksames Eine Powerbombe Einsetzt Ist sie tot Was man natürlich im Normalen Spiel nicht hat Aber im Randomizer Hat man die oft Ich spiel mit Gamecube Controller Ja Ich spiel auch die Gamecube Version Ich weiß gar nicht Wie es mit Powerbombe Gegen den Kampf Wäre ich Weiß gar nicht Ob sie schaden Von Powerbomben Viele geht daneben Auch einfach kein Schaden Von der Powerbombe Warte ich Muss ich das nicht Irgendwie drehen Oder so Ja das muss ich drehen Und jetzt sagen Da fehlt doch irgendwas Dann können wir noch ein paar Hundert Portale durchqueren Da bekomme ich Meine süße Süße Belohnung Ich finde SAX Da viel gruseliger Mein Darksames Ist auch nicht Wirklich gruselig SAX und Darksames Sind relativ ähnlich Aber Also Ne Das SAX Ist schon sehr anders Außer von AKA SAX Neun Monate Resub Wie viel lieben Dank Vor allem ist das SAX Auch sehr viel schwerer Zu bekämpfen Oh hier ist Hier ist überall noch Darksames In der Luft Freunde Ihr wisst ja Das Spiel ist ja Metro Prime 2 Echoes Auf dem Nintendo Gamecube Wisst ihr was ich Jetzt bekommen habe Das Echo Wiese Ich verstehe nicht Warum das Spiel Nach diesem Item Benannt ist Es ergibt Keinen Sinn Für mich Das ganze Echo Zeug spielt Echt keine So große Rolle In dem Spiel Warum heißt das Spiel Metro Prime 2 Echoes Na wir haben auf jeden Fall Den Fahrstuhl aktiviert In Japan heißt Dark Echoes Ja ist trotzdem noch Der Echo Teil mit drin Und Ich meine Wahrscheinlich Weil Weil der dunkle Äther vielleicht Widerhalb von der Hellen Welt ist Oder sowas Dunkle Äther ist das Echo von normalen Äther Ja genau Ist trotzdem komisch Sie hat trotzdem besseren Namen Finden können Vermutlich wegen Darks Es gibt eine ganze Schatten Welt In dem Spiel Vielleicht Schallvisor Nein Nein Mir geht es nicht Um das Echo Visier Das meine ich Nicht Ich wollte nicht Sagen dass sie den Namen Von dem Teil hätten Ändern sollten So wir wollen jetzt Als nächstes hier rüber gehen Dafür wollen wir Darunter Links durch die Darkbeam Tür Das ist nicht die Darkbeam Tür Hier drüben ist Nämlich die Darkbeam Tür Hey der Faustür nach unten Hat sich einfach Aktiviert Obwohl ich Sneak gescannt hab Wahnsinn Absoluter Wahnsinn Ich hab gehört Als nächstes Werden wir Die Kreiselmine Holen Haben wir hier Ein paar Kreiselminen Fans Zufälligerweise Ich wollte gerade sagen Ich verstehe nicht Warum sie damals In Melee Die ScrewAttack Mit Kreiselminen Übersetzt haben Aber Wie würde man sonst ScrewAttack Übersetzen Ist nicht wirklich Bietet sich nicht Allzu gut Dafür Anübersetzt Zu werden Kreiselminen Verifizierter Fan Haben sie Kreisel Bitte Noch Ein Richtig Schlechtes Item Warte Hier Will Ich Nicht Hin Hier Will Ich Überhaupt Nicht Hin Ich Weiß Nicht Ganz Wo Mich Das Hin Bringt Aber Da Will Ich Auch Nicht Entlang Bleib Mal Ganz Ruhig ScrewAttack In Prime 2 Hatte mich Sehr Überrascht Nicht Gedacht Dass Sie Ein 3D Spiel Einbauen Mich Nicht Aber Ich Hab In der Endzone Gelesen Dass Es Wohl Eine Halbwegs Große Sache War Für die Leute Kreise Kreise Minen Kling Nach einem Schweren Kriegsverbrechen Wenn Kreise Minen Ausgelegt Werden Dann Ist Das Gebiet Erstmal Für Die Nächsten Jahrzehnte Muss Die Irgendjemand Wieder Entfernen Generell Minen Auslegen Die Größte Scheiße Die Man Machen Kann Mit Irgendem Gebiet Sorg Es Einfach Dafür Dass Es Wirklich Für Die Nächsten Jahrzehnte Weil Einfach Nutzlos Ist Kann Niemand Mehr Hin Wahrscheinlich Auch Der Sinn Dahinter Aber Muss Auch Bessere Lösungen Geben Als Trittimien Auszulegen Irgendwann Muss Hier Jemand Entfernen Na Palm Ich 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 Versteh Versteh Mal Wo Überhaupt Die Gemeinsamkeit Ist Oder Dreht Jemand Nein Oh Doch Es hat Gezählt Sehr Schön Muss keiner Jahrelang Aufräumen Es erfüllt Einen ganz anderen Zweck Nahabhabe und Tretmein Es ist doch Was komplett anderes Seine Es ist ja Damit 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 Auch Dann Nennen wir es mal Abgesichert Ist Wenn Niemand Da Ist Aber Dann Ist Einfach Nur Direkter Angriff Du kannst Nichts Gegen Machen Sind Tretmein Nicht Eher Ach Hunde Mit Hunde Gag Sie Ist Hundescheiße Gemeint Ein Stück Weit An dem Fall Meinte ich Die Nicht Nein Das Problem Mit Den Hundescheiße Tretmein Das Das Löst Sich Mit Der Zeit Von Allein Später Nimmt Das Schon Jemand Mit Tretmein Sind Die OG Sakurezo Rüstung Das Stimmt Haben Die Jetzt Nicht Amerikaner So Sprengstoff Biene Trainiert Wissen Nicht Welchen Zwecks Was In Zeiten Von Drohnen Erfüllen Würde Sind Davon Bin Ich Mir Ziemlich Sicher Du Kannst Nicht Wirklich Bienen Trainieren Folgen Pheromonen Die Ihr Verhalten Bestimmen Außer Von Luki 17 17 Monate Resub Vielen Dank Jetzt Jetzt müssen Wir Ein Bisschen Die Stangen Erwischen Leider Nicht Gut Darin Sie Zu Erwischen Ja Läuft Okay aktuell kann man noch vernünftig ziel mit dem boost ball aber das wird sich ändern wenn wir erstmal weiter oben sind Was Was ist das denn jetzt Dankeschön Ritter ist nicht getroffen Und warum steche ich meine trainierten Bienen dann meinen verhassten Nachbarn Keine Ahnung Hast du ihn halt auch Oh Was ist ein Treffer Noch ein guter Treffer Oh sehr schön Die Phase lief ziemlich gut muss ich sagen Nein geh weg Oh Ich hab ein paar random Treffer gelandet die gar nicht so geplant waren So hier ist jetzt ein bisschen nervig rüber zu springen Samus fängt hier an immer so ein bisschen Schräg zu springen was Ne nicht zu gut ist Ah fuck Oder einfach daneben Können auch einfach daneben springen Oder nicht treffen Oh mein fucking god Wenn Phase 2 lief Was war das denn jetzt Warum ist das denn daneben gegangen Was Oh mein fucking god Vielleicht sterbe ich hier Vielleicht sterbe ich hier einfach Das wäre übrigens nicht gut Weil ich seit Ewigkeit nicht mehr gespeichert habe Aber Alles gut Alles gut Alles gut Wenn dir die Schienen Auf denen du bist Anschaust Die sind nicht rund Natürlich nicht Das ist ein Gamecube Spiel Die wenigsten Dinge Sind hier Halbwegs als rund Erkennbar Ich meine der Morphball so halbwegs Aber der Rest Na Na Sprichst du halt parallel von denen ab Ja ich verstehe schon Ist trotzdem komisch Vor allem man kann auch ein bisschen Dann noch die Richtung steuern In die man abgefeuert wird Ah das wird nervig Okay Zuerst will ich nach links Will ich weiter nach links Ne Ne das war nicht ganz richtig Wie langsam können sie diese Kanone noch machen Jetzt nach rechts entlang Jetzt Nein das war wieder Okay Okay Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Und es hat nur ewig gedauert Ja Außer von Loki 97 Sitze im Monatel Resub Ich erinnere ich die angemerkt hab Davor schon Äh viel viel lieben Dank Ja den Mr. Container Hab ich mehr als verdient Mehr als verdient So Das ist alles was ich hierzu zu sagen hab Schöner Treffer Wir wollen die beiden erstmal loswerden Bevor wir was anderes machen Hier haben wir nämlich noch ein zwei Dinge zu tun Ich hab gehört Es äh Gelüstet uns nach einem Munitionsupgrade So zählt man sich auf den Straßen da draußen Entspricht das der Wahrheit Ich muss mal ungefähr eine Bombe legen Wenn Oh Gott Wenn man an der roten Markierung vorbei ist Woher erkennst du meine Gelöste? Ich hab meine Quellen Nein Oh Gott Es dreht sich so schnell So Sag mal Dankeschön In dem Fall war die rote Markierung Einfach nur nutzlos Und da ist die Munition Von der ich schon so viel erzählt hab Das heißt ich hab jetzt 200 Schuss glaube ich Für beides Also von Terror Seas Neun Monate Resub Wie wir lieben Dank Ich verstehe nicht ganz was es ist Soweit der Pilz kommt bedeuten soll Aber das ist okay Wir wollen den Weg aber nochmal gehen Denn es gibt ja noch Äh Genochen Schalter zu aktivieren Okay Ich steuere hier ist komisch Weil wir einfach nichts zurück Und sich einfach nur fallen lassen Ein Babypilz Oh ist das die Äh Weil ich ein Pilz bin Sache Das war Das war ein sehr lustiger Witz Ich finde die Leute Sollte wieder zurück bringen Ich wünsche wirklich Leute würden die nicht zurück bringen Die fehlen mir nicht Fehlen mir überhaupt nicht Nein Lass mich hier durch So Kreiselminen Zeit Ich glaube wir haben dann Warte Das ist das letzte Upgrade Bis auf den Suit Oder Okay und dann noch den Okay und noch den Beam Das ist äh Das ist das letzte richtige Upgrade Was wir jetzt mitnehmen oder Wir kommen Wir kommen gut voran Würde ich einfach nur mal meinen Da fehlt dann nicht mehr zu viel Das ist auch ein Raum In dem einem gerne die Ressourcen ausgehen Das heißt da aufreie ich mich schon Bist stark ausgerüstet Oh ja Oh ja Da könnte ich euch Geschichten erzählen Die Kreiselmine Screw attack Bisschen komisch irgendwie Dass sie die ganzen Upgrades Nie übersetzt haben Fällt mir gerade auf Haben sie einfach Die englischen Namen behalten Und er hört sowas Ja aber auch wenn man Nicht nur bei der Nicht nur bei der Screw attack Auch bei den Missiles Den ganzen Morphball Upgrades Und sowas Diese Übersetzer Haben wohl geschlafen Lass mich in Ruhe Komischen Komischen Bienen Und Nissen Wespen Der Wellenstrahl Oder der Der Griffelstrahl Auch Vernichtungsstrahl Fände ich stark Ja fantastisch Das hier ist übrigens Die Stelle wo ich Wahrscheinlich Gehackt werde Oder auch nicht Hey Nehmen wir den Schild weg Beschleunigungsball Shit Ah Komme ich hier zurück Da vorn Was haben wir sonst noch Für lustige Upgrades Wie Wie würdet ihr die Space Jump Boots Übersetzen Raumsprung Äh Stiefel Das finde ich nämlich Sehr stark Als Übersetzung Dafür Ich habe auch schon erlebt, dass Chainmail mit Kettenpost ersetzt wollen, also Vorsicht mit Wünschen. Ich wünsche mir nicht, dass sie das übersetzen werden. Das ist nicht mein Wunsch. Leertasten, Springstiefel, ja, das ist eine Möglichkeit. So, wir haben alle umgedreht. Und ich wurde nicht gehackt in diesem Raum. Eine Schande ist das. Ich habe alle umgedreht, oder? Die sehen alle umgedreht aus. Meine Lieblingsübersetzung ist immer noch, es gibt irgend so ein Super Nintendo Fußballspiel. Und da, wenn man schießt, steht da nicht erschießen, sondern scheißen. Einfach ganz groß im Bild. Scheiße. Wie auch immer das dann letztendlich verkauft werden konnte, ohne dass irgendwie zwischendurch mal jemandem aufgefallen ist. muss den Ball ins Tor scheißen, ja. Kreiselmine. Die ist übrigens auch ziemlich effizient im Kampf gegen Gegner. Die meisten Gegner sind nämlich nicht in der Lage, die Kreiselmine zu überleben. Jetzt drehen wir richtig durch. Screw Attack erhalten. Ich meine, wir können sie natürlich auch so nennen. Sie ist nur von den Einsatzmöglichkeiten her sehr begrenzt. Sehr eingeschränkt, könnte man sagen. Drei, vier, fünf. Man kann sie auch noch fünfmal einsetzen. Und dann war erst mal genug Screw Attack Action. So, ich will hier nochmal den dunklen Äther rüber. Es gibt hier noch eine kleinen Missile Container für mich zu holen. Und zwar ist hier so eine dumme Wand. Das ist die Wall Jump Wand. Ich denke, ihr versteht, woher ich, äh, woher ich, warum ich ihr diesen Namen gegeben habe. Wollte sagen, woher der Name kommt, denn die heißt nicht wirklich so. Genau, ansonsten kann ich hier noch nicht viel machen. Ich bin aber wieder weg. So gerne ich auch gegen die nervigen Gegner hier kämpfen würde. Und ich würde wirklich nicht gerne gegen sie kämpfen. Ich habe das Gefühl, mich gelöstet ist gerade. noch nach einem Energy Tank. Ich glaube, das wäre es, was mir jetzt noch fehlen würde. Das wäre noch ein gutes Geschenk für mich. Da habe ich ja gerade noch Glück gehabt. Hier kann man so Grapplebeam-Teile runterlassen, aber wenn man die runterlässt, dann sind die immer ein bisschen weg, wenn man mit der Screw-Attack rüber springen will. Deswegen hole ich sie gar nicht erst. Ich habe mir eine Tüte Chips geholt. Welche Sorte? Welche Sorte? Ich muss überlegen, wo will ich... Warte, ist das die Darkbeam-Tür da gewesen? Ich gehe da zum Eingang hin. Ah, fuck. Will ich denn hingehen als nächstes? Was will ich hier in den... Okay, wir werden da vorn mal in den dunklen Äther gehen. Ist es nicht etwas seltsam, wenn man von Samstag auf Sonntag das Marathon-Thema wechselt? Was? Samstag ist der Mario-Marathon und Sonntag-Metroid. Außer von Karamala-Mar. Äh, 17 Monate. Resub, wie wir lieben Dank. Oh, da bedeutet das, dass ich nichts anderes mehr machen darf. Wenn ich eins von beiden gemacht habe. Schönes Ding. So, wir können hier jetzt weiter. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Das ist überhaupt nicht der richtige Weg. Fuck, ich will hier noch gar nicht hin. Mir fehlt immer der eine Schlüssel hier. Den komme ich ja, glaube ich, von hier aus nicht ran. Wir schauen uns mal kurz um. Ja, das ist der Weg zum Boss. Hier brauchen wir die drei Schlüssel. Und ja, da oben ist einer. Aber für den bin ich nicht hier. Und wo bringt mich das hier hin? Ach, das war eine... Genau, das ist in der Welt eine Munitionsstation. Das heißt, kann ich nicht schaden, da hinzuschauen. Dann war hinter der Missile-Tür noch eine Speicher-Station. Das heißt, ich bin hier definitiv falsch. Das heißt, ich bin hier drin. Au. Oh Gott, geh doch weg. Hier, hier, hier bin ich komplett falsch. Aber ich vergesse immer, wo der Weg war, um zum anderen Schlüssel hinzukommen. Ich verabschiede mich dann auch schon mal. Wünsche allen viel Spaß noch. Äh, danke, dir auch. Jetzt kommt erst mal der elendige Teil, wo ich den Weg finden muss. Sehr ungewöhnlich für ein Metroid-Spiel natürlich. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch so Schlüsse mitnehmen. Okay. Noch bin ich nicht zu sehr vom Weg abgekommen. Noch ist alles zu retten. Das ist die falsche Seite. Vor allem, ich weiß, wo ich hin muss. Aber ich weiß nicht ganz, was... Was war der fucking Weg dahin? Will ich hier einfach runtergehen? Das ist ein Portal. Ein Nestreaktor. Ich könnte an dem Punkt auch zu dem Nestreaktor rüber. Spricht eigentlich nichts dagegen. Da gibt es sowieso einen Schlüssel zu holen. Den ich aktuell noch nicht holen muss. Der ist erst für das Slate-Game. Aber ich habe an sich ja alle Ausrüstung, die ich dafür brauche. Ja. Außer von der C97-100 Bits. Wie, 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 lieben Dank. Also, was haben wir hier unten? Das wäre eine Pau-Bombentür, eine normale Missaltür und eine generell normale Tür. Also, hier war wieder die dumme Munitionsstation, die man für nichts braucht. Ja. Dann wird ja längst wahrscheinlich dann eine Speicherstation gewesen sein, die man ebenfalls für nichts braucht. Weil, warum würde man hier speichern wollen? Ja. Ich meine, ich werde jetzt speichern, um mein Leben aufzufüllen. Aber generell, warum sollte man das machen? Versteht ihr? Dann bleibt noch die Power-Bombentür. Das ist wahrscheinlich die einzige normale Blase in einem Spiel, die tatsächlich Gegner killt. Sonst muss man nämlich immer mit dem Lightbeam erst draufschießen, damit sie irgendwelche Gegner killen können. So, und jetzt kommen wir zu dem dunklen Äther-Gegenstück der Brücke. Hier wollen wir, glaube ich, ebenfalls mit dem Magnetball mit dem Spiderball hoch. Oder auch nicht. Ach, fuck, nein. Man braucht den... Oh, nein. Man braucht den Light-Suit hier. Oh, nein. Es war umsonst. Nein. Es war Zeitverschwendung. Ach. Ich dachte, die True-Tech reicht, um da rüber zu gehen. So eine Scheiße. Letztes Mal hast du das, glaube ich, auch gemacht. Kann sein, dass so ein komischer, dummer Raum in der letzten Ecke... Den vergisst man ganz gerne. Was ist überhaupt letztes Mal? Na gut, dann werden wir später noch mal hingehen. Das ist jetzt mal, dass du es gespielt hast, offensichtlich. Wahrscheinlich wird es dann ein Randomizer gewesen sein. Komm, wir gehen wieder in den Hellen Äther rüber. Denn hier scheint ich ganz offensichtlich falsch zu sein. Na, warte, 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 warte. Wenn ich da drüben nicht noch einen Misser-Container mitnehmen und gegen den, äh, dummen, vergessenswerten Metroid kämpfen. Ach, hier ist nicht mal ein dummer, vergessenswerter Metroid. Doch, da ist einer. Es ist ein dunkler Metroid. Der ebenfalls nicht viel gegen Powerbomben machen kann. Ausnahme von Jauk. Elf Monate. Resub, wie wir lieben Dank. Tolle E-Mail von Rewe. Entdecken Sie die neuen Angebote. Durchgeschaut. Bio-Hackfleisch für 9,99. Ja, es ist echt, es ist echt eklig, wenn Fleisch mehr kostet. Ich hasse es, wenn die Tiere bessere Lebensumstände haben. Es ist echt ein Witz. Zumindest mit sowas noch eine Mail schreiben. Und er hört. Ich denke, wir werden zum zentralen Forschungsbereich gehen. Nein, ey, klickt nicht nur, wo ist das Angebot? Keine Ahnung. Würde mal schon mehr kosten. Ich bin auch aktuell nicht zu sehr mit den Hartfleischpreisen vertraut, muss ich gestehen. Das ist das Angebot, sonst würde es mehr kosten. Ja, das ist, was die wollen, dass du glaubst. Ja, ich kann hier noch was mitnehmen. Och. Ich wäre doch gerade dabei, hochzurollen. Verzeihung? Ich weiß nicht, was da links so ein Teil ist, das einen angreifen will. war ich wohl zu weit entfernt, um die Morphball-Verbindung herzustellen. Och, was ist denn jetzt gerade? sagen wir mal... Dankeschön. Ja, da ist definitiv der Wurm drin. Wegen Sitz zu dem 10-Euro-Hartfleisch. Wir wünschen, dass da kein Wurm drin ist. Das würde ich mir bei den meisten Hackfleisch wünschen, ehrlich gesagt. Bei den meisten Lebensmitteln würde ich mir es wünschen. Was? Oh Gott! Warum nimmt man Schaden, wenn man die Scheiße berührt? Es ist wieder passiert. Was? Was? Wie kann ich so oft in dieser dummen Stelle jetzt runterfallen? Äh! Das ist nicht mal eine schwere Stelle oder so. Okay. Stell es wirklich frustrierend. Nein, ist sie wirklich nicht. Sie wirklich nicht. Außer im Lundberg, 48 Monate. Re-Sub. Wie viel lieben Dank. Das ist wirklich keine frustrierende Stelle. Unter normalen Umständen. Ja, es ist sehr simpel. Ich habe mich einfach nur angestellt. so, hier ist da oben noch eine Tür. Komme ich an die ran? Was ist denn hier oben denn überhaupt? Oh, hier ist das. An der Stelle bin ich übrigens mal gestorben. weil ich das Timing mit dem Wall-Jump so sehr nicht hinbekommen habe, dass ich durch die durch die Atmosphäre des dunklen Aether mein ganzes Leben dann verloren habe. Das war demütigend. Ich weiß noch nicht genau, warum. Kann ich mal wirklich viel falsch machen, aber manchmal ist einfach der Wurm drin. Hey, das ist der richtige Weg. Außerhalb von Smile97 habe 34 Monate Resub wie viel lieben Dank und wir haben es. Das ist ja leise. Das ist recht, weil man mit Screw keinen Schaden nimmt. Ja, ich bin beim ersten Sprung die ganze Zeit. Ich habe den ersten Sprung nicht irgendwie bei dem beziehungsweise der Folgesprung hat für mich nicht geklappt. Es war ganz komisch. Ich habe den ersten Walljump einfach nicht hinbekommen. Ich glaube, es könnte auch im Randomizer gewesen sein, wo ich generell nicht so viel Leben hatte, muss ich dazu sagen, aber ich habe schon echt lange gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. So, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal zur Speicherstation vor dem Boss. Dann werde ich mir nochmal was zum Trinken holen und dann ist es Zeit für Quadraxis. Ich erinnere mich an den Trick Excalios, aber ich wollte es nicht machen, weil ich das Spiel ja normal spiele. Selbstverständlich erinnere ich mich an den Trick, gerade weil ich so große Probleme habe, die Stelle immer zu finden. Es wäre ja lahm, wenn ich jetzt in dem Run... Das ist ja wirklich nicht nötig, dass wir so ein paar Exploits nutzen. Ja, hier habe ich keine Lust, die Stelle zu machen, deswegen springe ich da kurz mit dem Screw-Attack rüber. So, wenigstens weiß ich aber auch direkt, wo der Rückweg ist. die Gegner, der von der Decke runterfällt. Okay. Umso besser. Umso besser für mich. Ich glaube, ich werde sehr spannend, zur Munitionsstation zu gehen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, das habe ich nicht nötig. Ich wünsche, ich werde nicht runtergefallen jetzt. Das Einzige, was ich bei dem Boss brauche, sind eben Missiles. Ach, fuck. Ich überlege gerade, nutze ich die anderen Beams überhaupt jemals? Ich glaube nicht. Also, von Adome, 17 Monate. Re-Sub. Ist Metroid eine Frau? Ja. You can call me Fee. Sieben Monate. Re-Sub. Dafür, Fifi, vielen lieben Dank. Ich bin so hungrig. Ich habe wieder heute, ich habe es ja für eine gute Idee gehalten, vor dem Stream nichts zu essen. Ich will euch ein Geheimnis verraten, das ist gar keine gute Idee. Wie lange ist das Jahr, als du Metroid Prime das letzte Mal gespielt hast? Ich habe, ich würde sagen, vor drei Monaten zuletzt einen Randomizer gespielt. Mir ist eingefallen, ich habe noch eine Packung Pumpernickel da. Dementsprechend habe ich eine Scheibe gegessen. Ich werde jetzt noch kurz eine Zoom ernehmen und dann bin ich bereit für den restlichen Stream. Fuck. Fall doch nicht einfach runter. Kannst einen fucking Doppelsprung und fällst trotzdem runter. Oh mein Gott. Ja, das ist richtige Pumpernahrung. Okay. Gib die drei Schlüssel ab. Ich hoffe, ihr seid bereit für den besten Bosskampf des Spiels. Ich hoffe, es ist nicht mal ein Wettbewerb und ich denke, darauf sollten wir uns alle einigen können. Hat viele Phasen, ist abwechslungsreich, ist ein bisschen vordernd. Und die Bosse, die hier danach kommen am Ende des Spiels, sind scheiße. Oh oh, die eng. Und der sieht natürlich auch aus wie ein Boss aus Mario Galaxy. Meiner Meinung nach auch besser Metroid-Boss allgemein. Auf jeden Fall Prime. Generell, Metroid? Keine Ahnung. Natürlich, ihr seid vertraut mit meinem Spielstil. Dementsprechend wissen wir natürlich alle, was ich machen werde. Wir müssen warten, bis irgendwann ins Blau leuchtet. Gleich ins Blau. Da. Wir feuern natürlich die Super Missiles ab. Shit. Komm schon, wir sehen auch das da drüben an. Dankeschön. Wie sieht es eigentlich aus mit Light oder Dark Beam gegen Quadraxis zu kämpfen? Wahrscheinlich müsste Light Beam seine Schwäche sein, oder? Oh oh, der Ennihilator Beam. Light? Vielleicht kann ich an dem Punkt mal ein bisschen reinspittert. Oh oh oh. Da kann man irgendwie auch reinboosten, was super komisch ist. Beziehungsweise generell diese Leuchtung coolen kaputt machen, dann kommt super viel Heilung raus. Aber üblicherweise mache ich mir die Mühe nicht. Man hat bei dem Bosskampf natürlich auch, wie euch vielleicht aufgefallen ist, wir haben keine Blase, keine Blubberblase, die mich vor dem dunklen Äther schützt. Komm schon, nach Blau. Da ist es. Das war ein bisschen schlecht. Armored Core 6 sieht echt gut aus. Wahrscheinlich ist das ein Joke, aber es ist ein spaßiges Spiel. Sowohl Armored Core 6 als auch Metro Prime 2. Oh oh, der Kopf ist lose. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich glaube, wir müssen jetzt das Teil in der Mitte kaputt machen. Da feuere ich auch am liebsten mal die Super Missiles drauf. Dann wollen wir seine drei Antennen kaputt machen. Man erkennt nicht, Bila glaubt mir einfach, dass das ist, was wir machen. Dann spawnt er ein paar von den Jungs. Die mache ich immer direkt kaputt. Denn wenn die da bleiben, würde mich das enorm nerven. Außerdem geben die eine Menge Munition. Und mit meiner aktuellen Super Missile-Taktik brauche ich eine Menge Missiles. An Mühe geht nichts vorbei. Hier, hätte ich direkt den Braten gerochen. Können wir machen noch ne Super Missile. Wir gönnen uns was. Boom! Dann spawnt der zwei als nächstes, glaube ich. Ja, da ist der zweite. Okay. Powerbombe. Kann übrigens das untere Teil auch mit ner Morphballbombe einfach kaputt machen. Das mache ich nur nie. Denn der Boostball fühlt sich besser an. Oh, ich höre ihn drehen. Okay. Dann können wir jetzt diese Phase zu Ende bringen. Letzt wollte mir jemand drohen Fisch unterjubeln. Da habe ich den Rochen gerochen. der gute Rochen. Der hat gerochen. Okay. Zeit für letzte Phase. Oh, ich habe den Rochen gebraten. Das steht, ich habe den Rochen gerochen. Das ist ja lustig. Ich habe den Rochen gebraten. Ach, den Braten gerochen. Stehe. Ich fände es lustig, hätte er den Rochen gerochen. Okay. Kommst du hier vorbei? Falsche Richtung. Richtung. Ich liebe es, wenn das passiert. Sehr gut. Ich weiß, ich bin zu langsam. Direkt die Richtung gewechselt. Direkt 180 Grad gedreht. Was? Will der mich verarschen oder so? Oh Gott, das ist so weit weg. Nein, geh hoch. Ja, ist schon vorbei. Ich stehe gerade nicht, in welche Richtung er fliegt. Ein paar Sekunden länger warten. Ich sehe schon. Ich habe ja keine Zeit mehr, wenn man noch länger wartet. Wer fliegt jetzt hier rüber, nehme ich an. Yeah. Oh. Was ein Treffer. Da ist die Perspektive immer ein bisschen komisch einzuschätzen, aber ich kriege das hin. Ich bin ein fortgeschrittener Spieler. Ah, shit. Born wird er wahrscheinlich nicht mehr versuchen es. War ein okayer Kampf. Auch wenn ich bei der letzten Phase vielleicht ein bisschen, man hätte auch einfach mal in die richtige Richtung, in die ich gerollt bin, von sich aus hin fliegen können, aber das ist okay. Und da haben wir den Anni-Highlighter-Beam. Der Anni-Highlighter hätte alle Gegner und ich verwende ihn ehrlich gesagt nie. Ich meine, er hat Auto-Aiming und ich glaube, er ist an sich, er braucht Light und der Darkbeam-Munition und damit sollte er auch von jedem Gegner die Schwäche sein, aber, äh, ich meine, ich verwende ihn gegen den Ing-Imperator, aber sonst nicht wirklich. Da finde ich den ansonsten nicht so hilfreich. Er frisst halt auch ungemein die Muni. Ja, und, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er wirklich, ich meine, er ist auch nicht effizienter als Dark oder Lightbeam, also, wofür überhaupt die Mühe? Stärkste DPS, aber Ammo zu Damage nicht so gut. Ja, aber an dem Punkt, wo man den Anni-Highlighter-Beam hat, wofür braucht man so viel DPS dann noch? Ja, gegen die Kristalle schießen ist super gut. Das mache ich auch viel und gegen die, äh, generell Lichtblubberblasen. Aber mit dem Anni-Highlighter-Beam selber kämpfen, nee. Ich habe ihn früher mal Anni-Highlighter-Beam genannt. Mögt ihr den Anni-Highlighter-Beam? Ich muss losarbeiten, dann schaue ich ja von dort weiter. Okay, bis dann. Ich mache jetzt sowieso erstmal nicht so viel Aufregendes los. Jetzt werden wir eh erstmal ein kleines Ründchen, äh, herumlaufen. Dann holen wir einen guten Anzug und dann sind wir bereit, alles andere zu holen. Ich bin nicht der größte Fan davon, dass die Beams Reskins der Metroid Prime 1-Beams sind. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen komisch. Vor allem die Schüsse, die man abfeuert, sind auch von der Funktion her essentiell Reskins von Metroid Prime 1. Ich meine, Anni-Highlighter-Beam ist, äh, hat auch Aiming wie der Wave-Beam. Der Light-Beam ist wie der, äh, Plasma-Beam. Er zündet die Gegner auch an und ja, Dark-Beam und Ice-Beam sind nachher sehr ähnlich. Nur, dass der Dark-Beam gut ist. Weil er auch Schaden macht. So, die Stelle ist ein bisschen abenteuerlich, wenn man noch nicht den Light-Suit hat, denn man nimmt super viel Schaden, wenn man hier durchgeht. Aber, Freunde, man ist unverwundbar, wenn man in der Screw-Attack ist. Ach ja, das ist einfach nur für den Rückweg. Hier ist nur ein helles Ethan-Item. Seht ihr ja? Easy. Ich weiß nicht, ob der Weg von hier aus wirklich einfacher, äh, kürzer ist, aber ich glaube schon so ein bisschen. Hey! Was ist das denn jetzt? Ja, doch, doch, doch. Es ist schon so ein bisschen kürzer. Und hier habe ich Sledge of Spire gestern angefangen und 14 Stunden gezockt. Ey, ich habe bei Sledge of Spire inzwischen, ich glaube, neun Stunden oder so. Ich habe zwei Runs geschafft. Zwei satte Runs überstanden. Ah ja, Sledge of Spire ist super spaßig. Bisher. Hey, da sind die komischen Gegner wieder. Da sind die langsamen Kugeln, die sie abfeuern. So, und hier haben wir auch einen neuen Raum, nämlich den, äh, neues Hindernis, besser gesagt. Wir machen die Geräusche nach. Ich habe gehört, heute um 18 Uhr kommt das nächste Sledge of Spire Video. Habe ich recht? Aber es ist nur eine Streamaufzeichnung, also nicht zu aufregend, aber dennoch. Aber dennoch. Jetzt muss ich dann durch die geheiligte Festung gleich auch wieder komplett zurücklaufen. Das ist ein bisschen nervig. Ist okay, ich kann auf Brückweg dann noch ein Item mitnehmen. Gebt die Energie ab, Samos. Los. Wir haben in der Tat die Energie abgegeben. Öffnet sich das komische Raumschiff schon, dann sehen wir das erst später. Das ist ein langsamer Lichtstrahl. Dann wiederum ist ja auch nicht direkt ein Lichtstrahl, es ist mehr Lichtenergie. Aber wir sehen noch nicht, was passiert ist. Ich meine natürlich, uh. Ich frage mich, was da gerade passiert ist da drüben. Es gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Energietransfer abgeschlossen, Energieversorgung des Tempels ist wieder hergestellt. Ich wünsche dir, ich wäre der Tempel. Ich hatte übrigens diese Räume vor dem Tempel. Das ist immer so eine Zeitverschwendung. Oder man kann die Katze minimal skippen, aber es ist auch nicht wirklich kürzer dann. Keine Ahnung, warum die Tempel so lange laden müssen. Also von der Corvus 6. Fünf Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Müsste sich Lichter hier mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ich glaube nicht. So, warte. Ah ja, genau hier war... Das ist ein Secretraum. Wir haben hier diese Teile. Gehen wir kurz hoch. Aktivieren den Schalter. Bei dem Raum wusste ich auch für sehr lange Zeit nicht, wie man da unten rankommen soll. Aber keine Sorge, inzwischen weiß ich Bescheid. Secretraum, hoffentlich Arki. Da ist nie der Arki drin. Außerdem der Arki ist meistens, ich weiß nicht, das ist mehr Luster als alles andere. Dann wiederum. Ich hatte letztens einen Run, in dem hatte ich Rockbottom. Und ich konnte nichts mit Rockbottom... Ich habe nichts bekommen, wo Rockbottom von profitiert. Warte, das war der Tainted Lost Run. Ich meine, ich habe da das Trinket abgelegt, weil ich den Lux-Set behalten habe, aber an sich... Das war echt traurig. Vor allem, ich habe Rockbottom nicht mal so... Zwangsweise so spät im Run gefunden. Und da kam einfach nichts mehr, was mir für Rockbottom was bringen würde. Das war ein Trauerspiel. Ich weine noch heute, wenn ich darüber nachdenke. Das ist gelogen, das war der beste Tainted Lost Run in aller Zeiten. Das war auch nicht zwangsweise der stärkste Run, aber... Ich sage es euch, Holy Water. In Kombination mit BFF. Das zimmert dabei gewaltig rein. Machen wir das. Dann das. Und dann du zweimal. Yeah. Final Fantasy 16 bekommt einen PC-Port. Wurde offiziell jetzt angekündigt. Wenn du es noch nicht wusstest, dachte ich, teile die Info, weil du ja Final Fantasy 16 gerne spielen wolltest. Ich meine... Gab es eine Person auf diesem Planeten, die für einen Moment lang Zweifel daran hatte, dass das Spiel auf PC kommen wird? Ich denke, es war allen bewusst, dass das für maximal ein Jahr exklusiv sein wird für die PS5. Genau, geradeaus will ich. Habe ich in Isaac's Salvation-Mod reingeschaut? Nein. Ich habe in Finn-Fojo reingeschaut und ich dachte mir, ich will das echt nicht spielen. Und dementsprechend, ähm, ja. Nee, nee. Ich glaube, ich werde nicht der größte Isaac-Mod-Fan. Ich glaube, da sehe ich mich nicht. So, jetzt muss ich nur aus der geheiligten Festung raus und dann können wir endlich richtig das Zeug sammeln. Dann geht der Teil los, der fast an den, äh, Randomizer erinnert. Ist der gute Teil quasi. Oh ja, hier auf dem Weg nach draußen kann ich auch noch ein, zwei Dinge mitnehmen. Fällt mir gerade auf. Das ist doch nett. Jetzt wird die Tür abgesperrt, glaube ich. Yeah. Oh oh. Jetzt muss man zwei von denen bekämpfen. Glücklicherweise haben wir aber Powerbomben. Freut mich, dass wir drüber geredet haben. Ich bin so froh, dass man sie mit Powerbomben so leicht killen kann. Wir wissen dann, wie elendig sie ohne Powerbomben zu bekämpfen waren. Und das war sehr elendig. So, ich kann hier noch mit einer Powerbombe was machen. Ich habe Armored Core, welches Ending für Armored Core habe ich geholt? Ich habe der, äh, ich habe mich gegen, ich habe das Zeug verbrannt. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ja, ich habe es verbrannt. Weg damit. Ich habe also das Bad Ending bekommen. Habe mich ein bisschen schlecht gefühlt. Ah, der Bosskampf war ziemlich cool von dem Ending. Jetzt werden wir hier noch ein paar Sachen, die ich wegsprengen kann. Hier drüben nicht noch was zum Wegsprengen. Yeah, da oben. Shit. Ja, ja, okay. Gehen wir zurück. Können wir noch in die Servia-Mod für Binding auf Isaac gehen? Das war eine gute Mod, ich nicht. Ich habe generell in die wirklichen Mods für Isaac gespielt. Wenn habe ich kurz reingeschaut, dann dachte ich mir, ja, reicht dann auch. Reicht dann aber auch. Vor allem dann, wenn sie versuchen, wirklich viel vom Hauptspiel umzuändern, ist halt immer die Sache eher... Ist halt... Ist halt doch qualitativ ein deutlicher Unterschied zum regulären Hauptspiel. Oh, eine Powerbombe war hier. Feenfolio ist die Mod, bei der ich überzeugt bin, dass Leute so tun, als ob sie es mögen. Also was ich von Feenfolio gesehen habe, dachte ich mir auch, ja, ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie macht mir das keinen Spaß. Vor allem ist ja optisch auch super viel abgeändert. Ich habe nicht ganz verstanden, warum in Feenfolio die Steine grundsätzlich so komplett anders aussehen. Das fand ich komisch. Im Spiel irgendwie so einen ganz anderen Look ein Stück weit zu geben. Ich verstehe auch nicht ganz, warum. Gute Neuigkeiten. Ich bin so gut wie zurück. Hier ist noch eine Powerbombentür, aber lass mich erst mal das letzte Upgrade holen. Danach erkunden wir weiter. Danach erkunden wir weiter. Ich bin gespannt, ob ich irgendeinen Upgrade übersehen werde. Wahrscheinlich hätte dafür es hoch. Ist der Titel eine Yo-Oli-Anspielung? Nein. Ich befürchte nicht. Ich hoffe, ihr bekommt noch mehr zu sehen. Ich habe mir jetzt auch gekauft. Auf Steam Deck ist das ein Traum-Game. Ich habe noch... Was waren das? Zwei oder drei Videos, die ich... Jetzt aktuell kommen Stream-Aufzeichnungen noch. Und dann habe ich... Ich glaube, zwei Videos wurden es, die ich aufgenommen habe. Mit zwei gewonnenen Runs. Und die kommen dann demnächst. Also, ja, aktuell... Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen... Wahrscheinlich für eins der Videos noch spielen. Dann mal schauen, ob es Leute sehen wollen. Wenn nicht, werde ich dann anfangen, es für mich selber zu spielen. Hallo, Umus. Ich bin zurück. Wie lange spielst du das Spiel zusammen schon? Reden wir von Metroid? Wieder erstrahlt das Licht des Ethers von allen drei Tempeln. Und doch, der Ether der Finsternis bleibt. Noch immer wirkt ein Energieregulator in der Finsternis und stützt diese Welt. Der Himmelstempel, der finstere Schatten dieses heiligen Ortes, birgt den letzten Energieregulator. Das, wonach du strebst, steht unter Bewachung der größten und mächtigsten Bestie, der Ing, der Imperator. Die neuen Schlüssel zum Himmelstempel wurden in sämtlichen Ländern dieser finsteren Welt versteckt. Sie zu finden, mag gefahrvoll sein. Jedoch... Gebe ich dir zum Schutze diese gesegnete Rüstung. Gespeist vom Licht des Ethers selbst. Ihre Macht wird dir vernutzen sein, diese letzten Schlüssel zu bergen. Möge sie dir in der Dunkelheit ein Leuchtfeuer sein. Das Leuchtfeuer wurde entzündet, meine Freunde. Er hat zwei Streams bis jetzt damit gehabt, dass der zweite Stream von Metroid Prime 2... Keine Ahnung, über wie viele Stunden bin ich inzwischen? Sechs Stunden so aus Spielzeit, würde ich sagen. Sechs, sieben. Ja. Schau euch die Lichtstrahlen an. Dieser Anzug hat den Bonus, man kann sich jetzt warpen. Die Warpstellen sind aber komisch gelegen, deswegen gibt es nicht wirklich einen Grund, sie jemals zu verwenden. Aber zusätzlich nimmt man im dunklen Aether auch keinen Schaden mehr. Und das ist der gute Stoff. Das heißt, ab jetzt hat sich das Spiel ein bisschen... Der Schwierigkeitsgrad hat sich ein bisschen geändert. Und ich würde sagen, im dunklen Aether ist das Spiel jetzt leichter als im hellen Aether. Der Anzug sieht jetzt radioaktiv aus. Warum sieht der Anzug radioaktiv aus? Da sind Taschenlampen überall dran. Das sind einfach nur Taschenlampen, die leuchten in der Dunkelheit. Ja, ist ja was, ich gehe da links entlang. Wir werden jetzt mal eine großzügige Tour machen durch alle Gebiete. Und so weit alles, was mir noch fehlt, mitnehmen. Ich bin ein simpler Mann, leuchtend ist radioaktiv. Ich meine, der letzte Anzug, den man in Prime 1 hatte, war radioaktiv. Das war der Phasen-Suit, aber der Light-Suit absolut nicht. Außer von Torben, weh, 46 Monate. Resub, wie lieben Dank. Shit, hier will ich nicht wirklich hin. Will ich überhaupt nicht hin, ehrlich gesagt. Naja. Naja, gehen wir mal weiter. Ich hätte zwischendurch speichern sollen. Und die Leben sind nämlich ein bisschen... Die sind ein bisschen geringer, als ich mir wünschen würde. Ich bin mir sicher, das wird kein Problem. Im Weltraum ist doch alles am strahlen. Wir sagen, es ist ja ganz offensichtlich auf dem Planeten mit der Atmosphäre. Da ist doch ein Energy Tank. Speicherst du auf Feiglinge? Ich speichere oft. Ja, keine Sorge, meine Leben. Kein Problem mehr. Ich habe nicht gehört, da liegt gerade so ein bisschen ein Energy Tank rum. Und dann machen wir mal eben diesen Raum hier. Der ist ein bisschen nervig. Er ist ein bisschen langweiger, als er sein sollte. Und die Belohnung dafür ist scheiße. Und deswegen machen wir es. Ihr seht, bin ich sehr euphorisch, was diesen Raum betrifft. Wir wollen die Teile... Beziehungsweise, er wäre okay. Man muss die Teile alle so weit drehen, dass sie in eine Richtung zeigen. Das Problem ist, man muss das zweimal machen. Man muss erst in die eine Richtung machen und dann nochmal alle in die andere rüber. Ich habe das Gefühl, einmal hätte gereicht. Ich weiß nicht ganz, warum man das zweimal macht. Das macht das Ganze sehr viel langweiger, als es sein sollte. Wollen wir es auch nicht, weil es nicht mal ein Rätsel und eine Herausforderung oder so ist. Es ist halt echt nur ein bisschen langwierig. Die leuchten ja sogar, wenn sie richtig angeordnet sind. Ja, und eigentlich würde man sagen, das war jetzt erstmal genug von dem Rätsel. Wir haben jetzt verstanden, worum es geht. Jetzt reicht es aber auch. Aber nein, das war nur die Hälfte. Ich glaube, man muss beide Seiten machen. Ich glaube, man muss beide machen. Muss man? Okay. Aber ja, das ist... Ja, keine Ahnung. Das ist ein dummer Raum. Die Belohnung werde ich ein einziges Mal verwenden, um sie in dem Raum kurz gezeigt zu haben und danach nie wieder. Was wir bekommen, sind die Lightbeam-Supermissiles, was der Sunburst ist. Und die ganzen Supermissiles, die nicht die normalen Supermissiles sind, die in dem Spiel sind, echt scheiße. Vor allem brauchen die irgendwie auch super viel Munition. Das heißt, ich verwende die einfach nie. Ich habe auch das Gefühl, die meisten Leute verwenden die nicht wirklich. Sind echt... Das war nicht die beste Entscheidung. Daher tut er zumindest die erste Phase von dem Imperator. Oh, tut er? Ah ja, dafür muss ich aber treffen. Oh Gott. Oh, der Ingen-Imparator wird so belastend. Der Flammenwerfer aus Prime 1 war auch ziemlich scheiße. Aber er war besser als die Supermissiles von dem Darkbeam aus dem Spiel. Der dumme Darkbeam... Äh, die Darkbeam-Supermissiles sind so schlecht. Sie sind so schlecht. Aber er ist ein Flammenwerfer. Aber der Flammenwerfer ist super schlecht. Er hat eine super geringe Range. Ich glaube, der Flammenwerfer hat nicht mal wirklich mehr DPS als der normale Plasma-Beam. Der Plasma-Beam ist nämlich echt stark. Flammenwerfer, dann spielen sie dir irgendwie oft nicht stark. Mein Freund, dann solltest du mal Armored Core 6 spielen. Denn der Flammenwerfer, der schmettert richtig rein. Mit dem Flammenwerfer habe ich die ganzen In-Game, ähm... Shit, das ganze In-Game, äh, PvP-Zeug gemacht. Der in Armored Core 6 war auch Mist. Das ist halt einfach nur... Nee, das ist einfach nur nicht richtig. Ja, da ist der Sunburst. Der macht irgendwie aber nichts. Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, warum jetzt diese Piraten speziell hier spawnen. Oh Gott. Der Sunburst ist echt keine gute Waffe gegen die. Weiß ich, fand den nicht gut. Nah. Also, im PvP ist er super stark gewesen. Für die Söldner-Gilde. Ich hab den generell erst am Ende des Spiels wieder, auch bei Bosskämpfen, dann durch den Minigun ersetzt. Ich bin Harzag beim Boss von Chapter 1 in Armored Core 6 und ich hasse alles an dem. Das ist dieses komische Raumschiff, oder? Das Problem ist, dass der Damage nicht nur, äh, der Damage nur okay ist und Munition schnell ausgeht. Ja, aber das ist, das ist kein Problem bei dem, äh, Flammwerfer aus Armored Core. Der hat ausreichend Munition. So, jetzt können wir weitergehen. Wenn ich schon mal hier bin. Man kann sich jetzt auch durch diese, äh, durch solche Lichtstrahlen worfen. Weil Theos an dem struggle ich so dermaßen. Also, was ich dir empfehlen würde, ist dieses eine, äh, die Waffe mitzunehmen, mit der du, äh, den Schild, die effektiv gegen Schilde ist. Und ich hab die als Zweitwaffe auf, ähm, L1 gepackt. Das heißt, diesen, äh, den Skill holen, damit man, äh, damit man auch normale Waffe an den Schultern ausrüsten kann. Und da würde ich dann dieses Anti-Shill-Teil machen. Wenn man das gegen ihn einsetzt, ist das sehr hilfreich. Ich glaube, es waren drei Charge-Bim-Schüsse und ein Sunburn für den One-Cycle. Wir benutzen sonst immer vier Supermessels für den One-Cycle. Nun kam die Nachricht von vorhin, er ist jetzt oben rechts an. Oh, die kam erst jetzt an. Auch im Chat generell. Weil seine normale Gegner in Armut Core 6 sind zu easy. Ich finde, die sind eigentlich relativ schwer teilweise. Bin wohl schlecht. Ich würde sagen, in Armut Core 6, ähm, Schwächkeitsgrad zwischen den Bossen und dem restlichen Spiel ist, äh, sehr unterschiedlich. Mein einziger Kritikpunkt an Armut Core 6 ist einfach die, äh, Differenz zwischen normalen Missionen und Bossen. Das, äh, echt krass ist. Herr, du bist doch in Kapitel 1. Ich meine, es bleibt so. Die Bosse werden noch, äh, schwerer, aber... Ich kann es ja nicht sagen, dass deine, äh, dein einziger Kritikpunkt, wenn du noch komplett am Anfang bist. Die Nachricht war eigentlich vor 6 Minuten abgeschickt. Ja, die kam erst sehr viel später an. Ich weiß, davor habe ich Angst. Chapter 2 ist noch ziemlich hart. Ab Chapter 3 wird es dann deutlich einfacher. Aber dann kommen die Late-Game-Bosse. Huiuiuiuiuiuiuiui. Hehehehe. Die Late-Game-Bosse schmettern richtig rein, sage ich euch. Vor allem dieser eine, das war das First-Generation-AC, den man am Ende von dieser dreiteiligen Mission bekämpft. Bin ich der Einzige, der bei dem das Gefühl hatte, dass es einfach nur Glück ist, ob man den irgendwie schafft oder nicht? Ich höre, dass Julian Plus cool sein soll. Julian Plus ist okay, du hast auch verschiedene. Dann kannst du andere Missionswege wählen und sowas. Aber ich denke, es ist trotzdem dämlich. Einfach deswegen, weil du nur einen Spielstand haben kannst. Der am Abgrund. Ja, der eine nach der dreiteiligen Mission halt. Das ist der riesige AC. Den fand ich sehr übel. Ich hatte bei dem auch echt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie nicht irgendwas machen kann. Man startet auch den Kampf und wird direkt schon vom ersten Angriff getroffen. Bei dem ich nicht herausfordern habe, wie ich dem überhaupt ausweichen soll. Eine Powerbomb ist gut, aber ich brauche noch eine zweite. Nur einen Spielstand? Cool. Ja, das ist... Ich meine, du hast eine freie Missionsauswahl und sowas, aber... Warum kann ich trotzdem nur einen Spielstand machen? Das ist gar nicht scheiße, wie mit Super Mario Odyssey, was ich gestern angefangen habe, wo dann sowas stand wie... Oh, wenn du einen anderen Spielstand machen willst, dann geh in Datenverwaltung und lade da den Spielstand oder sowas. Was für Datenverwaltung? Gib mir einfach mehrere Spielstände zu Ostfall, wo ich direkt einwählen kann. Du hast Stun Needle auf dem Rücken und jeder Boss ist ein Kinderspiel. Was ist die Stun Needle? Was ich am Ende immer verwendet habe, oder gegen Bosse dann auch eher Duel oftmals, war diese eine... Das eine Teil ist 1500 Stun Rate und ist so eine Fünffachrakete quasi. Das habe ich dann für die Bosskämpfer mal rausgeholt, weil einfach... Damit kriegst du halt alle gestunnt. Und macht generell auch guten Schaden. Ich sehe gerade, der hat jetzt zwei Phasen und so Laserwaffen, oder? Ne, der hatte nur eine Phase. Der eine, äh, alte AC, den ich meine. Der nach der dreiteiligen Mission halt. Keine Ahnung. Es gibt nur eine dreiteilige Mission in dem Spiel. Und der Boss von danach, den meine ich. Der eine Eibis-Boss, der kam dann nach. Der war auch mies. Stun Needle ist die Waffe, die man gegen den Wurm bringen muss. Zwei von denen gleichzeitig abfallendes Instant Stun. Oh, die habe ich nie versucht, woanders. So. So. Kleiner Mr. Container hier drüben. Aber nur ein kleiner Mr. Container für mich. Dann warf ich den finalen Boss besiegt für Squid Ending. Der finale Boss von dem Bad Ending war so ein guter Kampf. Hat mich sehr an Morgoth aus Elden Ring erinnert, aber es war so ein spaßiger Kampf. Keine Ahnung, ob jemand außer mir das Bad Ending geholt hat, aber keine Ahnung. Syndercala war mein Charakter. Ich konnte nicht einfach Syndercala in den Rücken fallen. Es war Carla Kolumna, die schnellste Reporterin. Die rasende Reporterin. Wir müssen übrigens diese Teile hier kaputt machen. Da sind dann unsere Schlüssel drin. Bad Ending Boss. Größer, 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 größer als Squid Ending Boss. Ja, das glaube ich, denn der Bad Ending Boss war mein absolutes Highlight des Spiels. Die Aufmachung der Kampf selber. Es war wirklich gut und wirklich spaßig. Das Good Ending nennt man auch das Simp Ending. Aber ich habe das Bad Ending genommen, weil ich für Carla gesimpt habe. Wie funktioniert das? Eine, wie ist das? Wie ergibt das eine mit dem anderen Sinn? Mein Bild für den letzten Boss war übrigens, ähm... Ich hatte auf der linken Schulter wieder die eine Waffe, mit die besser gegen Schilde ist. Rechte Schulter, die, äh, Fünffachrakete zum Stunnen. Und, äh, zwei Miniguns. Ich hatte auch immer so einen vierbeinigen Mac. AC meine ich natürlich. Ich habe das Gefühl, die vierbeinigen sind einfach auch dadurch, dass sie schweben können, sind hart im Vorteil. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich, äh, zu dumm bin, um, äh, die anderen zu schätzen zu lernen. Aber ich habe das Gefühl, dass man so schwere Waffen tragen kann, mehr Verteidigung hat und zusätzlich noch schweben kann die ganze Zeit über, dass das super mächtig ist. Ich habe das Gefühl, mit den anderen Builds, dass ich einfach nur im Nachteil bin. Ich habe gehört, die Panzerbeine sind okay. Die Panzerbeine will man nicht. Die sehen so scheiße aus. Ah, du willst nicht der Typ sein, der mit dem, mit dem Panzer herumfährt. Oh, das sieht so dumm aus. Oh, das sieht so unfassbar dumm aus. Aber du kannst ein bisschen durch die Gegend Tokio driften. Zwei Miniguns mitnehmen, aber dann nur Minus machen, wegen den Munitionskosten, ist die Taktik. Ich habe nie Minus gemacht, in dem Spiel. Vor allem die Minigun, ich meine, sie haben viel Munition, aber sind es nicht so teuer, ich das Gefühl. Ich bin mir auch immer noch unsicher, ob man den Missionen Minus machen kann, von der Munition her. Panzer sind OP mit Doppel-Gatling und Doppel-Sungbred kann man alle Bosse besiegen. Nimmt da den ganzen Spaß. Warum sollst du damit nicht alle Bosse besiegen können? Hä? Ich habe bei der Weile nicht gefeilt, dass man ein Riesen-Max spielt, bis mir aufgefallen ist, wie klein es im Gegensatz zu mir wirkt. Ja, es fällt einem nicht so sehr auf, aber manchmal denkt man sich, oh, ist das eigentlich da unten ein Auto? Und dann denkt man sich, oh, das ist ein Auto. Für normale Missionen habe ich immer die doppelten Assault-Rifles verwendet, die stärkeren davon. Ich habe auch übergegen plasstechnisch ein bisschen was gemacht und da wollte ich dann auf so ein Plasma-Bild übergehen und ich habe es gar nicht hinbekommen. Ich glaube, ich verstehe nicht, wie man mit Plasma-Waffen so spielen soll. Vor allem, wenn man die als Primär-Waffe hat, die können ja nur super langsam schießen und dann überhitzen sie ständig. Ich habe nicht so gefühlt, dass ich damit auch nur ansatzweise ausreichend Schaden austeilen kann. Also ich habe generell immer mit irgendwie automatischen Waffen gespielt. Flammenwerfer oder die Sturmgewehre. Rest habe ich irgendwie da mal reingeschaut, aber es war scheiße. Hat mir nicht gefallen. Muss nichts machen, du kannst nicht stehenbleiben, weil er so tanky ist und die Gatling das Schild wegfrisst. Wie ein frisches Brötchen. Also das mit der Gatling kann ich bestätigen. Wobei ich nicht sagen würde, dass sie zwangsweise gegen den Schild zwangsweit allzu gut ist. Würde ich was anderes noch wählen. Oh oh, keine Powerbombe mehr für mich. Was soll man sagen? Die Story aus Armored Core ist ziemlich shit. Oh, six to one. Irgendwas, irgendwas, Unternehmen, irgendwas. Hier ist ein Auftrag, irgendwas. Die ganze Zeit haben die nur von irgendwelchen komischen Unternehmen geredet, wo ich mir dachte, wer sind die überhaupt alle? Was interessiert mich? Irgendwas davon. Ja, ich habe auch viel geskippt außer das Mission Briefing. Am Ende wollte ich es mir noch anhören. Habe immer noch nicht allzu viel verstanden, aber ich habe es wenigstens angehört soweit. Aber ja, Story war schon ein bisschen absolut grauenhaft rübergebracht. Muss bei Armored Core 1-5 spielen. Jo, könnte ich. Könnte auch sagen, dass die Story trotzdem schlecht rübergebracht ist. Oh Gott. Ich will noch nicht über das schlechte Ending reden, aber was mir auch gerade wieder auffällt, dann, oh, das schlechte Ending war ziemlich hardcore. Vor allem, wenn man den Boss dann besiegt hat, was dann passiert. Oh, das war ein übles Ending. Was, gibt es hier überhaupt irgendwo noch was zu holen? Hier da hinten. Mich hat meine Charaktere nicht interessiert. Man hat ja keinen einzigen gesehen. Rusty war eigentlich der einzig Gute. Rusty war der einzig Gute. Ich habe Rusty getötet. Ich dachte, Rusty wäre ein Guter, dann hat er sich mir entgegengestellt. Und dafür gibt es nur eine angemessene Strafe. Seitdem gibt es keinen Rusty mehr. Body. Auch, ich weiß noch nicht ganz, was damit auf sich hat, dass alle irgendwie einen anderen Kosenamen für einen hatten. Mal warst du 6-to-1, mal warst du Tourist, mal warst du Raven, mal warst du Buddy. Ich persönlich identifiziere mich natürlich am meisten als Tourist. muss ich so ein kleiner Tourist sein. Kann da was dagegen haben. Ups. Gun Flirt Team war auch nett. Ah ja, das waren die Amerikaner. Ach, die sind mir auf die Nerven gegangen. Vor allem war er dann bei, als man den letzten killen musste in der einen Mission, war es auch noch richtig schwer. So, wenn man diese Blubberbläschen jetzt mit dem Anahe Laterbeam auflädt, dann werden die Gegner richtig reingezogen, was ganz cool ist. Ich habe 10k Punkte, kann ich jetzt meinen eigenen Command haben? Danke. Was, hier sind super viele Leute mit Millionen von Punkten. Was willst du mit den 10.000? 10.000 Punkte für einen eigenen Command haben. Millionen. Ja, es ist halt wegen diesen dummen Wetten. Es gibt ja die große Punkte-Inflation. Ist ja alles nichts mehr wert. Ah, ich hasse das hier. Gut, später springe ich hier immer daneben und muss die ganze Scheiße dann nochmal machen. Wo alle Punkte hast du treu als Zuschauer bekommen. Ich bin ein ehrlicher Mann. Er ist trotzdem nicht so viel. Es sind trotzdem echt nicht so viele Punkte, was soll ich sagen? Kriegt man nicht Punkte, wenn man einfach einen Streamlauf lässt? Man muss ja nicht aktiv zuschauen. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob die Punkte auch wirklich verdient sind. Kann ja jeder da herkommen. Ach ja, man nimmt keinen Schaden in der lila Pampe mehr. Ich bin hier quasi unsterblich geworden. Oh mein Gott, warum macht die Tate so viel Schaden? So, ich würde sagen, wir werden uns direkt mal den nächsten Superbeam holen. Damit meine ich die nächsten Supermissiles. Ich weiß nicht, was ein Superbeam sein soll. hier gibt es noch ein paar Oh ja, hier gibt es dann auch noch ein, zwei Schlüsse mitzunehmen. Dunkle Eta hat generell ansonsten nicht zu viele Sachen, was okay ist, was okay ist. Irgendwie ein Powerbümpchen. Und irgendwo hier unten ist dann noch so eins. Da ist es. Wie weit bist du? Ich bin Prime 2. Wir sind auf der Zielgeraden. Ich sammle noch die restlichen Upgrades und dann sind wir fertig. Bin die Charge eifrig am Sammeln. Eifrig am Sammeln. Jemand schießt hier auf mich. Ich weiß nicht ganz wer. Wo seid ihr denn? Da drüben? Oh mein fucking Gott. Warum sind die Stalaktiten hier am Weg? Fistur Prime 2 sind wirklich schlechter als der erste Teil. Niemand vertritt die Meinung, dass Teil 2 schlechter ist als Teil 1. Ich denke, alle Leute sind sich ziemlich einig, dass Teil 2 wesentlich besser ist als Teil 1. Was? Nein. Wie? Was? Nein. Ich meine, außer Leute, die Teil 2 nicht wirklich gespielt haben. Ich höre mal, der zweite Teil nicht so gut wie 1 besonders da schwer und nervig sein soll mit dem Wechseln der Welten. Ja, das ist halt Geschwätz von Leuten, die die, die sie nicht können. Ja, das ist halt immer diese Anfänger, Geschwätz von Leuten, die es nicht richtig gespielt haben. Ich würde halt wirklich sagen, wer Teil 2 mal durchgespielt hat und im Vergleich dazu Teil 1 spielt, es ist halt einfach so viel angenehmer. Aber sie haben so ziemlich alle Fehler von Teil 1 ausgeglichen. Die Beams, man hat tatsächlich einen Grund, die Beams zu verwenden. Ich meine, die Welten kann man nervig finden. Sehe ich jetzt nicht ganz. Vor allem, weil es mehr zu erkunden gibt, das Ganze dadurch ein bisschen kompliziert ist, sich fortzubewegen und nicht ganz so simpel von A nach B. Ich hoffe, dass davon auch Remaster kommen wird. Ja, das wäre ganz nett. Ich finde auch, dass Teil 2 besser ist, aber dennoch spiele ich lieber Teil 1 durch. Es geht mir schneller beziehungsweise ich kenne es auch besser und dennoch macht es mir mehr Spaß. Echoes habe ich dieses Jahr einmal durchgespielt, Prime 1 dreimal. Ja, ich spiele auch oft Prime 1 deswegen. Oh Gott, geh doch weg. Aber ich denke trotzdem, dass Prime 2 ein sehr viel besseres Spiel ist als Teil 1. Und hey, da ist ja Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Das sind die Supermüsse von dem Annihilator Beam, welche ziemlich cool aussehen. Fantastisch. Es sieht fucking cool aus, aber es ist so nutzlos. Es ist so nutzlos und es kostet so viel Munition. Aber es sieht sehr cool aus. Ich habe schon gemerkt, dass es trotzdem sehr cool aussieht. Ich sollte mir irgendwann mal Sonic Boom auf der Wii U holen. Oh, hier unten war ein Mr. Container, den ich gerne vergesse. Ne, ne, eine Powerbombe natürlich. Dieses Item hier hat mir für 100% gefehlt. Yeah, das habe ich ja auch erst mit dem Randomizer entdeckt. Metroid 2, größer als Metroid Prime. Metroid Prime 3, stimmst du mir dazu? Mit Metroid 2 meines Metroid Prime 2. Der dritte Teil war seltsam. Ja, den dritten Teil, den spiele ich nie. Mein dritter Teil ist okay, denke ich, aber er ist halt schon sehr anders. Als ich den dritten Teil zuletzt gespielt habe, das war für, das war im Stream, war es auch Metroid Marathon und da werde ich ihn als nächstes auch wieder spielen. Ah, fuck, ich muss jetzt auch zum Portal weiter. Ach, mies. Hier ist ja gar keins. Na gut, da vorne. Ich hoffe, wir streamen nächste Woche. Äh, ich hoffe, dann wird ja nächste Woche das Stream interessant. Naja. Es ist Prime 3. Ich weiß nicht, wie interessant ein Prime 3 Stream werden kann. Ich hoffe, Teil 4 wird gut, wenn es jemals erscheinen wird. Äh, ja. Wenn es jemals erscheinen wird. Ich denke, das ist ein guter, äh, guter, gutes Stichwort dafür. Wenn es denn jemals erscheinen wird. Bei den meisten Spielmarathons gibt es immer diesen, äh, dieses Spielmoment. Prime 3 ist nicht der, äh, dieses Spielmoment. Ich denke, Samus Returns war stellenweise ziemlich nervig und Ada M ist natürlich noch. Ada M kommt natürlich noch. Ah, warte, wie war denn das da drüben? Ach, hier kann ich einfach hoch. Ja, Ada M wird auf jeden Fall der interessante Teil. Können wir das Thema endlich abhaken? Warten wir einfach ab. Welches Thema meinst du? Ob Prime 3 interessant wird oder nicht? Sieben Powerbomben habe ich inzwischen. Prime 4. Können wir das Thema dann abhaken, wenn Teil 4 rauskommt? Und solange das nicht passiert, ist dieses Thema nicht abgeschlossen. Und ich sehe nicht, dass es passieren wird. jedes Mal. Ich meine, es ist Metroid Prime Stream. Natürlich kommt früher oder später Metroid Prime 4 auf, als Thema. So, boosten wir mal nach oben. So komisch, dass man die Konsole erst aktivieren muss, indem man das Teil da scannt. Ach so, eine komische Stelle. Ich habe gesagt, lieber ein neues 2D-Metroid als einen neuen Prime-Teil. Es kamen zuletzt zwei 2D-Metroids. Was ist das für eine Aussage? Es kam in der Zwischenzeit Samus Returns und Metroid Dread. Ich denke, es ist durchaus an der Zeit, neuen Prime-Teil zu bringen. Vor allem ist der, wurde der zur gleichen Zeit angekündigt, als Samus Returns. Es kommt vorher Prime-Führer, Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 2 wird nicht kommen. Ich glaube, Beyond Good and Evil 2, ich weiß nicht, ist es offiziell schon gecancelt? Also, ich glaube nicht, dass Beyond Good and Evil 2 jemals kommen wird. Es kommt bestimmt auch noch eins, da Dread recht erfolgreich war. Gebe ich jetzt noch in Entwicklung. Oh, ich hätte auch nichts gegen noch einen 2D-Metroid. Ich denke, Dread war ziemlich spaßig für das, was er gemacht hat. Crazy, da musste ich gerade arbeiten. Ah, shit. Da will ich nicht mit dir tauschen. Da will ich nicht mit dir tauschen. Dread Spot Scamper waren cool, aber der Rest ist so eh. Das Parry-System war auch nervig. Ah, ich stimme dir beim Parry-System, dass es mehr war, eher nicht zu. Ich stimme zu, dass die Erkundung an sich ein bisschen nicht zu optimal war, ein bisschen sehr linear, aber ja, der Fokus waren auch mehr die Bosskämpfe und sowas. Ich denke, dafür war es wirklich spaßig. Ja, ich mochte das Parry-System, also auch in Samus Returns. Ja, Erkundung war definitiv nicht wirklich auf, äh, Niveau von anderen, äh, Metroid-Teilen zwangsweise. Parry-System hat gut funktioniert, aber es ist Geschmackssache, ob man es mag, ich war es unpassend. Warum ist es unpassend? Ich meine, man kann schon mal damit anfangen, dass es keinen Grund gibt, also es gibt keinen Punkt, wo du es nutzen musst, außer vielleicht im Tutorial einmal. Danach kannst du auch einfach ohne das Parry-System spielen. das ist einfach nur komplett optional. Also da sehe ich halt gar nicht wirklich, dass man sich beschwert. Kannst du auch einfach nicht nutzen. Du brauchst es für die Bosse. Weil manche Gegner nicht super tanky, wenn man nicht parryt. Ja, aber manche Gegner sind auch in anderen Metroid-Teilen super tanky, aus irgendwelchen Gründen. Also, ja. Ich kann dir sagen, in Prime 2 gibt es einige Gegner, die ich nicht bekämpfe, weil sie mir zu tanky und nervig sind. Braucht man das Parry-System für die Bosse? Für den letzten Hit oder sowas? Also an sich brauchst du ja nicht wirklich für den Kampf. Für diese Cutscenes? Für die Show so meinte ich schon. Ja, aber generell nicht, weil ich weiß noch, dass ich zum Beispiel Crate nicht einmal geparryt habe, weil ich das Timing immer verkackt habe. was manche Leute gar nicht lustig fanden. Ich habe viele Bosse ohne Parry gemacht, weil ich ja einfach so schlecht fürs Timing war. Ich glaube, dass ich das erste Mal sich den Doppelmorph bei Bombensprung hier in Prime 2 verwende. Ja, die Stealth-Section ist aus Dread, oh mein fucking Gott. Ich würde mir wünschen, dass sie die nicht zurückbringen. Auf die kann ich echt verzichten. Ich glaube, das bringt mich in die geheiligte Festung hier. Ey, ihr genießt mal den Fahrstuhl, während ich schnell aufs Klo gehe, denn sonst steht gleich eine Pfütze, wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr? Ich habe mir noch eine Scheibe geholt. Der Parry gegen die, ähm, gegen diese Wächter aus Metroid Dread war nicht schwer, es war random. Wir meinen, dass das Parry-Timing hauptsächlich random war. Und manchmal, ähm, hat man richtig gedrückt, aber meistens nicht. Ja, bei den beiden Wächtern, das ist, sie hätten auch kein Instant Death sein sollen, das war, ist Death-Scheiße, sie hätten da viel anders machen können. Das hat mir auch, als ich es gespielt habe, ein bisschen, äh, ein paar Mal die Laune verdorben. Oh, das ist ein cooler Raum. Pass mal auf, das ist ein kühler Raum. Einfach dieses riesige Konstrukt zerstört für einen Powerbomb-Container. Schau ich das Radar da oben links an wie den ganzen Gegnern hier oben. Ich glaube, es gibt sonst keinen Raum in dem Spiel, in dem es so viele Gegner gibt. vielleicht, vielleicht, dass ihr dich so in Gefängnis packt und du ausbrechen musst und das Gefängnis immer ein bisschen anders ist als so andere Gegner. die sollen, wenn sie einen erwischen, die Emmys einen erwischen, sollte man nicht in ein fucking Gefängnis oder so, ist ja noch nerviger. kann ich auch einfach keine Ahnung, die Hälfte an Schaden an Schaden machen oder so oder einfach eine große Menge, aber ich sollte einfach nicht one-hitten. Ich denke, das ist alles, was sich Leute generell wünschen würden. Sie können trotzdem noch lächerlich viel Schaden machen also aber einfach kein One-Shot. Dann halt nicht direkt ins Gefängnis, sondern wenn man fast tot ist. Warum sollten die Samus ins Gefängnis stecken? Also wirklich. Die sind nicht hier, um mit Samus zu verhandeln. Ja, und man kann relativ leicht durchrennen, wenn man den Weg ungefähr weiß. Ah ja, hauptsächlich sind nicht da oben. Samus, ich habe gehört, du hast dein Strafzettel nicht bezahlt. Oh, der Raum hier. Zeit für die nächsten Supermissiles. die letzten Supermissiles. Ich brauchte das Gefängnis in Windraker einfach. Das war so fucking nervig, wenn man den Weg nicht wusste. Oh mein Gott. Die Scheiße bräuchte ich nicht nochmal. Das hat mich ja so genervt. Das war auch so ein komischer Anfang für Windraker. Dann hat man dieses neue Spiel, man denkt sich, oh, das ist alles so cool und dann bist du in der Verwunschung in der Bastion. Verwunschte Passion, viel Spaß. Man ist einfach nur zutiefst verwirrt. Samus muss zehn Tagessätze A35 Euro zahlen wegen Unzucht mit Metroiden. Mein Freund Diese Fanfiction die nimmst du und verstaust sie schön tief in der hintersten Kammer deines Köpfchens und holst sie nicht wieder hervor. Die bleibt da, wo sie ist. Au, was war das jetzt? Ah, fuck. Das ist eine miese Brise, es tut mir leid. Das musste gesagt werden. Nein, 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 nein. Okay. Zeit für den dunklen Aeta. Oh, was mir gerade einfällt, mein AC aus Armut Core 6. Ich habe seine Farben an die von Samus angepasst. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich, obwohl wir vorhin über Armut Core 6 geredet haben, die ich nicht angemerkt habe bizarrerweise. Aber ja, meinen AC habe ich ja von der Farbgebung her an Samus angepasst. Ja, den Warrior Suit. Ich habe Sticker gemacht, dass wie Samus wie sie aussieht. Ich habe einfach den Helm ein bisschen grün eingefärbt. Dann dachte ich mir, ja, es sieht schon nah genug wie Samus aus. Außerdem gebe ich meinen linken Arm dafür, dass darüber mit Sicherheit schon Content gibt. Du meinst über die Unzucht mit den Metroids? Ja, ich stimme dir dazu. Meist nicht, ich sehe es in PvP, sehen alle aus wie aus NGE. Gibt Sinn. Ist die allgemeine Meinung zu Metroid Fusion? Ich denke, Metroid Fusion ist sehr stark. Ich würde mir wünschen, dass... Ich meine, ist natürlich sehr linear und sowas, was auch immer, aber so ist das Spiel. Ich würde mir wünschen, dass man die Dialoge skippen könnte. Dass man Dialoge nicht skippen kann, ist ein bisschen... Wenn ich es neu anfangen will, denke ich mir... Aber ich spiele es sehr gerne. Dark Burst erhalten! Der Dark Burst ist cool. Er ist zwar auch nicht gut, aber er ist cool. Wir werden ihn jetzt mal einsetzen. Und... Pass auf! Fucking schwarzes Loch in das ihre Lebensessenz hineingesaugt wird. Das ist ziemlich cool. Wir werden ihn ab jetzt nie wieder einsetzen. Fusion starker Teile kann sich manchmal ziehen durch die Story. Naja, ich würde nicht sagen, dass sich Fusion zwangsweise zieht, weil es generell sehr schnell ist und sowas, aber... ich hätte ja auch wirklich nichts dagegen, wenn man die Dialoge einfach skippen könnte. Ich verstehe auch nicht ganz, was sie sich dabei dachten, dass man es nicht kann. Man, wisst ihr, was ich am besten mag? Die Story. Ist auch eine Sache, die sich Leute öfter denken. Ich glaube, wir sind fertig soweit hiermit. Ja, ja. Wenn du Metroid Story so sehr magst, wirst du Adam lieben. Ja, es war damals scheinbar, das war so irgendwie Metroid Story. Es war eine Sache, die sie wirklich geschehen lassen wollten. Dazu muss man sagen, Story-technisch, ich meine, Fusion war gut Story-technisch. Ich denke, Fusion war ein ziemlich solides Story-Spiel. Ich denke, auch Metroid Dread hat ziemlich Story-technisch ein paar nette Stellen. Aber ja, man sollte es trotzdem nicht zu sehr übertreiben. Du bist, glaube ich, mehr ein Gameplay-Spieler als ein Story-Spieler. Du kannst kein Story-Spieler sein. Weil du dann an dem Punkt lieber Filme schauen würdest. Wenn du das Gameplay nicht magst, dann kannst du auch einen Film schauen. Oder eine Serie oder was auch immer. Aber ich weiß nicht. Ich würde auch sagen, dass die meisten, dass die Story-Spiele eher so, also Spiele, wo ich denke, die sehr viel Story und Cut sind und sowas haben, dass sie auch ziemlich Müll sind. Was mit Visual Novels? Keine Ahnung, was mit Visual Novels ist. Manche spielen Spiele größtenteils wegen der Welt und Story nicht wegen dem Core-Gameplay. Wir machen erst mal oben. Spiele, die ein Schwierigkeitsgrad haben, wo man nur die Story erlebt. Oh mein fucking Gott. Der, ich will nur die Story erleben. Schwierigkeitsgrad. Oh Gott. Oh, der tut weh. Immer wenn ich ihn sehe, denke ich mir, oh, wirklich. Das Video spielt zu viel Arbeit für dich. ist so kompliziert. Das ist so kompliziert. Das, wenn sie sehr stolz auf ihre Story sind. Ja, aber, ne, Gott. Ne, 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 ne. Story-Schwierigkeitsgrad. Verstehe ich halt echt nicht, warum ich an dem Punkt ein Videospiel spielen würde? Demo kann man sich einfach ein Walkthrough anschauen, ja, oder so ein, alle Cuts ins Video oder sowas. Ne, ich weiß nicht, der, der nur Story-Schwierigkeitsgrad ist mir sehr suspekt. Sehr, 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 sehr suspekt. Wobei ich mich frage, was macht man im Spiel auf dem Story-Schwierigkeitsgrad? Kann man da überhaupt noch sterben? Oder ist es einfach so leicht, dass du so gut wie nicht sterben kannst? Vor allem, was ich mich ja auch frage, wenn man dann, äh, so ein Story-Schwierigkeitsgrad spielt, wo man effektiv nicht sterben kann, nehmen wir jetzt nicht viel Spannung aus der Story raus? Haben wir da nicht einen gewissen Disconnect zwischen der, äh, zwischen dem, was man im Gameplay macht und dem, was in der Story passiert? Weil wenn das, was du im Gameplay machst, wenn es einfach nur pisse einfach ist, das ist auch dann keine Spannung an dem Punkt da. Denkst du ja dann, ja gut, passiert ja eh nichts. Musst du bei der Scale 3 mit den Story-Schwierigkeitsgrad eine Zeit lang spielen, weil mir das Kampfsystem viel zu schwer und kompliziert war. Bin dann etwas später auf den normalen Schwierigkeitsgrad gewechselt, dass ich mich langsam eingefunden habe. Ja, da sehe ich, dass man erstmal ein bisschen leichter anfängt. Der Powerbomben-Container. Armored Core war auch so ein Spiel, wo ich mir anfangs dachte, ich glaube, ich werde nie das Kampfsystem wird nie Sinn für mich ergeben. War ich relativ überfordert. Weiß ich mal kompliziert. Bin einfach nur dumm oder so. Und hallo, Schlüssel. Ich hoffe, wenn Metroid Prime 4 spielt auch ein Planeten wie Metroid Prime 2, wird es nicht. Zum einen, Metroid Prime 2 ist der Teil, den Leute nicht gespielt haben. Also wäre das komischer Fanservice. Zum anderen, es gibt keinen Grund, auf dem Planeten Nebter zurückzukehren. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Unreiner Morast. Wo wir jetzt nichts mehr zu sehen gerade dabei sind. Ich glaube, hier oben habe ich auch alles. Metroid Prime 4 wird nicht wie Metroid Prime 3. Ich denke, ja, ich denke, das ist so viel ist gegeben. Geh doch mal weg. Gute Sache ist, dass die gar nicht anders können, als dachte ich zumindest, als in die rote Blase rein zu fliegen. Dann hat er es nicht gemacht. Eigentlich was? Nee, nicht wirklich. Was sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Nein. Warum sollten sie in die Richtung von Metroid Prime 3 gehen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Fangen wir mal damit an, dass der Teil, den sie re-released haben, ist Metroid Prime 1 und nicht Teil 3. Auch ansonsten, niemand fragt nach Metroid Prime 3. Also ich sehe wirklich kein Szenario, in dem sie in die Richtung wieder gehen. Ich denke, es war ein ganz aufsichtiges Experiment. Die Zielgruppe waren natürlich auch viele Wii-Spieler, die nicht wirklich zu viel Erfahrung mit Videospielen haben und sowas. Aber das sind ja alles Dinge, die du auf der Switch nicht mehr hast. Wir hatten Metroid Red, was dämlich schwer war. Oder auch die Zelda-Reihe, welche natürlich auch einen relativ hunderschwierigkeitsgrad. Stellenweise. Ja doch, 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 doch. Die neuen Zelda-Teile sind nicht so einfach. Doch, ich würde sagen, sie haben einen relativ hunderschwierigkeitsgrad. Vor allem, wenn man mir denkt, dass er für die Nintendo-C-Gruppe sowas ist. Also ich... Und natürlich auch generell offenes Spiel und sowas. War auch ein Scherz. Okay. Das ist mich ganz schön... Auf eine... Zu einer ewig langen Rede verleiht, mit einem Scherz. Wenn ich spiele, glaubt ihr, wird Metroid Prime 4 Influenced sein? Bei Metroid Prime 3 war es sehr eindeutig Halo, aber inzwischen irgendein nennenswerter Shooter rauskommen, dem Retro Studios sich was abschauen wird. Hast du von Doom gehört? Vielleicht kann man ein paar Glory-Kills machen in Metroid Prime 4. Gate Breath of the Wild ist schwer. Ist relativ, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit anderen Zelda-Teilen vergleichst, definitiv. Definitiv. Ich würde sagen, Breath of the Wild ist ein gutes Stück schwerer als... Mein Gegenende verliert es sich auch wieder ein bisschen. So wie in Ada M. Keine Ahnung, so weit sehen wir noch nicht. Ich hasse diesen Gegner. Das größte Problem ist, dass er jetzt auf mich schießen wird. Ich weiß nicht, was man an dieser Stelle machen soll, ohne runterzufallen. Oh mein Gott. Aber ich glaube, da ist noch eine zweite Pflanze irgendwo weiter oben. Das ist so ein dummer Raum. Weiche einfach besser aus. Du kannst nicht ausweichen. Das ist ja das Problem. Außer Metroid Prime 4 wird die gleiche Grafik benutzt, wie das Remake auf der Switch. Meinst du die Engine? Und ich meine, wäre sehr bizarr, wenn sie zwei verschiedene Metroid Prime Engines auf der Switch hätten. Das wäre eine sehr seltsame Entscheidung. So, da haben wir die Engine ja auf neuesten Stand gebracht, damit es auch für... Und auch neue Steuerungsmethoden und sowas gemacht. Gut, dann lass es nochmal bei... Ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass sie bei Prime 4 nochmal bei Null anfangen. Muss man fairerweise sagen. Das wäre das zweite Mal. Ich wäre mit 10 zu dumm für Tears of the Kingdom gewesen. Ich wäre nicht weit gekommen bei den neuen Zelda-Teilen. Als Kind. Ich würde in der Vorstellung immer verrückt, dass Tears of the Kingdom bestimmt auch Kinder unter 10 oder so spielen. Yeah, es ist... Ja, ja. Ich weiß, es ist kein so gutes Spiel für Jüngere. Was okay ist. Manchmal hat man sich das verdient. War es schon der letzte Energy Tank oder kommt da noch einer? Ich würde ja nicht True Attack noch machen, aber ich bin irgendwo... Ich bin irgendwo stecken geblieben zwischendurch. Ich habe generell das Gefühl, dass viele Spiele heutzutage viel zu komplex für 6- bis 10-Jährige sind. Ja, 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 ja. Ja. Da ist auch noch Mario Kart und sowas, aber... Jüngere sind eh nur am Smartphone. Ja, ich wollte auch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie fern irgendwie... Auch Konsolen sind auch irgendwie... Konsolen sind auch viel zu kompliziert für Kinder, habe ich das Gefühl. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, über eine... Wer drüber nachdenkt, dass ein Kind eine Xbox Series X hat oder wie auch immer die aktuell... Ich glaube, die heißt Series, ähm... Eine davon hat oder so. Das ist dann ja noch so ein riesiges Teil von der Playstation 5 und die ganzen Updates und sowas. Mein Switch funktionierte bestimmt als Konsole für Kinder, aber... Who, die anderen? Nee. Nee, ich habe das Gefühl, PS5 und der Xbox sind auch nicht wirklich zwangsweise für Kinder geeignet. Meinst du, ich habe eher das Gefühl, dass viele Kinder heutzutage überreif sind? Das ist so eine komische Aussage. Was bedeutet das? Worauf willst du damit hinaus? Ich würde mein Kind sowas wie Super Mario World spielen lassen, wenn es zocken will mit jungen Jahren mit 8 bis 10. Yeah. Ich würde meinen Kindern auch Technik von vor 30 Jahren geben. Kann man die Schnauze halt, wenn sie sich mit seinen Freunden über neue Dinge unterhalten will. Froh, dass er es Mario World spielen darf. Mein Kind kriegt einen Stein. Mein Kind darf auf meinem Atari 2600 spielen. Können wir spielen heute, die ich damals als Kind nicht spielen könnte. Das meine ich damit. Ja, nein, nein, ja. Kommt drauf an. Also als sehr jung für den Alter war, ich würde sagen, dass es ungefähr zu der Zeit als GTA richtig populär wurde. Da haben so ziemlich alle GTA gespielt. Kinder und alte Spiele zeigen, ist doch cool. Ja, ja, schon klar. Nur, das war nicht ganz deine Aussage. Das war nicht deine Aussage. Ich würde ihm dann mal Mario World zeigen, sondern eher, es hat impliziert, dass du ihm keine neuen Spiele geben wollen würdest. Ein Stein, der groß genug ist, um weh zu tun, aber klein genug, um in Schneeball zu passen. Schneeball, das kennen die Kinder ja auch nicht mehr. Es gibt moderne Spiele, die ich spielen könnte, aber ich denke, Mario World als Einstieg wäre meiner Meinung nach super. Mario World ist so eine komische Wahl dafür irgendwie. Vor allem ist es für jemand, wenn es das ganze Spiel los ist, ist es echt schwer. Ich glaube, es hätte ein News über Mario Bros. mehr Spaß. Mario World ist kein guter Einstieg. Das wird nämlich die Rückkehr zur Höchstform für die Mario-Reihe. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert, als ich letztens bei YouTube, ähm, der Startseite kann man auf verschiedene Kategorien klicken. Ich habe auf den Tag Gaming geklickt, zwar einen Tag nach der Mario Bros. Direct. Und dann waren bei mir diese ganzen, die ganzen Reactions und sowas dazu. Und ich dachte mir, Freunde, 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 das ist, ähm, ihr seid älter als ich. Ist das wirklich, dass, äh, Mario und Peach die Infant werden? Ist das, ist das wirklich die Sache, dass du jetzt ausrasten musst? Ist das so Hype? Ich weiß nicht, weil der erste Reveal oder so. Beim ersten Reveal verstehe ich es ja noch, aber, äh. Nee, 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 nee. Aktuell, aktuell, ich sag's euch. Die Mario-Fans, die geben mir ganz komische Vibes zum aktuellen Zeitpunkt. Seit dem Mario-Film. Ich habe das Gefühl, sie freuen sich viel zu sehr über Dinge, die absolut nicht für ihre Altersgruppe sind. Ach, shit. Reaction-Videos sind die niederste Form von Content für mich zumindest. Ich meine, bei Trailern und so verstehe ich's. Da gibt's Sinn. Da sehe ich den Sinn hinter Reactions. Bei, äh, ja, bei, bei, bei dem Meist-Reaction-Zeug sehe ich nicht ganz, was der Appeal dahinter ist. Habe für 150 Euro SNS N64 Game Boy Color mit bestimmt 60 Spielen auf Ebay verpasst. Und für wie viel ging's im Endeffekt weg? Das will Ebay einem nicht zeigen. Und das sind immer solche Sachen, die dann in den letzten ein, zwei Minuten hochgehen. Für die Leute sollten nur Reactions machen, die passen, ein Arzt zum Beispiel zu Arts-Shows oder Nintendo-Channel zu neuen Nintendo-Spielen. Du wirst also sagen, dass, äh, Reaction-Videos wie Kommunismus funktionieren sollten. Du bist geboren als ein Arzt-YouTuber und deswegen machst du auch Reactions zu Gesundheits-Videos. Und du bist ein Nintendo-YouTuber. Du machst sie zu Nintendo-Sachen. Kann man sich nicht vorstellen, dass, äh, bei 140 Euro geblieben ist, oder es war Scam? Ne, das Zeug, das, ey, Ebay zeigt's ja nicht an. Du musst dann explizit irgendwie ganz komisch in den Verlauf und so gehen, um zu sehen, für wie viel's weggeht. Aber solche Sachen gehen halt, tatsächlich war lokal 150 Festpreis. Ach, es war lokal. Also Kleinanzeigen quasi. Ja, okay, dann, dann war's mies. Ich dachte, das wär so ein, äh, Gebot gewesen. Ja, da hast du, da hast du, da hast du reingeschissen. Hä, 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 hä. Mir tun Leute leid, die Sega-Tuber sein müssen. Na, Retro-Säger ist ganz populär bei den Leuten. Jetzt ein bisschen vor, von, von Dreamcast reden. Ich bin so fern, dass halt so Panel-Shows in Reactions auch nicht da sitzt, dann halt HP Backstar und sagt, das war bärenstark damals. Oh, das stimmt, das ist so ein guter Vergleich. Oh Gott, das ist wirklich so. Eine gute HP Backstar-Reaction. Deswegen, wenn jemand, der sich mit was auskennt, reaktet, kann er auch, äh, was Sinnvolles dazu sagen. Viele können nichts mit dem Thema sagen, äh, sagen, sondern einfach nur so, boah, cool oder was? Und das war's, meinte ich. Ne, ne, ich verstehe schon, ich verstehe schon, es war nur lustig ausgedrückt. Ähm, ja, prinzipiell hab ich immer das Gefühl, dass bei den meisten Dingen, wenn man was dazu sagen will, dass es sinnvoller wäre, wenn man einfach die Infos zusammenfasst. Es gibt, naja, hier geht's nicht weiter. Ich hab das Gefühl, meistens gibt's nicht wirklich einen Grund dazu, das Video in seiner vollen Gänze zu zeigen. Wenn du was dazu zu sagen hast, weil, kannst du ja auch einfach sagen, ja, keine Ahnung, XY hat ein Video gemacht, hier sind Ausschnitte oder so. Es ist schon ein bisschen auch Zeitverschwendung, immer das ganze Video dann zu zeigen. Wenn man speziell über irgendwas reden will. Deswegen, ich verstehe auch nicht zu 100% den Appeal. Schau mir nur Reactions an, wenn der Streamer zu 90% nicht dabei ist und, äh, nur das Video läuft. Ich mein... Ist, ist an sich, äh, schlechter, als wenn, äh, der Streamer einfach nur da sitzt und, äh, Löcher in die Luft starrt. Aber es ist auch nicht so viel besser, ehrlich gesagt. Äh, so viel schlechter. Aber ja, das ist, das ist auch, äh, Träumchen. Sollte sowas machen. Haben wir's? Können wir gehen. Als die Reaction-Videos sich selber gucken, sind Fighting-Game-Trail, lass sie analysieren dann aber wirklich Move-Per-Move und kann 3-Minuten-Trail schon in 40 Minuten-Analyse werden. Ne, ich seh, ich denke, ich seh, äh, generell den, äh, viel, wenn wir von Trailer oder sowas reden bei Reactions. Ist das Sinn, der gibt. Ich mein, da passiert ja wenigstens was. Hahaha. Kommt der Run-Off-YouTube von, äh, Metroid Prime 2? Ja, ist geplant. Ah, bei Metroid warte ich, fuck. Bei Metroid warte ich immer, bis ich das ganze Spiel im Stream gemacht habe, weil ich dann, ja, das ganze Spiel halt als ein Video hochlade. Gibt nicht wirklich einen Grund dafür, dann mehrere Folgen zu machen, weil Folge 2 dann eh keinen Arsch mehr schaut. Folge 1 schaut schon kaum jemand auf YouTube. Leute, Leute mögen nicht so gerne die, äh, die Metroid-Videos. Ist das zu glauben? Bleib ja weg mit Panel-Shows, etc. Ich werde auch am besten mit Gaming-Shows, äh, Trailer zeigen und den Entwickler erstmal in der Abgebung, äh, wie geil ein neues Spiel sein wird. Wie viel besser es ist, ohne was zu zeigen, warum es ist, oder... Shit. Oder ein Beispiel zu nennen. Ja. Ein bisschen ja auch Zeit schinden. Ob da der Mehrwert bei solchen Reaction-Streams ist ja das Gefühl von, wir schauen das zusammen an, warum man die Dinge auf YouTube schaut, ist mir auch ein Rätsel. Ja, ich meine, in den Streams sehe ich auch den Appeal, wenn man einen Reaction-Stream macht oder so, aber YouTube Uploads... Ja, 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 hm. Dann schaust du das Video, sitzt jemand da und sagt, jo, schon lustig. Ich bin nur Folge 2 gehockt, deswegen ignoriere ich Folge 1. Wichtig. Solche Zuschauer muss es auch geben. Sag mal, gibt es hier noch irgendwas zu holen? Gibt es da unten irgendwas zu holen? Nee, absolut nicht. Ich glaube, ich bin hier drüben auch langsam fertig. Ich glaube, wir können langsam in die geheiligte Festung zurück. Dark Souls, das war super. Was? Wovon redest du? Ah, fuck, hier kommt... Ich bin ja komplett falsch. Das Make-It-Meme-Video. Kann man da was mit Dark Souls 4? Ich weiß nicht, die Folge davor mit dem Gaming-Thema. Doch, doch, das war die Folge davor. Da hat nämlich, äh... Da hat ich nämlich mich drüber lustig gemacht, dass Pokémon kacke ist. Die Spiele. Und dann hat Johnny gesagt, oh, tatsächlich... Tatsächlich ist das Gameblick nicht schuld. Und dann war jemand in den Kommentaren, der noch unentspannter war und meinte, oh, tatsächlich ist das, was Johnny sagt, auch nicht richtig. Ich fand einfach... War beide so unentspannt. Das war einfach nur ein dummes Film, wo ich geschrieben habe, Pokémon kacke. Oder sowas. Ist mir doch egal, wer daran schuld ist. Er hat mir gegen Krieg angezettelt. Nee, es war nur ein Typ. Das ist ein dämlicher Gamefigur der Pokémon-Leute-Take. Alle Pokémon-Tags heutzutage sind extrem anstrengend. Das ist die Natur der Sache. Ich kann verstehen, wenn jemand Reactions schaut, so Games die einen interessieren, weil man will die Meinungen von den, äh... Massen hören. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja manche Dinge, wo ich denke, ich sehe einen Sinn der Reactions, aber... Keine Ahnung. Wenn man einfach nur irgendwie ein normales Video anschaut, wo und nicht wirklich was passiert oder so... Ja. Lesen die YouTube-Kommentare. Gibt es da viel Negatives in den Kommentaren generell? Äh, ja, bei mir nicht. Generell nicht so viele Kommentare. Generell ist es schon, ähm... Stück weit eine Kunst, eine wirklich miese Kommentarsektion zu finden. Ich meine, oftmals spiegeln die Kommentare natürlich die, äh... Meinung von dem, was dem Video gesagt wurde, wieder. Und man... Manchmal hat man dann, äh... Irgendes Video, wo man sich dachte, das Video war absolut... Was hat er erzählt? Das war absolute Scheiße in allen Kommentaren. Oh ja, da hast du recht, das ist ein interessanter Standpunkt. Bester Tag ist Pokémon XX Edition. Ich mag es, dass du nicht XY schreiben konntest, weil man sonst XY denkt. War besser als der neue Teil. Der Tag greift wie ein guter Wein. Dein schlechtesten Spiele heute sind die guten von morgen bei Pokémon. Ja, im Fall von Pokémon auf jeden Fall. Beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob es bei Pokémon wirklich so ist. Ist das auf jeden Fall bei Schwarz und Weiß so. Ich weiß nicht, ob es sonst zwangsweise auf irgendwas anderes unbedingt zutrifft. Schwarz-Weiß ist immer noch kacke. Das ist ja ein Pokémon-Spiel. Ach Gott, was mir gerade auffällt. Pokémon-Diskurs war eigentlich irgendwie immer komplette Grütze. Das war auch schon bei Pokémon. Schwarz und Weiß haben auch alle die ganze Zeit rumgehört. Oh, ist alles so dumm. Ist alles so schlecht. Und heutzutage heulen sie über was anderes rum. Aber irgendwie... Der Grundton ist der gleiche. Und worüber sie sich beschweren, ergibt auch immer noch nicht wirklich Sinn. Der letzte gute Teil war Platin. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Pokémon XYZ hat 10 Jahre alt. Ich denke, es wird Zeit für eine 6-Stunden-Retrospektive, die alles überanalysiert. Das ist so fucking seltsam, wohin dieser ganze... Der ganze Analyse-Zeug und sowas geführt hat. Und der Dokumentationen quasi. Ich habe letztes Video in den Vorschlägen gesehen. Es war irgendwie... Mario 3D All-Stars Collection. Keine Ahnung. Retrospective oder so. Ist sie wirklich so schlecht, wie Leute damals dachten? Ich dachte mir, was? Es gibt nichts Neues darüber zu erzählen. Es hat sich nichts geändert. Buchstäblich. Eins zu eins die gleiche Situation wie damals. Oder bei... Was ich auch im Vorschlägen gesehen habe. Da war es, glaube ich, 2-3 Monate alt oder so. Der eine neue Sonic-Teil. Und dann, oh, hier ist die große... Keine Ahnung, die große Analyse. Ich bedachte, weil... Ich spiele es nicht mal so alt, was? Wie willst du jetzt schon zurückblicken? Breath of the Wild ist auch so ein Retro-Spiel geworden. Breath of the Wild ist sieben Jahre alt. Ich denke, auf Breath of the Wild kann man durchaus zurückblicken. Und sie sagen, ja, das ist lange her. Das Schlimmste an dieses Videos ist, dass die Spieler oft einfach nur mit sind und Leute hören nicht auf, drüber zu reden. Yeah. Ich habe auch gesehen, dass Leute, Verdächtige oft über Schlacht und Bikini Bottom reden. Außer von deinem... Frischer Sub. Wollte gerade sagen, 92 Monate, Risa. Vielen, vielen lieben Dank. Au. Oder hier bin ich ja am Ende dann hin. Na, meinig. Ich glaube, der Boss hat sehr viel über Spawn schon geredet im letzten Video. Er ist auch im richtigen Alter für die Scheiße. Ich freue mich, ich habe Schlacht und Bikini Bottomsoft angefangen. Und jedes Mal denke ich mir, das ist Scheiße. Das ist Scheiße. Morgi, komm nicht los von Schlacht und Bikini Bottom ist verfolgt in dem Schlaf. Ja, Leute, hypen das, als ob es, keine Ahnung, als ob es Special Prime 12 im Nintendo Gamecube wäre. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass das Spiel wirklich... Ich meine, ich habe es nicht durchgespielt von dem, was ich gesehen habe. Ich habe das Gefühl, ich würde nicht mehr als eine 6 von 10 geben. Es war halt echt nicht spaßig. Leute, spielen Sie hier mal auf. Bist du halt auch nicht mehr die Zielgruppe. Ist mir schon klar. Wie spielt ihr bei anderen Kinderspielern? Ich spiele nicht mehr zu viele Kinderspiele heutzutage. Oh, ich dachte, ich wäre noch ein Schlüssel. Ne, hier müssen wir am Ende hin. Ich glaube, ich bin heutzutage nicht mehr zu aktiv an der Kinderspielefront, muss ich gestehen. Wie komme ich denn hier weg? Genau, ich muss hier rein und verfolgt mich der Laser und das ist fucking nervig. Richtig. Der kommt nicht mehr wieder. Erwachsene Mann realisiert, dass Kinderspiele eventuell doch nicht für ihn sind. Ja. Das ist eine Sache, die du als Nintendo-Fan erst nach und nach realisieren musst. Natürlich existieren Videotheken nicht mehr. Beziehungsweise, es gibt hier eine Blockbuster-Fegiale noch irgendwo in den USA. Die irgendwie hauptsächlich damit Geld verdient, dass sie Merchandise verkaufen. Also, das bringt mich zum Sumpf von Torbus. Aber ich will nicht zum Sumpf von Torbus. Geheiligte Festung muss ich hin. Mann hat vor ungefähr zwei Jahren geschlossen RIP Video-Taxi im Jahr 2021? Wie hat sich eine Videothek so lange gehalten? Wer ist da hingegangen? So, die Videothek hat immer einen Ike hier auf dem Parkplatz. Ich vermisse ihn manchmal. Äh, nee, nee, muss nicht. Den vermisst man so sehr wie die, äh, wie die halbstarken VW, äh, Golf-Tuner, die vor der Tankstelle rumhängen. Denkt man sich ja auch, Mann, das ist ja, hm. Habe ich jetzt Lust, an euch vorbeizulaufen? Da freue ich mich ja. Bei uns gibt es noch so einen Schallplattenladen. Das ist auch ja ungewöhnlich. Schallplatten sind, äh, populär, aber auch nicht so sehr. Schallplatten verkauft sich öfter als CDs. Äh, nee. Ich meine, dass das, ähm, nicht wirklich so ist. Ich meine, dass CDs eigentlich auch wieder minimal, ich finde ich der Rede wert, aber auch minimal wieder angestiegen sind. Vielleicht als Deko meinst du CDs oder sowas generell? Ich meine, ich verstehe, warum, äh, beziehungsweise ich verstehe nicht, warum Leute sich, äh, vor allem bei Musik einfach nur damit zufrieden geben, dass alles irgendwie irgendwo vom Streaming-Dienst ist oder eben nicht. Das ist ein bisschen, äh, komischer Zustand, aber das für die meisten Leute finden, das ist ganz okay. Das war in der letzten Zeit auch ein Kassetten-Comeback richtig wild. Oh, ich will mir ein Kassetten, äh, Player zulegen. Schallplatten, äh, CDs als Deko sind irgendwie seltsam. Ja, ich meine, die sind mehr, kann man tatsächlich nutzen, nehmt nicht so viel Platz weg. Ich hatte noch nie Schallplatten. Aber ich glaube, ich bin, ich bin noch nicht der, ich bin noch nicht der Typ für den Schallplatten-Lifestyle. Spreche ich mich irgendwie nicht an. Hauptsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass Schallplatten, ne, nichts für Irrungut, aber... Ich habe das Gefühl, dass Schallplatten-Fans ein bisschen... Keine Ahnung, da habe ich, glaube ich, ein ganz negatives Bild vor meinen Augen, wenn ich daran denke. Richtig, sehr schön. Lass das nicht meinen Bruder hören. Wir haben uns noch voll viele mit einem Walkman rum, oder wie das heißt. Meinst du, der mit den CDs abspielt? Oh, es sind 250-Schuss! Sehr ruhig und lass mich Club Marte trinken, während ich Pink Floyd höre. Also die Texte sagen ja sehr viel über unsere Gesellschaft aus. Au, was soll das denn jetzt? Was für ein Arschloch. Zweimal, okay. Der hat mich einfach gebodyblockt, zweimal. Oh ja, ich hätte einfach Screw-Attack machen können. Hier, Screw-Attacken wir ein bisschen. Hey, gib mir den Weltraum-Pirat zurück! Ich habe mit sechs Jahren zum Geburtstag einmal einen Aladin-Kassettenrekorder bekommen. Passt in den Hörspielen. Hörspieler, das war der heiße Scheiß. Shit. Shit. Ich bekam, glaube ich, von irgendwelchen Verwandten oder was auch immer. So eine Hörspiel-Kassettensammlung. Da war super viel BB-Bloxback-Zeug dabei. Ich dachte, für lange Zeit, ich habe nie BB-Bloxback gehört, aber ich lag vollkommen falsch. Ich hatte super viele BB-Bloxback-Kassetten. Ich lade VODs auf YouTube hoch, ja. Auf Mythos of Playing. Benjamin Blümchen hatte ich nur die eine Kassette. Und der natürlich getreue Mögi-Zuschauer wissen natürlich, von welcher Kassette ich rede. Ich rede natürlich von der, als Benjamin Blümchen auf den Mond gegangen ist. Und der Mond aus Zuckerstückchen besteht. Außer von Tequila86 at Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Willkommen. Willkommen. Die Folge war super. Ich muss sie irgendwann mal wiederhören. Ich habe oft davon erzählt, denn... Ich habe die sehr oft damals angehört. Das war... Ich habe mir damals mit dem Weihnachtsgeld... Ich habe mir einen CD-Player gekauft. Der natürlich auch... Man konnte natürlich auch Kassetten darauf abspielen, logischerweise. Und, ähm... Ich habe nicht ganz verstanden, wie Geld funktioniert zum Zeitpunkt. Müsste sechs Jahre alt gewesen sein. Und, äh... Meiner hat 99 Mark und 99 Cent gekostet. Na, die Schwester hat auch irgendwas gekauft. Keine Ahnung, was es war. War es auch ein CD-Player oder so? Ich weiß es nicht. Aber... Sie hat, als sie dann gezahlt hat... Mehr Geld zurückbekommen als ich. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie mehr Geld zurückbekommen hat, als ich. Das hat für mich nicht ganz Sinn ergeben. Außer von Lichtsang. 64 Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hatte die Kim Pospel-Kassette auf... Äh... Auf der Dr. Dragon sein Gehirnwäsche-Shampoo gerappt hat. Ich sage es, wie es sehe ich. Ich würde es kaufen. Ich hatte auch eine Sesamstraße... Ähm... Kassette. Und da war das Quietsche-Entchen-Lied drauf, meine Freunde. Ganz recht. Ganz recht. Das ist eine Quietsche-Ente. Ja, Quietsche-Entchen-Lied ist sehr strong. Irgendwann dachte ich auch, ich habe mein, äh... CD-Player oder Kassetten... Was auch immer. Dieses, äh... Teil... Äh, kaputt gemacht, weil auf einmal die Kassette dann in doppelter Geschwindigkeit abgespielt wurde. Da habe ich wohl gleichzeitig den Vorspul-Button und den Play-Button gedrückt oder so. Da dachte ich mir, das klang ein bisschen lustig. Aber eigentlich würde ich es ganz gern wieder in normaler Geschwindigkeit hören. Was halten wir vom Spongebob-Lagerfeuer-Lied, Freunde? Was ist ein Spongebob-Lied? Was? Das ist... Jeder ist vertraut damit. Drei Fragezeichen oder so hatte ich nie. Overhyped? Na, ich denke, das Lagerfeuer-Lied ist ziemlich stark. Aber generell geben mir Spongebob-Jokes immer so einen gewissen... Sehr fahrrad Beigeschmack heutzutage, weil ich mir denke, ja, ich habe es jetzt... Wir zitieren die Scheiße jetzt seit 20 Jahren. Ist es nicht langsam mal genug? Können wir jetzt irgendwann aufhören, die gleichen Spongebob-Staffeln ständig pauslos zu zitieren? Es sind jetzt 20 Jahre her. Es muss doch irgendwann genug sein. Niemals. Ja, das ist es, worauf es hinausläuft. Spielst du eigentlich privat, nachdem du Ahmet Core 6 fertig hast? Ah, ich habe, ähm... Ähm, ähm, ähm... Shit, wie heißt das? Eigentlich, ich habe Blasphemus 2 angefangen. Ich habe... Ich meine, ich habe zwei von diesen... Keine Ahnung, Wächter-Typen gekillt bisher. Aber ich habe es nicht zu weit gespielt. So, dann ist es an der Zeit für die geheiligte Festung. Hat der Ahmet Core Souls-Elemente? Äh, nicht wirklich, aber man merkt bei dem, ähm, Boss-Design... sein... der Art, woher es kommt. Ich würde Ahmet Core 6 empfehlen. Stellenweise ein bisschen frustrierend, aber... Achso, mein Splash-Film ist 2. Ja, ja. Spaßiges Metroidvania. Ein Stück weit ein gutes Stück linearer als, äh... Hollow Knight zum Beispiel, aber trotzdem ganz spaßig. Hast du Messenger gespielt? Kann mich nicht daran erinnern, ob es so war. Nein. Was ist der Messenger? Ich... Ich habe... Ich habe nicht Blast-Film-S 1 gespielt, ey. Ich kann euch nichts im Vergleich zu Teil 1 sagen. Messenger ist ein sehr geiler Sides-Troller. Ja, okay, ich nicht. Ich habe vor ein paar Wochen mal Armut Core 1 auf meiner PC 1 angefangen, seitdem nicht mehr weitergespielt, weil die Zeit fehlt, aber ich werde jetzt im Urlaub mal weiterspielen. Sicher, dass du nicht einfach zu Teil 6 springen willst? Das Einzige, da ist das Element, das ich in Armut Core brauche, ist Patches. Es gibt Patches nicht in dem Spiel. Das ist ja mal das Problem. Hör doch auf. Da fängt es ja schon an. Wo will ich überhaupt hingehen? Äh... Geh mal nach links. Das heißt, ich habe damals als 13-Jähriger Armut Core 2 recht viel gespielt und auch recht gut drin für mein Feld. Das ist die Störung, das ist nicht mehr ein Hindernis für mich. Ich, äh... Ich meine, es gibt... Ich glaube, es gibt nicht das Moonlight Greatsort in Armut Core 6, aber... Es gibt ein blaues Schwert. Irgendwann realisieren Leute, dass der From Software Spielkatalog auch voll mit Scheißes, die man heute Zeit nicht mehr spielen will und nicht als ein Hidden Gem ist. Zählt erst mal easy. Der ist ganz stolz darauf, jedes From Software Spiel zu spielen. Kaum einer kannte From Software bis Dark Souls erschienen, ist auch absoluter Schwachsinn. Also, Leute kannten Armut Core. Ich weiß nicht, ich bin so bekannt wie Dark Souls, aber man war vertraut damit. Ich hatte auf jeden Fall davon gehört. Tenchu hat man auch mal. Ich meine, Tenchu vielleicht ein bisschen. Ich glaube, Tenchu hatte er auch nie... Das war ein bisschen vor meiner Zeit, glaube ich. Leute, Kanton Armut Core, wenn ich den Entwickler dahinter... Ja, so wie bei allen Spielen so ziemlich... Komm schon. Komm schon. Ja, im hellen Äther ist ja noch was in diesem Raum. Tenchu war von From Software. Deswegen haben sie ja auch Sekiro gebracht. Ich kann bestätigen, dass sich niemand an Ninja Blade erinnert. Ich habe ein Pioneer Pad Video zum Furchtbaren From Software Spiel gemacht. Es war so ein B-Movie-Blockbuster, sah nach Guilty Pleasure aus. War ist das, wo man den Präsidenten in der Mac spielt? Das sage ich nämlich auf Steam. Ich muss irgendwann mal spielen. Das ist fucking cool. Oh ja, es war Metal Wolf Chaos XD oder DX. Kannst ja aber super mega random Game spielen. Ich glaube nicht, dass es dafür so eigentlich gut geeignet ist. Ich schweige denn, dass jemand das sehen will. Spielen wir Ninja Blade? Okay. Davon habe ich nie gehört. Ich fürchte, ich bin nicht der größte Ninja Blade Fan. Zeug für mögliches Museum? Nö. Ich meine, ich bin nicht mal so interessiert daran. Warum versuche ich Videos da zu machen? Ich bin nicht sicher, ich habe wieder irgendwo Zeug übersehen. Ich habe das Gefühl, ich werde die ganzen übrigen Misser Container hier nicht mehr zusammenbekommen. Ich bin mir da fast sicher. Das heißt, das wird ganz spaßig. Das hat aber auch echt dumm gemacht, dass man absolut keine Übersicht bekommt, wo noch was fehlt. Dass man es einfach komplett selbst herausfinden muss. Keine Bonus-Cutze. Ich meine, vielleicht bekommen wir es noch zusammen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Da oben gibt es nichts für mich. Wir gehen wieder zurück in den hellen Äther. Kurz meinte einer, seine Cousine hätte dich vom Face Reveal im Schwimmbad getroffen. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ach so, das meinte einer. Einer. Äh, ja. Ich denke, ich war zuletzt mit 14 Jahren im Schwimmbad. Ist es von Prime 3 alles zu holen? Nein. Nein. Nein, habe ich wirklich nicht. War vor dem Face Reveal? Mann, ja. Ja, das stimmt. Ey, ich werde nicht alles holen. In fucking Prime 3. Da ist das Face Reveal her. Ähm. Das müsste Ende 2018 gewesen sein. Da komme ich noch rüber. Hier kann ich. Ja. Ja, ja. Ich weiß, dass es halt einfach ist, auf Prime 3 alles zu holen. Aber ich will nicht. Ich will schlicht. Beziehungsweise, ich will es halt nicht im Stream machen. Prime 3 wird doch so schon echt lange dauern. Ich habe auch keine Lust, dass es dann noch so viel länger geht. Äh. Nach oben und nach links. Mein Ziel ist die Arena von dem Spider-Mall-Wächter. Und wer ist jetzt dieser Einer, der mich im Schwimmbad getroffen hat vor dem Face Reveal? Das heißt, das ist wirklich einfach die Geschichte, dass irgendjemand... War ja ein Peter. Ah ja, es war die Cousine von einem. Stimmt. 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 Das war noch ein wichtiges Detail an der Geschichte. Der Slash-D hat mir das einfach mal stolz erzählt. Das ist hier nach sehr dubiosen Leuten. Das ist hier nach sehr, sehr, sehr dubiosen Leuten, kann ich dir sagen. Hast du eine Cousine? Was ist mit diesen komischen Fragen? Sollte random sein, aber es ist gelungen. Der eine Typ gestern im Stream. Ich habe 200 Gramm Butter im Kühlschrank. Ich habe eine, äh, wieviel ist in so einer Wein-Stefan-Packung Butter drin? Das ist wichtig zu wissen. Nicht die ganz große, sondern die normal große. Da sind doch keine 52 Gramm drin. Ja, dann habe ich hier über 200 Gramm im Kühlschrank. 5 Kilo, apropos 5 Kilo. Apropos 5 Kilo. Wir hatten diese eine Quiz, mit denen man Preise schätzen muss. Und da hatten wir einen Mayonnaise-Eimer. Und der war irgendwie 120 Dollar für... Das waren das 5 Kilo oder 15 Kilo oder was auch immer. Jemand in den Kommentaren meinte, dass er im Großhandel arbeitet. Und, äh, die Scheiße keine 120 Euro kostet, sondern eher 25. Möchte ich nur mal eben anmerken, hätte ich einen Punkt bekommen sollen. Dacht mir schon, ist das, also, ist das ein sehr hoher Preis für Mayonnaise. Vor allem, wenn man, äh, was, was das Zeug, äh, teuer macht, ist ja, dass man kleine Mengen nur kauft. Sollst du ja nicht auf Ebay kaufen. Nur sollst du ja da kaufen, wo, äh, Restaurants und sowas kaufen. Kann ja mal gehen, die Metro oder so eine Scheiße. Das heißt, wir haben ganz andere Preise. Wo kann ich denn noch hin? Ich war hier doch jetzt auch schon überall. Oh, fuck. Warum fehlt mir so viel Zeug? Naja, 5 Kilo Mayonnaise kaufen entweder... Leute aus der Gastronomie oder Leute, die echt gerne Mayonnaise mögen. Mayonnaise, was Spezielles, das nutzt man nicht oft. Was ist das für ein dünner Junge-Geschwätz? Vor allem, mir fehlen ja noch... Ich hab ja noch nicht mal alle Schlüsse. Ich hab ja noch keine Ahnung, wo... Ach, fuck. Machst du jeden Tag Kartoffelsalat? Ich mach Kartoffelsalat, würde ich generell nicht mit dem Mayo machen. Ich weiß nicht, was hier für eine Preußenpampe euch zusammen mischt, aber wir machen sowas nicht. Ich weiß nicht, was hier für eine Preußenpampe euch macht. ein Sandwich, denke ich, vielleicht. Also ich habe ein bisschen Mayo da und wofür ich sie nutze, sind ähm... Vielleicht mache ich mir nach dem Stream noch welche. Ich habe so Potato Wedges noch da. Von McCain. Dafür nutze ich persönlich meine Mayonnaise. Außer von Mr. Chappy, 35 Monate. Resub, wir lieben Dank. Okay, warum fehlt mir noch so viel Zeug? Ey, ich habe wirklich irgendwo komplett den Faden verloren, wo ich schon war und wo nicht. Also vollständig. Vor allem fehlt ja auch noch ein Schlüssel. Wo ist der Schlüssel, der mir fehlt? Werden wir ein dick Video zu den Wedges bekommen? Ja. Ich denke, wenn man sich Pommes im Backofen macht, dann sollte man definitiv Video dazu machen. Wann waren sie gut? Das müssen wir wissen. Äh... Nester-Ingne. Himmelstempel. Aus dem dunklen... Dunkler Argon scheint mir einer zu fehlen. 4... 5... 5... 5... Torbos habe ich nur einen. Oh Gott, ich weiß wirklich gerade nicht, wo die Upgrades sind, die ich... Ich weiß doch nicht mehr, wo ich jetzt war und wo nicht. Ich habe komplett den Faden zwischendurch verloren. Also fühle ich mir nicht fokussiert genug, um 100% in den Spielen zu holen gerade. Vor allem, mir fehlen so viele Mr. Container. Ich weiß nicht, wo mir so viele fehlen. Ehrlich gesagt. Ich weiß wirklich nicht, wo ich so viel verpasst habe. Oh ja, sie... Sie sollten irgendeine Form von Tracking, hätten sie mal einbauen sollen. Da würde man nicht genau in dieser fucking Situation sein, wenn man sich denkt, was fehlt mir denn jetzt überhaupt? Wo könnte mir überhaupt was fehlen? Ja, das Maximum an Missiles sind 255. Ich meine, hier oben war ich ja auch schon. Mir fehlen also noch 5 Stück. Ich habe keine Ahnung, wo ich 5 Locations übersehen habe. Fucking 5 Stück. Das ist einfach so viel. Ich schätze es auch im Unterschied, ob man an sich in Prime 200% holt oder ob man das im Randomizer macht. Im Randomizer hat man nämlich in Räumen, in denen Item ist so ein Punkt. Wie wir auch in den 2D-Metroids. Und dieser Punkt ist sehr hilfreich. Um zu sehen, was man hat und was nicht. Lass mich mal hier entlang gehen. Noch immer am Runen. Ich bin noch immer am Runen. Wo man nochmal zum Anfang geht, sind 2. Inwiefern, wo man nochmal zum Anfang geht. Das ist unten habe ich ja auch schon. Ich spreche hier oben. Hier drüben auch. Ich meine, das hier unten habe ich schon. Ja, habe ich auch schon aufgemacht. Ach da, am Anfang. Ne, das habe ich schon gemacht mit dem Missilesoldaten. Ne, wie auch immer. Gehen wir in den Somp von Toros und schauen, was überhaupt... Ich weiß auch gerade gar nicht, wo der zweite Schlüssel da ist. Wo ist denn überhaupt der zweite Schlüssel? Vielleicht habe ich doch zu viel vergessen von dem Spiel. Ich weiß ja nicht, wo der zweite fucking Schlüssel ist. Jetzt gehen wir in den Schlüssel oben in Toros und da einen in unten. Warte, welche von beiden habe ich denn? Ich habe den bei... In der Nähe von der Boss Arena bei Chica geholt. Der da unter Wasser war. Ist das der oberen oder der untere? In welche Richtung lassen wir den gelten? Den oberen habe ich. Okay. Okay, ich glaube, den unteren ist auch so eine Sache. Den vergesse ich ganz gerne mal. Ist ja gut jetzt. Gehen wir doch nicht auf die Nerven. Die Map ist doch klar unterteilt. Also was für eine Frage. Ja, weil ich es gerade nicht spontan aus dem Kopf heraus wusste. Tut mir leid. Das war die Frage. Ich wusste nicht, ob die Chica-Arena sich jetzt gerade, ob die zum oberen oder zum unteren Teil gehört. Sieht mich der Fahrstuhl davon. Ich bin wirklich ein bisschen stinke, dass mir so viele Bister-Container fehlen und ich absolut keine Ahnung habe, welche überhaupt. Ich habe keine Ahnung. Hoffe, du findest also. Ich werde nicht alles finden. Ich bin nicht mal die ganzen Schlüssel mehr an dem Punkt. Stört mich halt wirklich, dass mir so viele Missile-Container fehlen. Ich meine, wie kann es so viel Zeug sein, das mir fehlt? Bisschen war es okay. Aber fünf Stück? Ist doch auch nichts. Fünf Stück zu verpassen ist schon eine Leistung. Und potenziell noch irgendwo eine Powerbombe oder so, aber keine Ahnung. Oh, warte hier. Ich weiß, wo hier einer ist. Freunde, wir sind zurück im Spiel. Der kam im Geistesblitz. Wir sind zurück im Spiel. Yeah, ich habe die Powerbombe hier nicht benutzt. Yeah. So, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Aber hey. Besser als nichts. Fehlen nur noch vier. Wie viele Powerbomben gibt es im Spiel? Habe ich alle Powerbomben oder? Ich kann mir vorstellen, dass neun das Maximum ist. Jetzt möchte ich drüber nachdenken, war ich überhaupt im dunklen Äther hier unten. Oh ja, war ich. Aber ich war an der falschen Stelle. Wo war denn der Schlüssel hier? In welchen Raum war denn der Schlüssel hier unten? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Ein und der drei Kammern außen. Dann schauen wir doch mal eben rüber. Das ist wahrscheinlich der falsche Weg, aber wir werden schon trotzdem. Es gab es da drüben vielleicht eigentlich noch was. Ne, ne, ne. Das habe ich mitgenommen. Ja, kann ich hier dann nicht direkt unter Wasser gleich in diesem Raum? Ja, sollte es gewesen sein. Aber ja, das mit 100% aus Metal Prime 2, das passiert überhaupt nicht. Ich weiß nicht ganz, wie es so schief laufen konnte, aber es ist so schief gelaufen. Ich habe halt einfach so viel verpasst. Schlüsse zum Himmelstempel erhalten. Einer von neun. Ich habe alle Schlüsse zum Himmelstempel. Woo. Woo. Ich meine immerhin das. Da warst du stolz erzählt, dass du 100% kannst. Dachte ich ja auch. Aber ich lag falsch. Vor allem, es stört mich halt wirklich, dass vier Stück fehlen. Das ist noch so viel mehr als in Prime 1. Und ich habe absolut keine Ahnung wo. Überall, wo ich über eine Location nachdenke, denke ich mir, ne, da war ich schon. Das habe ich schon mitgenommen. Geh doch mal weg. Naja, ich muss sagen, in diesen Streams ist mir wirklich aufgefallen, wie dumm es in dem Spiel einfach ist, dass man absolut kein Tracking hat. Von dem, was man schon hat und was einem noch fehlen könnte. Das macht es halt echt witzlos, irgendwie das überhaupt herausfinden zu wollen. Okay, nichts machen, außer einfach durch die gesamte Welt laufen und schauen, was man vergessen hat. Das ist doch fucking dämlich. Vor allem, das waren die Vorgängern nicht so. Und man dachten sich, dass es in Prime so sein soll. Aber gut, aber gut, aber gut. Auf dem Weg zum letzten Boss. Stell dir, Samus wollte ich mit Papier und Stifte eine Strichliste für. Das braucht sie nicht. Sie hat diverse Bordcomputer in ihrem Anzug. Ich meine, sie hat ein, sie hat ein Scan-Logbuch. Wo sie verschiedene Daten über die Gegner eintragen kann. Aber sie kann nicht tracken, wo sie schon was mitgenommen hat. Also, bitte. Oh, hier fehlt mir noch einer. Hier fehlt mir noch Mr. Container. Wir sind so nah dran. Aber doch so weit entfernt. Den habe ich nicht. Powerbombe? Ah, fuck. Wir fehlen noch so viel mehr. Wir fehlen noch so viel mehr. Ne, ne, ne. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind raus. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das war eben die letzte Powerbombe. Ich meine, immerhin das. Ich habe mir trotzdem noch vier Mr. Container. Vier Stück ist trotzdem so viel. Lass mich nochmal kurz hier rüber schauen. Ja, da bin ich in beide Richtungen rüber. Nee, 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 nee. Jetzt sind wir sowieso direkt auf dem Weg zum, ähm... Ah, fuck, kann ich Emunition hier nicht noch irgendwo auffrischen? jetzt sind wir direkt auf dem Weg zum letzten Boss und meine Munition ist relativ aufgefrischt, ja halbwegs eher nicht ich glaube wir hatten beim letzten Boss keine Munitionsstation, was super dumm ist vor allem weil alle anderen Bosse irgendwie eine haben, aber der letzte Boss nicht okay dann machen wir uns mal auf den Weg ich weiß nicht wie ich Phase 1 auf dem Gamecube mache ihr müsst wissen wenn ich Randomizer gespielt habe habe ich ursprünglich ähm, Randomizer einfach beendet wenn ich hier alles gesammelt habe weil ich keine Lust hatte den letzten Boss zu machen oder ich habe später die Einstellung aktiviert dass ich den letzten Boss nicht machen muss dementsprechend ich hasse den letzten Boss und ich bin nicht so nicht gut darin ich denke auch dass er nicht so nicht gut auf dem Gamecube funktioniert dementsprechend freue ich mich schon sehr auf diesen Kampf kann es kaum erwarten vor allem hat der Kampf auch hunderte verschiedene Phasen und dann noch ein Zeitlimit so ein fucking Elend keine Leid wie Munition sehr schön was macht man nochmal in Phase 1 von dem Kampf also ich weiß was ich mache aber ich weiß nicht wie ich ich habe immer die die äh die Seeker Misser ist verwendet ja ja genau Seeker Misser ist für den Anfang hm dann geht es jetzt wohl los dann geht es jetzt wohl los ein Lightbeam Shot pro Tentake und dann sollte ich Lightbeam machen oh ja diese Animation ist ein bisschen cool aber irgendwie auch nicht oh oh das ist doch die die letzte Energie vom Eter der In-Imperator zieht sie sich einfach rein wir sind übrigens in dem Raum in dem man auch den Light Suit bekommen hat nur ist er um 180 Grad gedreht die Aussage jetzt geht es los mit Oma auf dem Schoß von Maeve geht mir nicht mehr aus dem Kopf mir ging sie aus dem Kopf rechtzeitig zum Boss wie ich sehe oh ja oh ja und dann holen wir uns unser 96% Ending oder wie viel Prozent auch immer ich habe oh Gott nicht in den Lichtstrahl versehentlich laufen ja warum ist hier keine Munitionsstation das ist so komisch was sagt Niesich dabei okay ich fühle mich nicht bereit für diesen Kampf aber das ist okay stationärer äh Stuart Tentakel kaputt schießen und dann muss man treffen oh schönes schönes Ding falsche Richtung schönes Ding oh Freunde Freunde was für Treffer hier schon kurz befürchte dass jemand einen komischen Tentakeljob bringen wird ich glaube ich bin hier auch mehr der Fan von den Seeker Missiles was ist denn da oben was machst du da guck auf hä danke schön fuck yes yes oh das war gut das war eine gute Phase 1 meine Freunde hier kriegt man hier rüber und dann kommen die Tentakel raus und dann legt man im Idealfall Bomben darauf und dann wenn es erfolgreich war dann qualmen sie das ist die warum ist es überhaupt Teil des Kampfes Phase in der man sich die Frage stellt warum ist das Teil des Kampfes also wirklich warum so eine komische Phase komm ach was ist das denn das ist eine Powerbombe okay die Powerbombe war effizient ich sehe nichts okay letzte Phase kann man mit der Strew Attack ziemlich gut schießen wenn man sie einfach so niedrig wie möglich macht wir werden es versuchen vielleicht auch beim ersten Mal wo ich hier gekämpft habe ich bin ich nicht auf die Idee kommen den Spiderballs benutzt man elendig im Gas verendet hätte sie mal scannen sollen also shit oh mein Gott man macht die Strew Attack so niedrig wie möglich und seht ihr ich habe Schaden gemacht so kann man den Kampf auf jeden Fall machen komm kommt schon triff doch wir machen aber jetzt mal so äh Verzeihung mach den Mund auf wenn er den Mund so schließt sieht der für mich immer aus wie ein alter Mann man kann auch irgendwie am Hinterkopf äh da ist ein Loch irgendwie macht man Schaden wenn man das trifft oder so auch stark warum schießt der Imperator keine Machtblitze das ist nicht der Imperator komm schon schöne Munitionsdrops komm schon dass immer sein dummes Bein im Weg ist das stört mich so sehr nein wir machen es nochmal yes da wurdest du gesonic boomt sonic boom scheint gegen ihn ziemlich rein zu schmettern ok das lief super gut das hätte so viel schlechter laufen können ihr macht euch kein Bild noch ist kein First Try wir sind noch nicht fertig wir sind noch nicht fertig ja so sehe ich in Smash Bros auch aus wenn ich Samus spiele also ich bin beeindruckt ihr seid dann beeindruckt wenn ich mich gegen Dark Samus gut schlage denn oh der Kampf macht mir üblicherweise Probleme und das Zeitlimit hilft nicht Dark Samus hat natürlich immer noch eine Dark Beam schwächer dann beeindruckt uns nun so viel beeindrucktes Zeug kann man bei dem Kampf nicht machen er ist einfach nur echt langwierig ja mit dem Dark Beam in der Hand na wenigstens mal wieder ein Timer beim abhauen in dem Spiel ausnahmsweise einfach Speedrun Strat zu üben und Samus in 20 Sekunden besiegen ich habe ein bisschen Speedrun Strat bei äh den Imperator gemacht oh oh die Wand wurde fasonisiert was die Leute haben gespaltenen Planeten äh Meteor eingeschlagen felsen böses Zeug hat die Kopie eine dunkle Kopie vom Planeten erschaffen machen wir das jetzt? nee hör auf oh was ein Treffer okay jetzt kommt der nervige Teil jetzt kommt der Teil den ich hasse du musst jetzt nämlich Kugeln abwehren hier ist er mal effizient ist wenn man den Dark Beam verwendet fuck genau deswegen hasse ich's mir passiert immer das ich muss ein paar Kugeln von hier aufsammeln die sie abfeuert und dann darf man nicht von dem anderen Kram getroffen werden ja dann gehen wir auch direkt wieder in die Phase über ja dann gehen wir auch direkt wieder in die Phase über ich hasse es ich hasse es verstehe auch nicht ganz wie man das vernünftig machen soll ohne dass man davon getroffen wird beziehungsweise hatte ich keine Ahnung was ich da tun soll ja das ist eine sehr verwirrende Stelle Gott ich hasse das naja zu früh hey kann man was ganz nochmal klärt das Spiel aber nicht was man machen muss nö ganz offen ich mein siehst du hast das Spiel was erklärt oder eher nicht du musst dann selber realisieren dass du die Kugeln irgendwie mit deinem Charge Beam auffangen musst oh noch ein Treffer die Kugeln müssen möglichst im Fadenkreuz sein ja das ist das dachte ich mir schon aber du kommst trotzdem nie gut hin ach komm schon noch einmal noch einmal es fühlt sich sehr random an ob man erwischt wird oder nicht komm schon au was ist denn Fick war das BOOM wir haben sie das lief ebenfalls gut nicht perfekt aber gut ja die Darksame sieht ziemlich hardcore aus oh ja das ist auch die aus dem Felsensuit da ist auch das Auge das sieht man am Ende von Prime 1 wenn man das richtige Ending holt Zeit abzuhauen oh oh Vorsicht Samus da brauchst du bestimmt drei Schüsse mit dem Lightbeam für diese Gegner Hilfe oder eine Powerbombe Hilfe jetzt wird gescannt dann bin ich weg aus einem wenigen Gründen kommt sie als Morphball rausgeschossen oh sie hat noch den Darkbeam ausgerüstet das ist ein cooles Detail ja komm ist ja gut jetzt mach Portal zu und so wurde der dunkle Äther vernichtet Klappe zu Affe tot und Samus hat den Lightzude abgegeben jetzt haben wir eine Erklärung warum sie den nicht mehr hat also sie hat den Darkbeam noch verbeugt euch ich werde kein Wort mit euch wechseln seid mir dankbar aber haltet euch fern jetzt Pose aus dem Dark Souls 1 Trailer außer von Gabenstuff 19 Monate Resub wie viel lieben Dank also im anderen Teil sah es so anders aus aber ich glaube es sieht nicht wirklich besser aus hier ist immer noch ein sehr komischer Look sehr sehr komisch weil ich gerade sehe Golden Copper Guy das ist der zweite heute ist heute wieder 100 Goldene Kappas oder sowas oder hat jeder einen kann sie auf dem Planeten so überhaupt atmen keine Ahnung kein für dich tja peinlich und hey wir haben Metro Prime 2 durchgespielt ich bin immer noch stinkig dass ich nicht 100% geholt habe muss ich sagen das ist das hat mich nicht begeistert ich wünsche dass wir anders gelaufen aber warum hat man keine Form von Tracking das ist so komisch aber insgesamt Metro Prime 2 gutes Spiel würde ich empfehlen vielleicht kommt irgendwann das Remake vielleicht aber auch nicht und beim nächsten Mal ist es an der Zeit für Metro Prime 3 und huh mal schauen wie das laufen wird mal schauen wie das laufen wird ich freue mich ein bisschen drauf Metro Prime 3 ist an sich ganz spaßig ich meine ich muss es jetzt nicht zu oft spielen aber alle paar Jahre einmal ist schon in Ordnung und dann ADRM ja ADRM wird interessant das wird interessant aber bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen ich würde sagen Prime 3 bin ich eher so zweieinhalb Streams für anpeilen zwei war doch mit Dark Zone ja zwei war mit dem dunklen Äther muss ich das jetzt eigentlich anschauen ich will doch nochmal eine Bewertung sehen ADRM ist definitiv ein Spiel da stimme ich dir zu ich bin gespannt ich habe ich meine ADRM ist ADRM ist in einer komischen Situation er ist jetzt nicht er ist nicht in einer Situation wie Dark Souls 2 oder so wo du siehst und sagst ja gut das Spiel ist es ist einfach nicht so richtig fertig und sowas sondern es ist einfach es ist soweit poliert und alles in dem was es ist aber es ist komisch spiel schlecht designt yeah yeah ja alles was mit der Wii Remote zu tun hat war ein Fehler naja ich bin auch gespannt auf ADRM aber ADRM dauert natürlich noch ein bisschen denn vorher steht uns noch Metro Prime 3 bevor Metro Prime 3 ist natürlich Schwierigkeitsgrad technisch relativ machbar da man den den Corruption Modus hatte wie auch immer der hieß wobei das Finale auch ein bisschen mies sein kann also mal schauen schauen wie das laufen wird Hyper Hyper Modus natürlich der ist so Hyper das Finale von Metro Prime 3 war auf jeden Fall sehr kitsch das war nämlich komplett mit Zeit Limit man macht zuerst ein fucking ewig langes Level mit Zeit Limit und dann kommt ein Boss mit Zeit Limit und dann kommt noch ein Boss mit Zeit Limit beziehungsweise das Zeit Limit ist generell die Leben die man hat oh das wird mies komm schon Credits ich will doch nur sehen was der Punktestand ist würde gerne mal ein 3D Metroid was sich mehr wie 2D Spiel steuert nur halt ohne den ganzen Blödsinn von ADRM das kann funktionieren Samus steuert sich gut in ADRM aber die ganzen schlechten Seilentscheidungen und die Story ziehen das Spiel so runter meiner Meinung nach ich meine ich denke es gibt nicht wirklich einen Grund dieses halb 3D diese Route zu gehen ich denke Metroid funktioniert ganz gut als entweder First Person oder ja 2D eben ich denke das sind schon zwei ganz gute Möglichkeiten ehrlich gesagt habe ich das Gefühl dass wir zwangsweise dann noch so ein drittes so ein Mittelding brauchen dafür könnte man in dem Fall noch einfach ein ganz anderes Spiel machen ich würde gerne einen neuen Versuch sehen ja ok 96% gut ja von mir aus speichern 96% unschön unschöne Sache ich verstehe immer noch nicht wie in also ja das Spielsneustadt ich verstehe immer noch nicht ganz wie irgendwie ich weiß dass 4% gefehlt haben äh wie die Zeit berechnet wird in dem Spiel aber ist ok Mogidon 100% passt einfach nicht zusammen ich meine ich habe in Mario Spiele 100% geholt in Galaxy 2 aber ja in Samus äh in Metroid ist mir nicht so ganz vergönnt oder in Samus je nachdem wie man die Spielreihe nennen will ok ich würde aber sagen oh das Spiel hat sich komplett neu gestartet ich würde sagen wir sind so weit fertig das war ich habe es heute noch fertig bekommen aber huu 6,5 Stunden waren das jetzt noch das hat doch noch ein bisschen gedauert was mit 3D Land das ist was ich kann nicht was wovon redest du nächste Woche werden wir Prime 3 anfangen ich denke das wird ganz spaßig puh dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen das war Metro Prime 2 wir sind fertig wir haben die 100% geholt ohne Probleme ohne dass ich irgendwas ausgelassen habe dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und tschüss ich glaube ich muss was essen ich fühle mich ein bisschen hungrig befürchte ich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal